Spinozas Rache von Jürgen Kehrer Erschienen 1995 im Grafitverlag Die Hitze strich über das Bett, leckte an dem Pin-Up-Girl an der Wand und machte einen Bogen um den nackten, weißen Körper. Der Ventilator brummte wie eine übergroße, gereizte Hornisse. Lee ging langsam rückwärts. Hoffentlich war er nicht tot, denn das würde Ärger geben, großen Ärger. Mareike würde sauer sein, ein Toter war schlecht für das Geschäft, Polizei und alles, und das im amtlichen Hochbetrieb. Die ganze Straße würde darunter leiden, Polizisten, die herumliefen und Fragen stellten, vielleicht würde man sie einsperren und schlagen. Nein, die Polizisten in Holland waren sicher freundlicher, zumindest nicht so brutal. Aber sie konnten eines tun, vor dem Lee große Angst hatte, sie in ein Flugzeug stecken und nach Hause schicken. Und dann? Lee blieb stehen und schaute auf den Klingeknopf über dem Bett. Sollte sie den Aufpasser rufen? Nein, nicht diesen dummen Fettwanst. Der würde alles nur noch schlimmer machen. Besser, sie sprach selbst mit Mareike. Sie würde ihr erklären, dass es nicht ihre Schuld war, dass sie absolut nichts dafür konnte, dass dieser Typ jetzt wie tot auf dem Bett lag. Mareike musste ihr helfen. Schließlich kriegte sie fast das ganze Geld, das Lee verdiente. Sie fischte den schwarzen Badeanzug vom Hocker. Erneut tastete ihr Blick den nackten, gekrümmten Körper ab, in der Hoffnung, irgendwo eine Regung zu entdecken. Eine weißliche Flüssigkeit tropfte aus dem geöffneten Mund und die Augen weit aufgerissen und starr. Sicher war er tot. Sie hatte gleich ein schlechtes Gefühl gehabt, als er an die Glastür klopfte. Er wirkte abgehetzt und atmete schwer. Aber was hätte sie tun sollen? Ihn wegschicken? Das konnte sie sich nicht leisten. Vorher hatte sie erst drei Kunden abgefertigt und fünf waren Minimum. Insgeheim hatte sie gehofft, er würde feilschen oder nicht genug Geld dabei haben. Doch er nickte nur und zog einen hundert Guldenschein aus der Tasche. Beides, hatte er mit gepresster Stimme gesagt. Erst Französisch, dann ficken. Lee mochte keine gestressten oder kranken Freier. Da dauerte es ewig, bis die kamen. Das war harte Arbeit. Unter den keuchenden Leibern zu liegen, sich von deren stinkendem Schweiß nasspritzen zu lassen und dabei, oh ja, ja, Liebling, zu stöhnen. Vor allem bei diesem Wetter. Draußen waren es noch mindestens 25 Grad. Und im Inneren der winzigen Kammer bestimmt zehn Grad mehr. Der kleine Ventilator quirlte zwar die Luft, brachte aber keine Abkühlung. Der Typ hatte ausgesehen wie ein Einheimischer. Jedenfalls nicht wie einer von diesen Touristen, die meistens vor Aufregung herumzappelten und erst einmal reden wollten. Was gab es da schon zu reden? Name, Alter, Herkunft? Vielmehr fiel denen nicht ein. Und konnte sie auch nicht beantworten, auf Holländisch, Deutsch oder Englisch. Manchmal fragte einer, ob es ihr Spaß mache. Ja, antwortete sie dann. Natürlich mache es ihr Spaß. Diese Langnasen glaubten doch sowieso, dass es für eine kleine, mandeläugige Frau das größte Vergnügen sei, auf einen weißen Fettbauch zu klettern. Der Typ, der aussah wie ein Einheimischer, hatte nicht geredet. Auch gut. Und dann war es zunächst besser gegangen, als sie befürchtet hatte. Als er die Hose auszog, hatte er bereits seinen Steifen. Solche Kunden waren beliebt. Die spritzten oft schon nach einer halben Minute ab. Ihre eigene Schuld, wenn sie nicht abwarten konnten. Gezahlt wurde im Voraus. Lee hatte sich etwas beruhigt und vorgenommen, es langsam angehen zu lassen. Schließlich hatte er für hundert Gulden Anspruch auf das volle Programm. Der Badeanzug glitschte, als Lee ihn hochzog. Jetzt war sie selber schweißnass, vor Angst. Sie zitterte. Es stank nach Tod. Mein Gott, der Typ hatte immer noch einen Steifen. Es musste irgendwie mit seiner Krankheit zusammenhängen. Und sie hatte geglaubt, er wäre geil auf sie gewesen. Wie er da auf dem Bett gelegen hatte, leise grunzend und mit steil aufragendem Gerät, hatte sie auf Routine geschaltet. Vielleicht, hatte sie gedacht, war der Kerl doch normal und sie sah nur Gespenster. Schnell hatte sie den Pariser über das Glied gestreift und ein bisschen daran rumgekaut. Es stöhnte heftiger. Sie ließ die Gummiewurst aus ihrem Mund flutschen, griff mit der Hand danach und wollte sich gerade aufschwingen, als er heftig zusammenzockte. Das kam so überraschend, dass sie von seinen hochschnellenden Beinen aus dem Bett geworfen wurde. Fluchend war sie aufgesprungen, entschlossen, ihn davon zu jagen. Da war er schon weggetreten. Zuerst hatte sie es nicht geglaubt, es für einen blöden Trick gehalten, um sie zu erschrecken. Aber als sie ihn anstieß, reagierte er nicht. Und als sie ihm mit der Faust drohte, zuckte er nicht mal mit der Wimper. Obendrein sah es kein bisschen danach aus, dass er noch atmete. Lee ging zur Tür. Mareikes Freund war oben. Sie hatte ihn vorhin gehört. Mareike ließ ihn nicht gerne stören, wenn ihr Freund da war. Die Holztreppe knarrte unter den Schritten der zierlichen Asiatin. Jetzt erst bemerkte Lee, dass sie keine Schuhe trug. Ohne Schuhe sah sie aus wie ein Kind. Sie klopfte. Von jenseits der Tür kam ein gestöhnter Protest. Mareike, was ist denn? Komm mal. Schwere Fußtritte auf den Holzdieren. Die Tür wurde aufgerissen. Zwei grüne Augen funkelten genervt. Und was willst du? Cosima Tannhäuser betrachtete die alten Bürgerhäuser. Hier hatten früher die reichen Kaufleute gewohnt. Von hier aus beherrschte die ostindische Kompanie den Welthandel. Gewürze aus Surinam, Tee aus Ceylon, Diamanten aus Südafrika. Eine kleine, stolze Republik, die zeitweilig eine Großmacht war. Jedenfalls auf dem Meer. Cosima schnupperte. Der Geruch von gebratenem Fleisch lag in der Luft. Plötzlich spürte sie die Leere in ihrem Magen. Auf der anderen Seite der Gracht lockte eine Seitenstraße mit den kulinarischen Genüssen des halben Erdkreises. Ströme von Touristen schoben sich zwischen den Tischen und Stühlen hindurch, die vor den grell beleuchteten Hausfassaden aufgestellt waren. Nein, eine Falafel in einem Stehenbiss würde reichen. Sie wollte nicht allein an einem Tisch sitzen, von Männern begafft, den mitleidigen Blicken untergehakter Ehefrauen ausgesetzt. Sie würde zwangsläufig an Markus denken müssen. Und sie wollte nicht an Markus denken. Ein bisschen mulmig war ihr schon geworden, als der Termin für das Praktikum näher rückte. Zwei Monate allein in einer fremden Stadt. Seit ihrer Schulzeit, als sie einen Sprachurlaub in England absolviert und bei einer furchtbar spießigen und langweiligen Familie gewohnt hatte, war sie den Stadtgrenzen von Gelsenkirchen nicht mehr für so lange Zeit entwichen. Damals hatte sie alles fürchterlich gefunden. Das arrangierte Freizeitvergnügen, das fade Essen, die höflichen Umgangsformen. Aber inzwischen war sie erwachsen. 25 Jahre alt und selbstbewusst genug, um sich nicht fremdbestimmen zu lassen. Obwohl, richtig klein und mickrig war sie sich vorgekommen, an ihrem ersten Arbeitstag in der Bibliothek. Sie, die einfache Angestellte der Stadtbücherei von Gelsenkirchen, in der berühmten Abteilung der Amsterdamer Universitätsbibliothek, wo man sich nicht mit hundertmal gelesenen, nach Handschweiß und Nikotin stinkenden Wälzern abgab, sondern über wertvolle Drucke und Handschriften aus vergangenen Jahrhunderten regierte, die Forscher aus der ganzen Welt anzogen. Nicht, dass man sie es hätte spüren lassen. Mit ausgesuchter Freundlichkeit war sie herumgeführt worden, durch die Werkstätten, an den ehrwürdigen Schätzen vorbei, sogar in das Innere des Giftschranks, der die allerwertvollsten Handschriften enthielt, durfte sie einen flüchtigen Blick werfen. Möglicherweise war auch ihre Wirtin dafür verantwortlich, dass sie sich in ihre Jugendzeit zurückversetzt fühlte. Das niederländische Kultusministerium hatte für die Unterbringung gesorgt und Cosima war einverstanden gewesen, bei Mevrou Clara Maria de Solis zu logieren. Hinter dem geheimnisvollen Namen verbarg sich eine durch und durch holländische alte Dame, klein, wohl an die siebzig Jahre alt, mit zu einem Dutt aufgesteckten grauen Haaren. Frau de Solis hatte Cosima freundlich empfangen und in ihr duftendes Wohnzimmer geführt, indem man sich, wegen der kurzen Gardinen, die den Blick von der Straße in die ebenerdig gelegene Wohnung öffneten, wie auf einer Bühne fühlte. Oder wie der geschrumpfte Besucher einer Puppenstube. Denn jeder Quadratzentimeter auf den Schränken, den Regalen und dem Kamin-Sims war vollgestellt mit Nippes und Tant, vom elektrisch flackernden Kaminfeuer kitschig rot beleuchtet. Dazu kam ein strenger Parfümgeruch, eine jener Duftnoten, die Cosima automatisch mit alten Frauen in Verbindung brachte. De Solis hatte sie zum Abendessen eingeladen. Cosima fand die alte Frau auf den ersten Blick sympathisch. Und keineswegs aufdringlich, eher ein bisschen distanziert und aristokratisch, würdevoll, wenn sie in ihrem holprigen, altertümlich klingenden Deutsch redete. Das Abendessen wäre ohne neugierige Fragen, ohne Kindchen hier, Kindchen da abgelaufen. Trotzdem war Cosima geflüchtet. Mit schlechtem Gewissen hatte sie ihre Gastgeberin auf einen anderen Abend vertröstet. Denn plötzlich hatte ihr die muffige Enge, das Gefühl des Eingesperrtseins, die Kehle zugeschnürt. Sie musste raus, in die lärmende Stadt, unter Menschen. Eine Gruppe brüllender, bunthaariger Jugendlicher mit zwei kläffenden Kötern als Vorboten kam Cosima entgegen. Die Bibliothekarin wich auf die Befestigungsmauer der Grach zurück. Einen Meter unter ihr blinkte das stille Wasser. Sie fühlte sich einsam. Einsam und hungrig. Mit schnellen Schritten eilte sie, den Jugendlichen hinterher, auf die nächste Querstraße zu. Hier wimmelte es von Menschen. Schwarze, braune, gelbe, weiße, viele auf Fahrrädern. Zu dieser Abendstunde klappte man in Gelsenkirchen schon die Bürgersteige hoch. Ein Krankenwagen mit eingeschalteter Sirene heulte vorbei. Eine Straßenbahn bimmelte sich ihren Weg durch die Menge frei. Cosima zuckte zusammen. Es war die Linie 6. Ihre Linie. Sie fühlte den idiotischen Wunsch einzusteigen, über die trostlosen Gelsenkirchener Ausfallstraßen zu rattern und sich zu Hause vor den Fernseher zu setzen, irgendeinen Kitschfilm zu gucken und dabei ein Glas Rotwein zu trinken. Heimweh, das durfte nicht wahr sein. Auf der anderen Straßenseite stand eine Telefonzelle. Alle Vorsätze über Bord werfend schob sie ein Guldenstück in den Apparat. Die Nummer kannte sie auswendig. Nach fünfmaligem Bimmeln meldete sich der Anrufbeantworter. Hier spricht Markus Wiedau. Ich bin leider nicht zu Hause. Sie können mir aber gern eine Nachricht hinterlassen. Nach dem Pfeifton gab sie ihm noch drei Sekunden lang die Chance abzuheben. Dann legte sie auf. Kommissaris Jan Wutes fühlte sich unendlich schmutzig. Er stank vor Dreck, und wenn er darauf achtete, konnte er spüren, wie der Schweiß aus den Achselhöhlen kroch und in dem dunkelblauen T-Shirt versickerte, das bereits hässliche weiße Streifen abgesondert hatte. Es war ekelhaft. Dabei hatte er erst heute Morgen unter der Dusche gestanden. Zehn Minuten lang. Abwechselnd heißes und kaltes Wasser, um den Kreislauf anzuregen. Aber das war vor dem langen Arbeitstag gewesen. Dem anschließenden hektischen Einkauf im Supermarkt, dem Fertiggericht, das er der Einfachheit halber aus der Plastikform und vor dem Fernseher gegessen hatte, und in drei Dosen Bier. Dann war der Anruf gekommen. Ratzen, wir haben eine Leiche. Was für eine? Ruth Jellis. 36 Jahre alt, Berufrestaurator. Woran ist er gestorben? Ist noch unklar. Man hat einen Krankenwagen gerufen. Als der Notarzt kam, war Jellis schon seit einer halben Stunde tot. Vergiftungssymptome. Der Doc hat ihn direkt zur Gerichtsmedizin bringen lassen. Ich bin jetzt am Wundort. Wutus notierte die Adresse. Das ist doch... Genau. Warte auf mich. Ich fahre noch rasch bei den Aasgeiern vorbei. Besser, er wäre noch einmal unter die Dusche gesprungen. Von Gefahr im Verzug konnte ohnehin keine Rede sein. Kaum eine Chance, den Mörder einzusacken. Nach dem, was ihm der Gerichtsmediziner erzählt hatte, musste man sich auf eine langwierige Untersuchung einstellen. Im Auto war es heiß und stickig, obwohl Wutus beide Seitenfenster seines koreanischen Mittelklassewagens heruntergelassen hatte. Und noch konnte er 30 fahren. Das würde sich bald ändern. Wutus hasste Fälle im Rotlichtmilieu. Gedränge, schaulustige, nacktes Fleisch, das einen ansprang. Er hielt die rechte Hand vor Mund und Nase und sog prüfend die Atemluft hoch. Der Gerichtsmediziner hatte ihn so komisch angeguckt. Ja, jetzt roch er die Bierfahne. Am Dammplatz bucke nach rechts ab, während er gleichzeitig die Tüte mit den Salmiak-Pastillen suchte. Als er sie endlich aus dem Handschuhfach gefischt hatte, musste er auch schon abbremsen. Wütend schlug der Kommissaris auf die Hupe. Als Reaktion erntete er gelangweilte bis belustigte Blicke. Darin waren sich die Junkies, Dealer, Touristen und Zuhälter einig. Am Vorburgwal wurde es noch schlimmer. Für die 200 Meter entlang der Gracht brauchte er zehn Minuten. Lauffaule Freier verhandelten vom Wagen aus mit den Huren. Wutus hupte wie ein Verrückter. Das Wort Kanake schwirrte durch die Luft. Die schwitzigen Hände des Polizeimanns krampften sich um das Lenkrad. Nicht provozieren lassen. Er schaute stur gerade aus. In einer schmalen Seitengasse blockierten zwei Polizeiwagen fast die gesamte Breite des Durchgangs. Wutus parkte dicht an der Hauswand. Ein Blau-Uniformierter, der auf seiner Wagentür lehnte, machte eine unwillige Handbewegung. Wutus stieg aus. Mit Absätzen, die an allen seinen Schuhen mindestens handbreit hoch waren, maß er gerade einen Meter siebzig. Der Uniformierte walzte auf ihn zu. »Machen Sie, dass Sie wegkommen! Sie können hier nicht parken!« Wutus zeigte ihm seinen Dienstausweis. »Oh, entschuldigen, Jingmin Herr, ich konnte ja nicht ahnen...« »Schon gut«, sagte Wutus müde. »Wo ist es?« »Direkt vor Ihnen.« Der niedere Dienstgrad hatte von Arroganz auf Beflissenheit umgeschaltet. Zur Bekräftigung seiner Worte zeigte er auf ein Fenster mit roter Neonröhre. »Die Spurensicherung war schon da. Haben anscheinend nicht viel gefunden. Ich meine, gehört zu haben...« »Und Adjutantin Ratsen?«, fragte Wutus. »Äh, ich bin nicht genau orientiert...« Die Fortführung des Gesprächs wurde überflüssig, weil Adjutantin Nellie Ratsen in der Haustür erschien. »Jan, da bist du ja endlich! Wo hast du dich herumgetrieben?« Nellie Ratsen trug das, was sie immer trug, hellblaue Jeans und einen kurzen roten Lederblouson, der in der Hüfte einen Streifen verwaschenen Holzfällerhemdes sichtbar werden ließ. Während die anderen Polizistinnen Gürtelhalfter bevorzugten, zog die Ratsen ihre Pistole aus einem Schulterhalfter, und sie zog sie schneller und traf anschließend besser als die meisten männlichen Kollegen. Im Gegensatz zu Wutus, der bei Schießübungen höchstens mal zufällig das Zentrum der Scheibe durchlöcherte, gehörte Ratsen regelmäßig zu den besten Schützen der Abteilung. Mit flachen Absätzen maß Nellie Ratsen ebenfalls einen Meter siebzig. So konnten sich die beiden Kriminalbeamten bequem in die Augen sehen. »Der Pathologe war eine Plaudertasche«, antwortete Wutus, »und vom Darm bis hierher habe ich eine Ewigkeit gebraucht.« Ratsen grinste. »Die kluge Frau fährt mit dem Fahrrad.« Wutus zog sie ein Stück vom Eingang weg und fragte leise, »wie sieht's aus?« Die Polizistin zog zwei schmale, schwarze Augenbrauenstreifen hoch. Ein paar Zentimeter höher glänzte eine silbrig schimmernde Igelfrisur. Der Typ kam rein und schaffte es gerade noch, seine Hose auszuziehen. Als die Hure ihm einen blasen wollte, machte er schlapp. »Wenn du mich fragst, hat sie nichts damit zu tun. Entweder er wollte sich selbst ausknipsen, oder jemand hat ihm etwas in den Kaffee getan.« Wutus brummte Zustimmung. »Das entspricht dem, was mir der Gerichtsmediziner erzählt hat. Trotzdem möchte ich gerne mit dir sprechen.« Nelly Ratsen wendete halb den Kopf. »Sie ist da drin.« »Hast du Lubbers aufgetrieben?« erkundigte sich Wutus auf dem Weg zum Eingang. Ratsen schnaubte. Er war wenig erbaut, noch eine Extraschicht einzulegen. Nach den Hintergrundgeräuschen am Telefon zu urteilen, wollte er sich gerade einen Frauenringkampf angucken. Wutus zerstört. »Lass ihn. Er ist in Ordnung.« »Ich habe ihn zur Wohnung von Jevis geschickt,« fuhr die Adjutantin ungerührt fort. »Vielleicht findet er ja einen Abschiedsbrief. Dann können wir beruhigt wieder ins Bett gehen.« »Glaube ich nicht. Dass er hier kollabierte, spricht dafür, dass er überrascht wurde.« »Oder er wollte sich vor seinem Tod noch eine Nummer gönnen und hat die Zeit falsch kalkuliert.« An der Türschwelle hielt der Kommissaris aus zwei Gründen die Luft an. Zum einen hatte sich in die Hitze der kleinen Kammer ein fauliger Geruch nach Erbrochenem gemischt. Zum anderen entsprach Mareike seinem Idealbild von Frau, dem er seit Jahren chancenlos hinterherlief. Groß, mit starken Knochen, üppigen Brüsten und langen, blonden Haaren. Mit professionellem Instinkt erkannte Mareike seine Hilflosigkeit. »Hey, wie lange muss ich hier noch rumsitzen? Wenn ich nicht bald wieder Geld verdiene, ruhig Blut,« schaltete sich Nelly Ratzen ein. »Der Kommissaris hat ein paar Fragen an dich.« »So, hat er das?« Mareike blinkerte mit ihren langen Wimpern und flirtete süßlich. »Was willst du denn wissen, mein kleiner Kommissaris?« Ratzen öffnete den Mund, um die Frau zurechtzuweisen, aber Wutus winkte ab. »Wie ist dein Name?« »Mareike von Ahlen.« »Und du hast den Kunden bedient?« »Ja, sicher. Schön war es nicht. Das kann ich dir sagen.« »Und wie lange bist du schon in dem Gewerbe?« »Oh«, Mareike überlegte. »Acht Jahre sind es bestimmt, alles in allem. Seit drei Jahren bin ich Geschäftsführerin von dem Laden hier. Da muss ich nicht mehr selber ran. Das heißt, höchstens, wenn Not am Mann ist. Schließlich habe ich meine Mädchen, die für mich arbeiten. Aber heute, heute hat sich eine krank gemeldet. Grippe.« »Kein Wunder. Hier drin ist das Affen heiß, und dann stellen sie sich halbnackt in die Tür. Auf die Schnelle konnte ich keinen Ersatz finden. Also, was blieb mir anderes übrig?« »Es hätte nicht zu einer sexuellen Unterversorgung in Holland geführt, wenn ein Bett kalt geblieben wäre,« stellte Ratzen fest. »Ach, Kindchen, du weißt ja nicht, wie teuer diese Bruchbude ist. Von der Miete allein könnte eine friesische Großfamilie leben. Und außerdem, weißt du, ich komme immer noch gut an bei den Männern. »Es gibt viele, die mögen diese Spindeldürrenweiber nicht.« Wuthers schaute zum Fenster, das von einem dicken, roten Vorhang verdeckt wurde. »Erzähl.« »Was?« »Alles. Von Anfang an.« Die Hure stöhnte. »Das habe ich doch schon mit der Fashionbrau da drüben durchgekaut.« »Dann tu es noch einmal, für mich.« Sie kratzte sich ausgiebig unter dem Arm. »Okay.« Als er hereinkam, wirkte er völlig normal. Ein bisschen blass, aber das sind sie ja oft, vor Aufregung oder so. Er zahlte mit einem Hunderter. Dafür gibt's ein paar Extras. Wir zogen uns beide aus, und klar habe ich gemerkt, dass er zitterte, aber immer noch kein Grund zur Aufregung. »Wir haben da unsere Tricks, dass auch solche Typen zu ihrem Vergnügen kommen.« Dann legte er sich aufs Bett. »Tja, und dann war's auch schon vorbei.« »Ich meine, er kriegte einen Krampf, er röchelte irgendein verworrenes Zeug, und dann? Dann war er weg.« »Ganz schön beschissen war mir zumute.« »Das hast du nicht jeden Tag, dass jemand zum Sterben reinkommt?« »Hat er einen Steifen?«, fragte Routes. Die Hoge gluckste. »An was ihr Männer einmal denkt!« »Hat er,« insistierte Routes. »Nein, der war so schlapp wie eine Scheibe Schmelzkäse.« Der Kommissaris schaute ihr fest in die Augen. »Du hast ihn nicht bedient.« Ihre Selbstsicherheit bekam einen Knacks. »Was ist los?« »Du hast uns belogen, ganz einfach. Soll ich dir sagen, woran er gestorben ist?« Unruhig flatterte der Blick der großen, blonden Frau zwischen den beiden Polizisten hin und her. »Was geht mich das an? Ich bin kein Arzt, oder?« »An Kantaridin. Das ist ein Gift.« »Aha!« Mareike schöpfte wieder Mut. »An Gift habe ich auch gedacht. Aber von mir hat er es nicht bekommen, das schwöre ich.« Wutus nickte grimmig. »Das behaupten wir auch gar nicht. Kantaridin, besser bekannt als das Gift der spanischen Fliege, wurde früher als Aphrodisiakum benutzt. Weißt du, was das ist?« »Das zeigt, dass sich Männer auf den Pimmel schmieren, damit er besser steht?« »Ich kenne die Anzeigen, in denen dafür geworben wird. Aber ich würde keinen Gulden darauf wetten, dass es funktioniert.« Nun, Huthus wischte sich den Schweiß von der Stirn. Er fühlte, wie sich auf seinem Rücken eine Pfütze bildete. Kantaridin wirkt. In geringen Dosen führt es zu einer Erektion des Gliedes. Übrigens eine schmerzhafte und wenig zu empfehlende Methode. In größeren Dosen ist es absolut tödlich. Eine Erektion kommt trotzdem zustande. Sie ist langanhaltend, bis über den Tod hinaus. Ich konnte sie in der Gerichtsmedizin bewundern. Mareike blies eine Locke nach oben. Sie wusste, wann sie verloren hatte. »Wie alt ist sie?«, fragte Nelly Ratsen. »Achzehn.«, die Hure machte eine Pause. »Sagt sie.« »Das heißt, sie ist keine achzehn?« »Na ja, vielleicht siebzehn.« »Oder fünfzehn?« »Nein!«, protestierte Mareike. »Älter als fünfzehn ist sie auf jeden Fall.« »Aufenthaltserlaubnis?«, fragte Wuthus. »Der Papierkram interessiert mich nicht. Da müssen sich die Mädchen selbst drum kümmern.« »Sei vorsichtig«, knurrte der Kommissaris. »Wir können dich wegen mehrerer Vergehen drankriegen.« »Ein Anruf in dein Laden wird dichtgemacht«, fügte Ratsen hinzu. »Okay, okay«, jammerte die blonde Frau. »Ich habe einen Fehler gemacht. Aber es war wirklich genau so, wie ich es erzählt habe. Leigh lügt nicht. Dafür kenne ich sie zu gut.« Sie fuhren durch das nächtliche Amsterdam und hatten die engen Straßen der Altstadt längst hinter sich gelassen. Nelly Ratsen lenkte den Wagen über eine vierspurige Schneise, vorbei an Vierteln, deren Häuser dunkel und öde waren. Hier wohnte der kalvinistische Mittelstand, der nichts mit dem Treiben im Zentrum zu tun haben wollte. Ziel der beiden Polizisten, denen sich die Bordellgeschäftsführerin ohne großen Protest angeschlossen hatte, war eine Hochhaussiedlung an der Peripherie. Dort hatte Mareike van Aalen eine Wohnung gemietet, in der zurzeit vier Asiatinnen lebten. Junge Frauen, die allesamt für sie arbeiteten. Und dorthin hatte sie auch Leigh geschickt, bevor der Krankenwagen und die Polizei auftauchten. »Also«, sagte Wutus, »wer ist diese Leigh?« »Sie kommt aus Thailand und hat einen unaussprechlichen Nachnamen. Kertpol oder so ähnlich.« »Sie war nicht unerfahren, versteht ihr?« »Diese verdammten Kinderficker!«, Ratsen schlug auf das Lenkrad. »Bei mir hat sie es jedenfalls besser«, verteidigte sich die Hure. »Aids ist kein Thema. Ohne Kondom läuft gar nichts. Außerdem kommt regelmäßig der Doktor. Sie hat ein eigenes Zimmer und genug Geld, um ihre 20-köpfige Familie in Chiang Mai über Wasser zu halten. »Nun mach bloß nicht auf sozial«, maulte die Adjutantin. »Du lässt dir garantiert nicht mehr als ein Taschengeld.« Wutus atmete hörbar aus. »Wie weit ist es noch?« »Da vorne. Das dritte Gebäude auf der rechten Seite.« Mareike beugte sich vor. »Du stammst doch auch von da unten, nicht wahr?« »Nein«, sagte der Kommissaris schroff. »Ich dachte wegen der Hautfarbe.« In einem halsbrecherischen Manöver lenkte Ratsen den Wagen auf den Bürgersteig und brachte ihn mit quietschenden Reifen zum Stehen. »Verdammt noch mal, du ruinierst meine Stoßdämpfer«, beschwerte sich Wutus. Seine untergebene reagierte kühl. »Reg dich ab! Diese Reisschüsseln sind für Schotterpisten gebaut!« Der Hausflur war übersät mit Fresken des ausgehenden zwanzigsten Jahrhunderts, gesprähten kryptischen Botschaften. Und wenn man wollte, konnte man den braunen Fleck in der Ecke für getrocknetes Blut halten. Die Aufzugtür öffnete sich mit dem Aufschrei einer gequälten Kreatur. »Sind das die Annehmlichkeiten, die du deinen Mädchen zu bieten hast?«, höhnte die Polizistin und schob ihre rechte Hand unter die rote Lederjacke. Wutus, der diese Geste zu deuten wusste, schüttelte unmerklich den Kopf. Er kannte Nellys Vorliebe für Rambo-Auftritte. Mareike, die davon nichts mitbekommen hatte, sagte, »Versuch mal, in der Innenstadt eine Wohnung für Ausländer zu bekommen. Das kannst du vergessen.« Der Aufzug bewegte sich rasselnd nach oben und alle drei waren froh, als sich in der siebten Etage die Tür wieder öffnete. Zwanzig Meter weiter drückte die Huche auf einen Klingelknopf. Zuerst geschah nichts, dann hörte man ein anhaltendes Husten. »Das ist die mit der Grippe«, kommentierte die Bordellchefin. Nach halbminütigem Dauerklingeln näherte sich das Husten. »Wer ist da?«, fragte eine dünne Stimme durch die geschlossene Tür. »Ich bin's. Mareike, mach auf!« Eine zierliche Asiatin in einem übergroßen grünen Bademantel wurde sichtbar. Misstrauisch beäugte sie die beiden Gestalten hinter ihrem Boss. »Ist schon in Ordnung. Die sind zwar von der Polizei, aber... Naja, sie wollen mit Lee sprechen. Lee ist doch da, oder?« Die Bademantelträgerin trat Husten zur Seite. »In der Küche.« Lee erhob sich zitternd von ihrem Stuhl, als der Kommissaris und die Adjutantin die Küche betraten. Wutus registrierte sofort, dass Lees Haut ein wenig heller war als seine. »Verdammter Rassist«, dachte er. Eine halbe Stunde später standen die beiden Polizisten allein vor dem Hochhaus. »Sie ist ein Typ, stimmt's?«, sagte Nelly Ratsen ungewohnt sanft. »Wer?« »Mareike, natürlich. Ich könnte mich direkt in sie verlieben. Aber ich glaube, sie steht nicht auf Mädels.« »Na, dann haben wir wohl beide Pech.« Wutus gab ihr einen Schubs. »Lass uns zum Büro fahren und sehen, was Lubbers rausgefunden hat.« Huftagent Pete Lubbers war ein Gelboy von Ende Zwanzig, mit einem so glatten und unbedarften Gesicht, als wäre er nie mit den Tücken und Untiefen des Lebens in Berührung gekommen. Eine Fehleinschätzung, der auch schon mancher Verbrecher aufgesessen war. Deutliche Missbilligung stand in sein Milchgesicht geschrieben, als Wutes und Ratzen eintraten. Wütend schleuderte er die Zeitung beiseite, in der er geblättert hatte. »Na endlich! Ich dachte schon, ich müsste die ganze Nacht hier herumsitzen.« »Wir hatten zu tun,« sagte Wutes knapp. »Und du? Was hast du gemacht?« »Ein Schweinestall,« mohlte der junge Kollege. »Die Wohnung von diesem Jellis müsst ihr euch angucken. Der hat seit einer Ewigkeit nicht mehr aufgeräumt. Ein Gestank, dass die... Und?« fragte Nelly Ratzen. »Nee, kein Abschiedsbrief.« »Ach sonst nichts, das auf einen Selbstmord hindeutet.« »Ich habe ein paar Nachbarn aus dem Bett geklingelt. Jellis hat offensichtlich eine Freundin gehabt, die regelmäßig zu Besuch kam.« »Name unbekannt.« »Seit zwei Wochen ist sie nicht mehr gesehen worden.« »Liebeskummer,« sagten Ratzen und Wutes gleichzeitig. Lubbers zuckte mit den Achsern. »Jellis hat nicht viel mit seinen Nachbarn geredet. Der Zustand der Wohnung könnte allerdings für diese These sprechen.« »Die Wohnung muss gründlich untersucht werden,« entschied Wutes. »Ich kümmere mich darum,« meldete sich die Adjutantin sofort. Der Kommissaris schenkte ihr einen dankbaren Blick. »Dann sollten wir alle ein paar Stunden schlafen.« Die hohen Holzregale mit den kunstvoll eingebundenen, jahrhundertealten Büchern verströmten einen Geruch, der irgendwo zwischen altjüngferlicher Gouvernante und modrigem Keller lag. Cosima Tannhäuser dachte an die vielen Leben, die dort aufgereiht standen. Denker, die sich ganz der Erforschung der Naturwissenschaften oder der Philosophie gewidmet hatten. Männer in plüschigen Hausmänteln, das schüttere Haupthaar von langen, weißen Perücken bedeckt, über Stehpulte gebeugt, während hinter ihren Rücken Kaminfeuer knisterten. Federkiele, die dann und wann in Tintenfässer tauchten, um mit kratzenden Geräuschen Blätter makellosen Papieres mit verschnörkelten Schriftzeichen zu bedecken. Cosima seufzte. Eine Bibliothek war auch eine Gruft. Statt Grabsteinen kündeten dünngedruckte, vergilbte Seiten vom Leben und Sterben. Die Bibliothekarin rief sich zur Ordnung. Vermutlich waren die Albträume, die sie letzte Nacht heimgesucht hatten, für die düsteren Gedanken verantwortlich. Immer wieder war sie schweißgebadet aufgewacht und hatte wie gebannt auf die Schattenspiele an der Wand gestarrt, bis sie sicher sein konnte, dass sich keine Gespenster in ihr Zimmer verirrt hatten. Heute Abend, nahm sie sich vor, würde sie die alte Desolies nach dem Ursprung der ächzenden Geräusche fragen, die mit Sicherheit nicht von schlecht geölten Fahrrädern auf der Straße stammten. Michel de Vries kam der Deutschen entgegen, der Mann, der sie gestern herumgeführt hatte. Ein Holländer mit breitem Körper und einem großen Kopf. Einen umgänglichen Eindruck hatte er gemacht, und Cosima freute sich darauf, mit ihm zusammenzuarbeiten. Doch auf dem freundlichen, stets zu einem lächelnbereiten Gesicht zeichnete sich jetzt Betroffenheit ab. »Hallo«, begrüßte ihn Cosima. De Vries nickte nur. »Tut mir leid, aber wir müssen unser Programm für heute ändern.« Er holte Tiefluft. »Ein Kollege ist gestorben. Ruth Jellis, einer der Restauratoren. Ich habe ihn dir gestern gezeigt, in der Werkstatt, weißt du?« Cosima konnte sich dunkel an den Namen erinnern, aber nicht an das dazugehörige Gesicht. »Ein netter Mann«, fuhr De Vries fort, »manchmal ein bisschen sonderbar. Richtig fantastisch, wenn es um seine Handschriften ging. Da durfte ihm niemand, wie heißt es auf Deutsch, dazwischen gehen.« »Dazwischen funken«, korrigierte Cosima automatisch. »Funken, richtig«, wiederholte De Vries. Er war ein von der Welt anerkannter Fachmann, was das Restaurieren von Handschriften angeht. »Woran ist er denn gestorben?«, erkundigte sich die Deutsche höflich. De Vries singte die Stimme. »Man weiß es nicht. Wir haben einen Anruf von der Polizei erhalten. Kann sein, er hat Suizid gemacht.« »Selbstmord?« »Ja. Die Polizei hat noch kein Ergebnis.« »Wenn nicht Selbstmord?« Er ließ den Satz unvollendet. Cosima spürte, wie sich die Haare an ihren Armen aufrichteten. »Du meinst, er könnte ermordet worden sein?« »Nicht hier«, flüsterte der Holländer und legte zur Demonstration einen Zeigefinger vor den Mund. Cosima blickte sich um. Die Studenten, die durch die Gänge des Handlesesaales wandelten und mit schiefgestellten Köpfen die Titel auf den Buchrücken zu entziffern versuchten, schienen weit genug entfernt zu sein. Aber De Vries war schon davon geeilt, und so blieb ihr nichts anderes übrig, als ihm zu folgen. »Ein Gerücht geht schnell umher«, meinte der Bibliothekar, als die Stahltür hinter ihnen ins Schloss gefallen war und sie in einem kahlen Flur standen. »Jedenfalls ist Jellis keines natürlichen Todes gestorben. Vermutlich war es Selbstmord, aber ausschließen kann man das andere nicht.« Cosima dachte an ihr mulmiges Gefühl beim Betreten der Bibliothek. »Gab es denn einen Grund, ihn zu ermorden?« »Nein, nein, lassen wir das. Ich hätte gar nicht damit anfangen sollen. Nur, ich muss mich jetzt um einiges kümmern und kann dir das Computersystem nicht erklären. Aber vielleicht hilft es, wenn du dich theoretisch damit beschäftigst. Ich gebe dir ein Handbuch.« »Gerne«, pflichtete ihm Cosima ohne Überzeugung bei. Handbücher über Computersysteme hasste sie noch mehr als Computersysteme selbst. Sie würde herzlich wenig verstehen, dessen war sie sich sicher. Der fensterlose Flur führte durch den Bauch der Bibliothek vorbei an klimatisierten Magazinen, in denen zehntausende von Büchern darauf warteten, ausgeliehen zu werden. Schließlich kamen sie zu einem Raum, in dem mehrere Terminals standen und Bibliothekare normalerweise damit beschäftigt waren, neue Bücher zu sichten, zu bestellen und zu katalogisieren. Jetzt aber saß niemand an seinem Schreibtisch. Die heftig diskutierende Gruppe in der Mitte schenkte den beiden Neuankömmlingen keine Beachtung. Cosima, die nur ein paar holländische Redewendungen beherrschte, dachte, dass die Aufregung mit dem Tod des Restaurators zusammenhinge. Auch de Vries schien zunächst dieser Meinung zu sein. Er hatte schon einen Containerschrank geöffnet und ein dickes Ringbuch herausgenommen, als er plötzlich innehielt. Cosima beobachtete, wie sich sein Gesicht verfärbte. Dann lief der Holländer zu seinen Landsleuten. Cosima ahnte, dass sich ein neues Unheil ereignet hatte, aber sie musste fünf Minuten warten, bis sich de Vries an sie erinnerte. »Tut mir leid«, sagte er zerknirscht, »ich bin sehr, sehr unhöflich.« »Was ist denn passiert?«, erkundigte sich die Deutsche. »Ein neues Unglück.« De Vries rieb sich das kantige Kinn. Cosima wurde bleich. »Doch nicht etwa noch ein?« »Nein.« »Kein menschliches Unheil.« »Eine Handschrift ist verschwunden.« »Aus dem Safe.« »Eine sehr wertvolle Handschrift.« »Offenbar gestohlen.« »Dabei ist der Safe nicht demoliert.« »Das heißt, einer von uns muss es gewesen sein.« Kommissaris Jan Wuthers gehnte. Er hatte drei Stunden geschlafen und fühlte sich zerschlagen. Außerdem war der Gestank in Jellis Wohnung nicht dazu angetan, seine Stimmung zu heben. Überall standen leere Bier-, Wein- und Schnapsflaschen herum, garniert mit Pappschachteln, die dokumentierten, dass sich der Wohnungsbesitzer vorwiegend von Hamburgern und Pommes frites ernährt hatte. Wahrscheinlich wäre Jellis früher oder später an Leberzirrhose oder an einer Verfettung der Herzkranzgefäße gestorben, wenn nicht eine radikalere Vergiftung mit dieser Schleichenden konkurriert hätte. Wuthers spürte, wie sich sein Magen ruckartig zusammenzog und eine Welle von Übelkeit aussandte. Er schluckte. »Hier!« Nelly Ratsen hielt ihm triumphierend eine kleine Metalldose vor die Nase. »Was ist das?« »Kokain.« »Der Experte von der Spurensicherung hat es überprüft.« »Aha«, meinte der Kommissaris lustlos. »Jellis hat anscheinend kein Rauschmittel ausgelassen.« »Aber das da«, Ratsen schwenkte die Dose, »kostet wesentlich mehr als der Alk, den er in sich hineingeschüttet hat. Woher hatte er als kleiner Bibliotheksangestellter das Geld, um sich so etwas leisten zu können?« »Haben wir seine Vermögensverhältnisse überprüft?« »Keine Verschuldung, aber auch kein Polster, etwa aus einer Erbschaft. Das Konto bewegt sich im grünen Bereich.« »Und was schließt du daraus?« »Dass das Kokain eine Spur ist, der wir nachgehen sollten.« Wuthers rülpste hinter vorgehaltener Hand. »Er ist an Kantaridin gestorben. Vergiss das nicht.« »Ich weiß. Die Jungs von der Spurensicherung haben sich redlich bemüht, es zu finden. Ohne Ergebnis. Erst einmal müssen wir das nehmen, was wir haben.« Pete Lubbers, frisch gegelt und ohne Anzeichen eines nennenswerten Schlafmangels, stieß zu seinen Vorgesetzten. »Was habe ich euch gesagt? Ein Saustall!« Wuthers zeigte auf ein eingerahmtes Porträtfoto an der Wand. Eine Frau mit blonder Kurzhaarfrisur und energischem Grübchen im Kinn, die den Fotografen spöttisch anlächelte. »Ist das die Freundin von Jellis?« Lubbers warf einen kurzen Blick auf das Bild. »Möglich.« Wuthers und Ratsen schauten ihn stumm an. Es dauerte drei Sekunden, bis der Benjamin der Mordkommission begriff. »Okay, ich bin schon unterwegs.« Als Lubbers mit dem Bild verschwunden war, fegte Wuthers zwei Pappschachteln von einem Sessel und ließ sich darauf fallen. »Dieses Kantaridin macht mir Sorgen.« »Der Gerichtsmediziner sagt, dass es in unseren Breiten und im 20. Jahrhundert ein höchst ungewöhnliches Mittel ist, um jemanden wegzuputzen.« »Woher kommt es?« »Wer verfügt in Amsterdam oder, sagen wir, in ganz Holland überkannter Redin?« »Ist da irgendwo etwas verschwunden?« »Das sind zeitaufwendige Ermittlungen.« »Aber ich schätze, wir kommen nicht drum rum.« »Wir brauchen mehr Leute,« stellte die Adjutantin fest. Wuthers nickte. »Ich werde mit dem Hoftkommissaris sprechen.« Aus dem Schlafzimmer kam ein Mann herüber, der sich weiße Plastikhandschuhe von den Händen pellte. Es war Jakob Appel, der Chef der Spurensicherung. »Wir sind hier soweit fertig. Morgen kriegst du den Bericht.« »Gibt es etwas, was ich jetzt schon wissen müsste?«, fragte Wuthers. »Nichts Aufregendes. Wir haben überhaupt nur Fingerabdrücke von zwei Menschen festgestellt. Zum einen die des Toten, natürlich. Die anderen gehören höchstwahrscheinlich seiner Freundin. Denn im Umfeld des Bettes und im Badezimmer gibt es eine Menge blonder Haare. »Eigentlich müssten wir eine Schmutzzulage kriegen. Der Kerl hat seit mindestens einem Monat nicht mehr geputzt.« »Ansonsten keine Spuren, die auf einen Kampf oder einen Einbruch hindeuten. Proben von allen flüssigen und festen Substanzen, die ein Mensch zu sich nehmen kann, werden im Labor auf Cantaridin untersucht. Das ist alles.« »Danke,« sagte der Kommissaris. »Zieht die Tür hinter euch zu.« Der massige Spurensicherungsmann wackelte hinaus und Nelly Ratzen tigerte unruhig durch das Zimmer. »Die Freundin,« sinnierte sie, »ist möglicherweise der Schlüssel. Vielleicht hat Jellis sie verlassen und sie wollte sich rächen.« »Schau dir das an.« Wuthers machte eine Kreisbewegung mit dem Kopf. »Der Typ war fertig. Würdest du dich an so einem rächen wollen?« »Ich habe keine Erfahrungen mit Männern. Aber die ein oder andere Frau hätte ich schon gerne umgebracht, wenn es nicht strafbar wäre.« Der Kommissaris hatte keine Lust, das Thema zu vertiefen. »Sag mal, gab es eigentlich irgendwelche Verwandte, die du verständigt hast?« »Ja und nein.« »Was heißt das?« »Die Mutter von Jellis lebt noch. Besser gesagt, sie vegetiert in einem Altenheim. Alzheimer in fortgeschrittenem Zustand. Die Heimleiterin meint, dass sie ihren Sohn wahrscheinlich nicht identifizieren könnte.« Wuthers brummte. »Wo bleibt denn Lobbers?« Wie aufs Stichwort klingelte es an der Wohnungstür. »Bingo!« triumphierte der Juppie. »Drei Nachbarn haben einwandfrei bestätigt, dass es sich um Jellis Freundin handelt. Und der Frau von oben ist eingefallen, dass sie einmal gehört hat, wie Jellis im Hausflur Brenda zu ihr gesagt hat.« »Dann haben wir sie,« freute sich die Adjutantin. »In Jellis Notizbuch gibt es sechs Frauennamen, aber nur eine Brenda.« »Ist es nicht fürchterlich?« wandte sich der Hoftagent an Wuthers. »Sie scheint einfach alles in ihrem Gehirn zu speichern.« Ein schwarzlackierter Fingernagel piekste in sein dunkelgrünes Polohemd. »Frauen müssen besser sein als ihre schwanztragenden Kollegen, wenn sie etwas werden wollen. Während du deinen Schönheitsschlaf gehalten hast, habe ich mich mit dem Fall beschäftigt.« »Außerdem schläft sie nie,« maulte Lobbers. »Aufhören,« kommandierte Wuthers. »Nelly, wir beide fahren zu dieser Brenda. »Piet, du versuchst herauszufinden, wo man in Amsterdam Kantaridin kaufen kann.« »Noch Fragen?« »Warum darf ich nicht mal was Interessantes machen?«, stöhnte Lubbers. »Weil du zu klein bist,« sagte die Frau mit der Igelfrisur und stolzierte an ihm vorbei. Um das Manuskript rangt sich eine Legende. Der Text stammt zweifelsfrei von Spinoza, Baruch de Spinoza, einem jüdisch-holländischen Philosophen des 17. Jahrhunderts. Nur, es ist nicht seine Handschrift. Zahlreiche Handschriften und Briefe von Spinoza sind erhalten, und so kann man ausschließen, dass er den Text selbst geschrieben hat. Fragt sich also, wer ihn geschrieben hat und warum. Bezüglich der Person tippt man auf einen leidener Studenten, der seinerzeit im Hause Spinoza wohnte. Noch interessanter aber ist die zweite Frage. Könnte es sein, dass der Student die Gedanken Spinoza aufgeschrieben hat, ohne dass der Philosoph es wusste? Um sie Leibniz zukommen zu lassen, der stark an Spinoza's Ethik interessiert war? Für diese These spricht, dass das Manuskript an der Front zwischen der holländischen und der französischen Armee abgefangen wurde. Michel de Vries schob sich ein Stück Tofu-Burger in den Mund und kaute genüsslich. Ihm gegenüber saß Cosima Tannhäuser, die in ihrem Rohkostsalat pulte. Sie hatte tausend Fragen, aber sie traute sich nicht, ihre Unwissenheit zu offenbaren. De Vries bemerkte ihre Unsicherheit. Entschuldigung, ich rede, als wärst du eine Spezialistin. Dabei kennst du sicher nicht die Hintergründe, oder? Cosima wurde rot. Von Spinoza habe ich schon gehört. Allerdings, möchtest du vielleicht, dass ich erkläre? fragte der Holländer und packte eine Ladung Hirse-Risotto auf die Gabel. Ja, nickte die Frau aus Gelsenkirchen. Ich würde gern mehr darüber erfahren. Deshalb bin ich ja hier in Amsterdam. Gut. De Vries schluckte. Fangen wir von vorne an. Baruch de Spinoza lebte Mitte des 17. Jahrhunderts in Amsterdam. Sein Vater war ein jüdischer Gewürzhändler und nach dem Tod des Vaters übernahm Baruch zusammen mit seinem Bruder das Geschäft. Vermutlich an der Amsterdamer Gewürzbörse kam Spinoza in Kontakt mit Leuten, die einer radikalen christlichen Glaubensgemeinschaft angehörten, den Kollegianten. Die Kollegianten lehnten jede Form des Gottesdienstes ab und diskutierten über moderne Wissenschaften. Vor allem beschäftigten sie sich mit dem französischen Philosophen Descartes, der damals auch in Amsterdam lebte. Baruch de Spinoza hat nie an einer Universität studiert. Er war ein genialer Autodidakt. Bald übertraf er seine Freunde, was Kenntnisse und wissenschaftliche Methodik anging. Doch als er sich wissenschaftlich mit dem Alten Testament beschäftigte, geriet er in Konflikt mit der jüdischen Gemeinde. Die orthodoxen Rabbiner hielten ihn wie einen Ketzer und verhängten den Bannfluch über ihn. De Vries machte eine Pause und schaufelte sich schnell den Resthirse in den Mund. Kauend fuhr er fort. Es klingt schlimmer, als es in Wirklichkeit war. Spinoza glaubte schon längst nicht mehr an den Gott seiner Vorfahren. Im Grunde störte es ihn nicht sehr, dass er von der Synagoge ausgeschlossen wurde. Schlimmer traf es ihn ein paar Jahre später, als die Rabbiner seine Verbannung aus Amsterdam durchsetzten. Baruch de Spinoza hatte sein ganzes Leben in Amsterdam verbracht. Zuerst im jüdischen Ghetto, später im Hause des Privatdozenten van den Enden. Dass er von Amsterdam nach Grinsburg, einem kleinen Ort in der Nähe von Leiden, umziehen musste, hat ihm nicht sehr gefallen. Auf der anderen Seite gewann er neue, mächtige Freunde. Dirigenten, Abkömmlinge der reichsten Handelsfamilien, die alle wichtigen Ämter der Republik besetzten, waren wissenschaftlich interessiert und liberal gesinnt. Ratspensionär Johann de Witt, der höchste Beamte der Niederlande, hielt seine schützende Hand über Spinoza. Für ihn und die anderen Regenten schrieb Spinoza den theologisch-politischen Traktat. Darin verteidigt er das politische System der Republik und verurteilt die absolutistische Monarchie. Allerdings rief der theologische Teil einen Sturm der Entrüstung hervor. Nicht nur bei den Rabbinern, sondern auch bei den kalvinistischen Predigern. Man warf dem anonymen Verfasser, Spinoza hatte vorsichtshalber nicht seinen Namen darunter gesetzt, vor, den Atheismus zu propagieren. Selbst Johann de Witt konnte nicht verhindern, dass der Traktat verboten wurde. Ist das Manuskript in dieser Zeit entstanden? fragte Cosima. Nein, etwas später. Da war Spinoza schon nach Den Haag umgezogen und arbeitete an der Ethik, seinem Hauptwerk. Es ist übrigens erst nach seinem Tod veröffentlicht worden. Die Regenten hatten dem Philosophen davon abgeraten, es drucken zu lassen. Und nachdem der Ratspensionär de Witt 1672 von Anhängern des Oranierprinzen gelünscht worden war, sah Spinoza ein, dass die Zeit noch nicht reif für seine Ideen war. Fortan gab er nur seinen engsten Freunden Einblicke in seine Gedankenwelt. Und gerade dieser Umstand wirft ein, wie sagt man, bemerkenswertes Licht auf das Manuskript, das jetzt gestohlen wurde. Möchtest du einen Kaffee? Gerne, antwortete die Deutsche. Sie schob ihren halbgefüllten Teller zur Seite. De Vries runzelte die Stirn. Magst du das Essen etwa nicht? Doch, es ist nur so, so gesund. Kopfschütteln stellte sich der Bibliothekar in die Schlange an der Theke. Auf dem Weg zur angestellten Kantine hatte er Cosima verraten, dass er Vegetarier sei und das Töten von Tieren grundsätzlich ablehne. Aus purer Höflichkeit hatte sie, nach einem sehnsüchtigen Blick auf die Bratwürste, ebenfalls das Rohkostgericht geordert. Denn als Aasfresserin, so nannte De Vries die Menschen, die Würste vertilgten, hätte sie sich die Sympathien ihres bislang einzigen Vertrauten in der Bibliothek sicher verscherzt. Der Holländer kam mit zwei Tassen zurück. Zumindest der Kaffee schmeckte ausgezeichnet. Um es kurz zu machen, setzte De Vries seine Erzählung fort. 1672 brach der Krieg zwischen Frankreich und den Niederlanden aus. Der Oranierprinz Wilhelm III. übernahm die Macht in den Generalstaaten, und er war weitaus reaktionärer als de Witt. Spinoza ging sozusagen in Deckung. Bis zu seinem Tod 1677 veröffentlichte er nichts mehr. Aber er hatte Schüler und wurde von Gelehrten besucht, auch von dem deutschen Philosophen Gottfried Leibniz. Leibniz war überzeugter Christ, wollte Wissenschaft und Gottesglauben in Einklang bringen und fand den Materialismus Spinozas schier unerträglich frech. Trotzdem hatte er jahrelang versucht, in den Besitz einer Abschrift der Ethik zu kommen. Spinoza lehnte ab, aus den bekannten Gründen, zumal Leibniz zu der Zeit im Feindesland lebte, nämlich in Paris. De Vries trank einen Schluck Kaffee. Soweit die bekannten Tatsachen. Alles andere ist Spekulation. Leibniz hat einen Deutsch-Holländer namens Georg Hermann Schuller damit beauftragt, die Ethik zu besorgen. Schuller wiederum, ein Mann von zweifelhaftem Charakter, der nach Spinozas Tod in dessen Briefen herumgepfuscht hat, könnte den leidender Studenten auf Spinoza angesetzt haben. Leibniz war ein berühmter und einflussreicher Mann. Schuller hätte mit dem Manuskript Pluspunkte sammeln können. Ob nun der Student tatsächlich die Ethik gelesen und eine eigene Zusammenfassung gegeben hat, oder ob er nur den Inhalt der Gespräche mit Spinoza niedergeschrieben hat, wissen wir nicht. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass das Manuskript sich auf einem Schiff befand, welches in der Nähe von Utrecht von holländischen Soldaten durchsucht wurde. Der Text war so fremdartig, dass die Soldaten glaubten, eine geheime Botschaft an die Franzosen entdeckt zu haben. So kam das Manuskript nach Amsterdam, wo es erst 200 Jahre später wiederentdeckt wurde. Das ist die ganze Geschichte. Hast du eine Ahnung, warum gerade dieses Manuskript gestohlen wurde? De Vries zuckte mit den Schultern. Ich glaube, wir müssen zurück in die Bibliothek. Nach dem diffusen Dämmerlicht der Kantine, wo man die großen Fenster hinter Vorhängen versteckt hatte, wurden sie vom hellen Tageslicht geblendet. Es gibt wertvollere Manuskripte im Safe, keine Frage. Warum gerade dieses gestohlen wurde, ich weiß es nicht. Verkaufen, ich meine, öffentlich anbieten, lässt es sich ohnehin nicht. Jeder, der sich ein bisschen damit auskennt, wüsste, woher es stammt. Und es sei denn, der Holländer stockte. Ja, ermunterte ihn die Deutsche. Nun, beim Kunstraub kennt man dieses Phänomen. Ein Liebhaber möchte ein ganz bestimmtes Kunstwerk besitzen, das in einem Museum hängt. Er gibt, wenn er reich und skrupellos ist, den Diebstahl in Auftrag und begnügt sich damit, das Bild allein anzuschauen. Sie kamen an kleinen Cafés und Second-Hand-Buchläden vorbei. Cosima mochte die Atmosphäre im Universitätsviertel. Bei früheren touristischen Expeditionen nach Amsterdam hatte sie, zum Unwillen von Markus, Stunden in den verwinkelten, muffigen Antiquariaten verbracht und nach übersehenen Kostbarkeiten gesucht. Doch im Moment war sie ganz von den mysteriösen Vorgängen in der Bibliothek gepackt. Der Tod des Restaurators ... Jelles, warf de Vries ein. Könnte er mit dem Diebstahl zusammenhängen? Der Bibliothekar dachte nach. Es ist Aufgabe der Polizei, das herauszufinden. Bei ihm zu Hause war das Manuskript jedenfalls nicht. Sie erreichten den Eingang der Bibliothek. De Vries legte seine Hand auf Cosimas Schulter. Als sie ihn überrascht anblickte, überzog ein leichtes Rosa seine bleiche Gesichtshaut. Er schluckte. Hast du heute Abend schon etwas vor? Brenda van Burg wohnte im vornehmen Amsterdamer Vorort Amstelwein. Besser gesagt, ihre Eltern besaßen dort eine Villa und sie hatte sich nicht die Mühe gemacht, ihr Apartment im zweiten Stock gegen eine eigene Wohnung zu tauschen. Wenn man den Blick in Rechnung stellte, den sie von dort oben auf den geräumigen Park hatte, mit dem künstlichen Teich in der Mitte, auf dem einige Wasserhühner paddelten und den vielen Blumen und Sträuchern drumherum, die von einem schwarzen Gärtner in Schuss gehalten wurden, bestand dazu auch keine Veranlassung. Im Moment befand sich Brenda van Burg zwei Etagen tiefer, auf der Terrakotta-Terrasse, die sich an die rückwärtige Front des Hauses anschloss, und im Zwiegespräch mit zwei Polizisten, einem kleinen, braunhäutigen Mann, der Schuhe mit lächerlich hohen Absätzen trug, und einer Frau in einer billigen, roten Lederjacke, die für ihre Igelfrisur mindestens zehn Jahre zu alt war. »Nein, ich habe es nicht gewusst«, sagte Brenda. »Ich höre keine Nachrichten, und selbst wenn«, Kommissaris Jan Wutes fühlte sich unwohl. Die Frau in dem eleganten, grauen Kostüm ließ ihn deutlich ihre Arroganz spüren. Seit den Zeiten der ostindischen Kompanie gab es nicht nur das liberale, aufgeklärte Holland, sondern auch das Holland der Sklavenhändler und rücksichtslosen Ausbeuter. Keine Frage, in welcher Tradition die van Burgs standen. »Sein Tod scheint sie nicht sehr zu berühren«, sagte Nelly Ratzen. »Immerhin war Jellis ihr Freund.« Auch Ratzen war deutlich zurückhaltender als sonst. Leute wie die van Burgs verfügten über die besten Anwälte und Beziehungen. Gegen sie zu ermitteln, das wusste die Adjutantin aus Erfahrung, stellte sich oft als ein Eiertanz heraus, bei dem man leicht seine Selbstachtung oder das Wohlwollen der Vorgesetzten verlieren konnte. »Wahr, das ist richtig, Mephru. Ich habe mich vor drei Wochen von Ruth getrennt. Viel zu spät, wenn ich es recht bedenke. Ich glaube, ich hatte Mitleid mit ihm. Wissen Sie, als ich ihn kennenlernte, sprühte er vor Energie. Er konnte fantastisch erzählen. Er war so viel älter und erfahrener als ich. Leider habe ich eine Schwäche für solche Männer.« Es dauerte eine Weile, bis ich merkte, dass vieles nur gespielt war, dass er, um es krasser auszudrücken, Hilfsmittel brauchte, um in Schwung zu kommen. »Kokain«, warf die Adjutantin ein. Brenda von Burg nickte. »Ich dachte, ich könnte ihm helfen, damit aufzuhören.« Eine Fehleinschätzung. Ruth hat mich und meine Hilfsbereitschaft ausgenutzt. Das ist die traurige Wahrheit. »Hat Jellis Selbstmord begangen?« schaltete sich der Kommissaris unvermittelt ein. »Woher soll ich das wissen?« gab die junge Frau unbeeindruckt zurück. »Vielleicht gab es Anzeichen dafür. Er könnte damit gedroht haben, in Gesprächen oder Briefen.« »Seit unserer Trennung hatten wir keinen Kontakt mehr.« »War er psychisch labil?« setzte die Adjutantin nach. »Nein, eher unsensibel. Wenn er Probleme hatte, ertrinkte er sie in Alkohol.« Eine ältere Frau in klassischer, schwarz-weißer Dienstmädchenkleidung, komplett mit Häubchen, betrat die Terrasse. »Haben die Herrschaften einen Wunsch?« Brenda von Burg verscheuchte sie mit einer Handbewegung. »Nein, danke, Marie.« Wutas entging die gezielte Unhöflichkeit nicht. Und gleichzeitig dachte er bewundernd, dass es so etwas noch gibt. Nelly Ratzen erging es offensichtlich ähnlich. Mit spöttischem Unterton fragte sie, »Haben Sie auch einen Butler?« Die schlanke Blondine entblößte zwei Reihen makelloser Zähne zu einem Lächeln. »Es ist schwer, einen Butler zu bekommen. Einen richtigen Butler mit Ausbildung in England. Wir hatten mal einen, aber der ist leider gestorben.« Die beiden Polizisten sahen sich kurz an. »Sie sprachen von Selbstmord?« nahm Brenda von Burg den Gesprächsfaden wieder auf. »Gibt es Zweifel an der Todesursache von Ruth?« »Ja,« antwortete der Kommissaris knapp. »Inwiefern?« »Wir ermitteln noch. Deshalb darf ich Ihnen keine Einzelheiten mitteilen. Nur so viel, Ruth Jellis ist durch ein Gift ums Leben gekommen.« Zwei blaue Augen weiteten sich vor Erstaunen. Nelly Ratzen wurde dienstlich. »Jufu von Burg, wer könnte ein Interesse daran gehabt haben, Jellis umzubringen?« »Ruth?« Die junge Frau schwankte ein wenig. »Niemand. Er hatte keine Feinde.« »Aber einen Dealer.« Brenda blinzelte. »Bitte?« »Kokain bezieht man nicht aus der Apotheke.« Eine lange, schmale Hand suchte Halt an einem Gartenstuhl. »Davon weiß ich nichts.« »Kommen Sie,« sagte der Kommissaris scharf. »Woher hatte er, bei seinem schmalen Gehalt, überhaupt das Geld für die Sucht?« Die elegante Schöne faßte den Horizont ins Auge, der knapp hinter dem Ende des Parks lag. »Ich habe keine Ahnung.« Wutos seufzte. »Erschweren Sie uns nicht unnötig die Arbeit, Jufu von Burg. Auch in Ihrem eigenen Interesse. Wir sind, das möchte ich hier ausdrücklich betonen, nicht ein Rauschgiftmissbrauch, sondern an einem möglichen Mordmotiv interessiert.« »Na gut.« Brenda schaute immer noch zur Seite. »Ich habe ihm gelegentlich Geld zugesteckt. In zwei oder drei Mal habe ich das Zeug selbst probiert, um Ruth eine Freude zu machen.« »Wie nett,« sagte Ratzen. Von Burg funkelte sie an. »Um auf den Dealer zurückzukommen,« sagte der Kommissaris rasch, »kennen Sie seinen Namen?« »Nein, das habe ich Ruth überlassen.« »Haben Sie ihn gesehen?« »Auch nicht.« »Das heißt, doch einmal.« Ich saß in einem Café und Ruth hat draußen auf der Straße mit ihm verhandelt. »Wie sah der Mann aus?« »Es war ein Schwarzer.« Die Adjutantin stöhnte. »Geht das etwas genauer, Jufu von Burg?« »Mein Gott, wie diese Leute eben aussehen. Groß, breite Schultern, so eine bunte Wollmetze auf dem Kopf. Würden Sie ihn wiedererkennen?« »Möglicherweise.« Brenda schaute demonstrativ auf ihre Armbanduhr. »Entschuldigen Sie, aber ich habe heute noch einen Termin.« »Das verstehen wir natürlich,« sagte der Kommissaris höflich. »Eine letzte Frage noch. Wo waren Sie gestern Abend?« »Ich?« »Ach so.« Ein spöttisches Lächeln blitzte auf. »Es geht um mein Alibi. Nun, ich war hier, in meinem Apartment, und habe ferngesehen.« »Gibt es dafür Zeugen?« »Meine Eltern und Marie befanden sich ebenfalls im Haus. Allerdings...« »Ja?« »Ein wasserdichtes Alibi kann ich Ihnen nicht bieten. Ich wusste ja nicht, dass ich eins brauche.« »Sie würden es ohnehin herausfinden.« »Das Haus hat zwei Treppenhäuser.« »Ich verfüge über einen eigenen Eingang.« »Miststück!«, polterte Nelly Ratsen. »Was bildet die sich ein?« »Behandelt uns, als wären wir Zeugen Jehovas, die ihr ein Gespräch über Gott und den nahen Weltuntergang aufzwingen wollen.« »Hm«, machte der Kommissaris. Die Adjutantin lenkte den Wagen auf die Autobahn, die sie ins Zentrum zurückbrachte. Am liebsten würde ich sie vorladen und ein paar Stunden im Verhörzimmer schmoren lassen. Aber ich weiß schon, ihr Vater kennt sicher einen Mann im Innenministerium, der im selben Golfclub wie der Polizeipräsident ist.« »Richtig«, sagte der Kommissaris, »dich stört das wohl überhaupt nicht.« Wutus schaute müde aus dem Fenster auf die vorbeifliegende flache Landschaft. »Was denkst du, Nelly?« »Seit ich mich erinnern kann, werde ich so angeguckt. Neunzig Prozent der Holländer halten mich für einen Kaffer, der gerade von einer Gewürzinsel geflohen ist.« Ratsen bremste abrupt, weil sich ein Laster vor ihnen auf die Überholspur drängte. »Trotzdem hat diese Kuh kein Recht dazu.« Warum hatte sie Michel de Vries abblitzen lassen? Was war denn schon dabei, mit einem Kollegen essen zu gehen? Das bedeute doch nicht, dass man anschließend zusammen ins Bett ging. Wirklich, sie benahm sich wie ein verhuschtes Eheweib, das Angst vor ihrem eifersüchtigen Macho-Typ hatte. Und ohne jeden Grund. Nicht nur, dass zwischen Gelsenkirchen und Amsterdam runde 300 Kilometer lagen. Markus hatte offensichtlich anderes zu tun, als sehnsüchtig auf ihren Anruf zu warten. Heute hatte sie es noch zweimal probiert. Wieder nur der blöde Anrufbeantworter. Vielleicht vergnügte er sich mit irgendeiner gelsenkirchener Tussi. So einer, die ihn nicht in Gespräche über Kunst und Literatur verwickelte. In seinem Fitnessstudio liefen genug Schnäpfen herum, denen er sich geistig überlegen fühlen konnte. Das war ja sein ewiges Problem. Minderwertigkeitskomplexe, weil er nur die Realschule besucht hatte, während sie, Cosima, immerhin das Abitur besaß. Und anfangs hatte es ihr wirklich nichts ausgemacht. Aber inzwischen konnte sie ihre Langeweile nicht mehr verhehlen, wenn er wieder einmal über Schalke 04, die Vor- und Nachteile von Audi und Opel oder die Action-Szenen in den neuesten Hollywood-Streifen redete. Andererseits. De Vries war ja ein netter Kerl, geradezu rührend um sie bemüht. Wie ausführlich er ihr die Geschichte des gestohlenen Manuskripts erzählt hatte. Aber als Mann? Nein, eine Affäre mit De Vries konnte sie sich überhaupt nicht vorstellen. Dazu war der Holländer zu farblos, im wahrsten Sinne des Wortes. Eine kränklich-weiße Haut, und an den Hüften schwabbelte es gewaltig. Die Entscheidung, sich nicht mit ihm zu verabreden, war rein gefühlsmäßig gefallen, sozusagen aus dem Bauch heraus. Das hatte gar nichts mit Markus zu tun, glaubte sie jedenfalls. Cosima Tannhäuser blieb stehen. Sie hatte die Heerenkracht erreicht und sah das Haus, in dem sie die nächsten zwei Monate wohnen würde. Ein schönes Haus. Wie herrlich wäre es, dort eine eigene Wohnung zu besitzen. Cosima seufzte. Ob sie noch schnell zum Blumenmarkt gehen und ein Strauß für die Alte des Solis kaufen sollte? Das brachte eine halbe Stunde Aufschub. Um den Plausch mit ihrer Gastgeberin kam sie heute sowieso nicht herum. Wahrlich keine berauschende Alternative zu einem Abend mit De Vries. Irgendwie hatte sie sich ihren Aufenthalt in Amsterdam aufregender vorgestellt. Als sie den Blumenstrauß in der Hand die Wohnungstür öffnete, hörte Cosima ein Lachen aus dem Wohnzimmer. Aha, die Alte hatte Besuch. Eine Männerstimme. Es kam ihr so vor, als hätte sie die Stimme schon einmal gehört. Unschlüssig blieb sie im Flur stehen. Da rief die helle Stimme der Alten. Kommen Sie, Cosima, kommen Sie! Jetzt wusste sie, woher sie die Stimme kannte. Erst gestern, beim Empfang im Rathaus, hatte er die kleine Gruppe von Bibliothekarinnen im Namen des Kultusministeriums begrüßt. Eine beeindruckende Erscheinung. Etwa dreißig Jahre alt, im eleganten, hellgrauen Doppelreiher, ein schmales Gesicht mit einer leicht gebogenen, aristokratischen Nase, das halblange schwarze Haar streng zurückgekämmt. Er ist ihretwegen da, lächelte Frau de Solis. Eine alte Frau wie ich kommt nicht mehr in die Ehre eines solchen Besuches. Der Mann erhob sich und streckte Cosima seine Hand entgegen. Peter Hobaymer, vom Kultusministerium. Vielleicht erinnern Sie sich? Natürlich, Cosima errötete, ärgerte sich darüber und errötete noch mehr. Wir wollen sicher gehen, dass sich unsere Gäste auch wohlfühlen, dass sie in ihren Gastfamilien gut untergebracht sind. Doch, 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 Frau de Solis ist sehr nett. Mein Gott, war das peinlich. Warum benahm sie sich wie ein Teenager in der Tanzschule? Und wieso hielt sie immer noch den Blumenstrauß in der Hand? Außerdem habe ich einen kleinen Anschlag auf sie vor. Zufällig bin ich im Besitz, einige Karten für die morgige Aufführung der Oper Esmei, in Het Musiktheater. Haben Sie Lust, mich zu begleiten? Bevor Cosima nachdenken konnte, hatte sie schon Ja gesagt. Das Büro im Amsterdamer Polizeipräsidium war weder weitläufig noch ruhig. Draußen holten die Straßenbahnen vorbei, und so hielten die Beamten die Fenster meistens geschlossen, was den dringend notwendigen Luftaustausch auf ein Minimum begrenzte. Also, sagte der Kommissaris, was gibt es Neues, Lubbers? Oh, antwortete der Hofdagent. Ich habe viel gelernt heute Nachmittag. Ich weiß fast alles über Cantaridin. Wir hören. Der dritte Jungpolizist sortierte die Notizzettel, die vor ihm auf dem Schreibtisch lagen. Cantaridin wird aus dem getrockneten spanischen Käfer Lüta Vesicatoria Fabritius gewonnen. Es ist flüssig und äußerst giftig. Die Letaldosis liegt bei 5 Milligramm pro Kilogramm lebend Gewicht. Das bedeutet, man kann einen etwa 70 Kilogramm schweren Menschen, was auf unser Tatopfer zutreffen dürfte, mit 7 Tropfen umbringen. Vergiftungssymptome sind schmerzendem Unterleib, Erbrechen oder Durchfall, ein brennender Schmerz im Hals sowie Schwellungen der Zunge und des, ähm, männlichen Genitals. Herz und Atmung werden zunächst angeregt, dann verkehrt sich die Wirkung in ihr Gegenteil. Der Tod tritt ein durch einen hyperanämischen Schock. Ein hyperanämischer Schock, Loos blätterte in seinen Zetteln, ist ein Schock aufgrund der Verminderung der zirkulierenden Blutmenge. Symptome, Blässe der Haut, kalte Schweißbildung. Und wo kriegt man das Zeug? fragte Akjitan den Ratzen. Nirgendwo. Man kann es nicht kaufen. Wozu auch? Die Zeiten, in denen es als Aphrodisiakum benutzt worden sind, längst vorbei. Es wäre viel zu gefährlich. Wutus und Ratzen guckten ihren Kollegen an. »Piet«, sagte der Kommissaris schließlich, »unser Mann ist an Kantaridin gestorben. Folglich gibt es Kantaridin, vermutlich sogar hier in der Stadt. Die einzige Möglichkeit, die ich sehe, der Kommissaris stöhnte. »Entschuldige«, reagierte der Hoftagent beleidigt, »ich war ja noch nicht fertig.« »Spuck's aus«, ermunterte ihn Nelly Ratzen. »Pharmazeutische Firmen. Kantaridin wird zur Herstellung spezieller Pflaster verwendet, zum Beispiel gegen Insektenstiche. Das Pflaster verhindert das Anschwedanke.« »Danke, das genügt«, wirkte ihn sein Chef ab. »Wir müssen also nur noch die pharmazeutische Firma finden, bei der ein paar Tropfen Kantaridin fehlen.« »Eine Leichtigkeit für dich, Piet.« Bevor der Hoftagent protestieren konnte, klopfte es an der Tür. Jakob Appel, der Mann der Spurensicherung, schob seinen massigen Körper in den Raum. In der rechten Hand hielt er triumphierend eine Bierdose. »Ich hab's.« Die drei Mitglieder der Mordkommission wussten, welchen Tribut der Labormensch für eine Erklärung forderte. Nachdem er genügend bewundernde Blicke und anerkennende Worte kassiert hatte, fuhr Appel fort. »Wir haben lange gebraucht, aber in dieser Pfütze konnten wir Kantaridin nachweisen. Hochgerechnet auf einen halben Liter, etwa 350 Milligramm. Ausreichend, um einen erwachsenen Mann zu töten.« »Ach«, sagte der Kommissaris, man sah Appel an, dass er noch ein Ass im Ärmel hatte. »Und jetzt haltet euch fest. Es gibt zwei gleiche Bierdosen. Nicht nur dieselbe Marke, sondern auch im selben Laden gekauft, wie man an den Preisschildern erkennen kann. Auf der zweiten Bierdose befinden sich, und jetzt kommt's, überhaupt keine Fingerabdrücke. Niente, nada. Auf der ersten, der mit dem Kantaridin, natürlich die von Jellis. Schlussfolgerung, vorläufig. Jellis bekommt Besuch. Der Besuch trinkt mit Jellis ein Bier und kippt ihm das Kantaridin in die Dose. Der Besuch wischt seine Dose ab und verschwindet wieder. »Toll, Jakob«, lobte ihn Botes. »Das habt ihr ganz fantastisch gemacht.« Das Mondgesicht strahlte. »Jetzt müsst ihr nur noch denjenigen finden, die er Jellis am Abend vor seinem Tod besucht hat.« Der Kommissaris salutierte mit zwei Fingern. »Wird gemacht, Chef.« Appel wandte sich zur Tür. »Ach, übrigens, ich habe beim Rauschgiftdezernat das Kokain schätzen lassen.« »Der Straßenwert beträgt ungefähr 2500 Gulden.« Nelly Ratsen pfifft durch die Zähne. »Kein Pappenstiel, nicht wahr? Tschüss dann!« »Ihr habt's gehört«, verkündete der Kommissaris, als sich die Tür hinter dem selbstzufriedenen Chef der Spurensicherung geschlossen hatte. »Ich bitte um Vorschläge.« »Brenda van Borg«, meldete sich die Adjutantin. »Warum?« »Ich mag sie nicht.« »Oh, ob das den Haftrichter überzeugen wird?«, spottete der Hoftagent. »Frauen morden vorzugsweise mit Gift, du Klugscheißer. Außerdem nehme ich ihr die coole Masche nicht ab, die sie uns vorgespielt hat. Die kocht etwas aus, das sage ich euch.« Der Kommissaris wackelte mit dem Kopf. »Deine Gefühle in Ehre, Nelly. Aber welches Motiv sollte sie haben? Eifersucht?« »Was ist mit dem Dealer?«, schlug Lubbers vor. »Überleg doch mal, Schätzchen«, kanzelte ihn ratzend ab. »Welcher Dealer bringt einen guten Kunden um? Und nimmt dann doch nicht einmal den Stoff, den er ihm gerade verkauft hat, wieder mit?« »Trotzdem müssen wir der Dealerspur nachgehen«, entschied Wutus. »Das Rauschgift-Dizernat soll uns eine Liste aller bekannten schwarzen Dealer Amsterdams geben. Die laden wir so schnell wie möglich vor. Außerdem befragen wir noch einmal alle Hausbewohner. Vielleicht hat hier jemand einen unbekannten Menschen im Hausflur gesehen, den er bis jetzt nicht mit Jellis in Verbindung gebracht hat. Drittens bitte ich gleich morgen früh den Hofkommissaris um Verstärkung. Mindestens zwei Mann, die die pharmazeutischen Firmen in der näheren Umgebung abklappern.« »Schön, dann mache ich jetzt Feierabend. Nach zehn Überstunden in den letzten zwei Tagen steht mir das Bull zu.« Lubbers raffte seinen Notizzettel zusammen und legte sie in die Ablage. Dabei fiel sein Blick auf ein anderes Papier. »Das hätte ich fast vergessen. In der Bibliothek, in der Jellis gearbeitet hat, ist ein wertvolles Manuskript gestohlen worden.« »Was?« Wutus riss ihm das Fax aus der Hand. »Die Meldung ist von zehn Uhr dreißig. Wieso erfahre ich erst jetzt davon?« »Ich habe mit den Kollegen vom Einbruch gesprochen. Da wir das Manuskript bei Jellis nicht gefunden haben, besteht höchstwahrscheinlich kein Zusammenhang.« Die Unterlippe des Kommissaris zitterte. »Seit wann entscheidest du, ob irgendwo Zusammenhänge bestehen?« »Ihr wart unterwegs, und ich dachte, mein Auto ist an das Funksystem der Amsterdamer Polizei angeschlossen. Ich möchte über alles informiert werden, das am entferntesten mit dem Mordopfer zu tun hat. Über alles. Ist das klar?« Lobas starrte trotzig auf seine Schreibtischunterlage. »Wenn du glaubst, du kannst das mit mir machen, weil ich ein hergelaufener Molukka bin, dann irrst du dich. Noch ein Fehler in dieser Preisklasse, und du bist schneller bei der Verkehrspolizei, als du denken kannst.« »Jan«, sagte Nelly Ratzen. Wutus fuhr herum. »Was ist?« »Ich glaube, Piet hat sich wirklich nichts dabei gedacht.« Der kleine braune Mann schluckte. Dann nickte er. »Entschuldige, Piet. Ich habe überzogen. Ich bin zurzeit etwas nervös.« Lobas stand auf, miet den Blickkontakt. »Ich gehe jetzt trotzdem nach Hause.« Ein querendes Schweigen begleitete ihn zur Tür. »Mein Gott, Jan, was ist nur mit dir los? Du bist zu unzufrieden in letzter Zeit.« Wutus guckte aus dem Fenster. Ein Fahrradfahrer entging um Haaresbreite den Zusammenstoß mit einer Straßenbahn. »Ich weiß auch nicht.« »Wir werden den Fall lösen. Da bin ich ganz sicher.« Er schnaubte. »Meinst du, ich wüsste nicht, was in der Kantine über mich geredet wird? Dass ich die Beförderung nur der Quotenregelung zu verdanken habe. Bei gleicher Qualifikation werden Farbige und Frauen bevorzugt. Die warten doch alle nur darauf, dass ich Scheiße baue. Und Lobas hockt mit denen zusammen.« Die Attitrantin trat hinter ihn. »Schon möglich, aber das ist nicht der entscheidende Grund.« »So?« Sie legte ihm eine Hand auf die Schulter. »Du brauchst deine Frau.« Er zuckte zusammen. Ratzen lachte. »Davon verstehe ich etwas. Mir geht es auch so.« Blut klebt nicht an meinen Händen. Ich glaube, ich hätte es nicht geschafft, ihn zu erschießen oder zu erstechen. Zuzusehen, wie das Blut aus ihm herausquillt und er langsam verreckt. Vielleicht wäre ich ohnmächtig geworden. Schon als Kind konnte ich kein Blut sehen. Einmal bei einer harmlosen Blutabnahme bin ich tatsächlich ohnmächtig geworden. Mein Gott, war das peinlich. Einfach umzukippen, wie eine Einkaufstüte. Obwohl, das Gefühl selbst war schön. Etwas blitzte auf und dann kam diese wohlige Schwärze. Direkt nach dem Aufwachen fühlte ich mich frisch und ausgeruht. Aber die Krankenschwester konnte sich das Lachen kaum verkneifen. Und die anderen guckten verlegen an die Decke. Ich wusste, ich war schwach. Ich bin immer schwach gewesen. Deshalb hat Ruth mich auch nicht ernst genommen. Er wollte nicht auf mich hören. Ich habe ihn gewarnt. Aber er hat nur gelacht. Dieses Lachen. Es schmerzte in meinen Ohren. Zu viel haben über mich gelacht. Bis zuletzt hatte er keine Ahnung. Es passt zu ihm, dass er sich ausgerechnet eine Huchenkammer ausgesucht hat, um zu krepieren. Auf eine Liege, die vor ihm tausend Männer durchgeschwitzt haben. Ein peinlicher Tod. Würdelos und mies. Mama hat gemerkt, dass ich unruhig bin. Ihr strafender Blick, als ich ihr sagte, dass ich hinaufgehen würde. Ich will mich in meine Höhle verkriechen und Musik hören. Etwas ruhiges. Jazziges. Miles Davis vielleicht. Dafür hat Mama kein Verständnis. Sie mag diese Musik nicht. Aber das macht nichts. Ich will sowieso allein sein. Ich muss nachdenken. Zu vieles hat sich ereignet in den letzten Wochen. Die geordneten Bahnen sind aus den Fugen geraten. Oder waren es Gefängnisstäbe, die ich gesprengt habe? Und das war noch nicht alles. Ich spüre es. Großes steht bevor. Die Mehrheit seiner Bekannten zelebrierte das Frühstück nach einem festgelegten Ritus. Sie kauften frische Brötchen oder Toastbrot, kochten eine große Kanne Kaffee und Eier, legten die Zeitung immer auf die linke Seite des Frühstückstisches oder immer auf die rechte, frühstückten mindestens eine halbe Stunde lang, um sich dann fast schon ermüdet von den vielen Gewohnheiten an die Arbeit zu begeben. Jan Wutes hatte dafür noch nie viel übrig gehabt. Er frühstückte, wenn überhaupt, im Stehen, schob sich das Erstbeste, meistens Reste vom Vortag, in den Mund und spülte mit einer beliebigen Flüssigkeit nach. Morgens wollte er so schnell wie möglich weg, raus aus seinem langweiligen Viertel nördlich des Echtunnels. Die Vorstellung, in einer Schlange beim Bäcker zu stehen und von nach Abwechslung gierenden Nachbarinnen im Gespräch über das Wetter oder die Verkehrsberuhigung verwickelt zu werden, reizte ihn ebenso wenig wie der Ausblick aus seinem Küchenfenster. Die Wohnung befand sich im dritten Stockwerk eines seelenlosen Wohncontainers, und ringsherum standen andere Betonschachteln, die der seinigen wie ein Ei dem anderen glichen. An diesem Morgen frühstückte Wutes unterwegs in einem Stehcafé in der Nähe der Innenstadt. Während er an einem pappigen Käsecroissant kaute und kleine Schlucke glühend heißen Kaffees aus einem Plastikbecher trank, betrachtete er gelangwelt die Menschen, die jenseits der großen Glasfront über den Bürgersteig hasteten. Wahrscheinlich hatte Nelly recht. In seinem Leben musste sich etwas ändern. Die Unzufriedenheit rumorte wie ein Klumpen an seinen Eingeweiden. Der kleine Mann warf die Reste des Frühstücks in die Abfalltonne. Er hatte ohnehin nur angehalten, um seinen Magen vor dem ersten Termin zu beruhigen. Die Bibliothek kam ihm vor wie ein Labyrinth, verwinkelte Gänge, vollgestopft mit Buchregalen. Die Menschen, denen er begegnete, schienen etwas bleicher als ihre oberirdischen Artgenossen zu sein, aber das konnte auch am fahlen Neonlicht liegen. Wozu diente all das gedruckte Wissen? Wahrscheinlich war es wie bei der Polizei. Alte Akten provozierten neue Akten. Alte Bücher wurden dazu genutzt, um neue zu schreiben. Ein ewiger Kreislauf, der die Papierproduktion in Gang hielt. Endlich hatte sich der Kommissaris bis zum Büro des Hauptkonservators durchgefragt. Der Hauptkonservator, ein grauhaariger Mann um die 60 in einem hellen Sommeranzug, bot ihm einen gediegenen Ledersessel an. So gediegen wie die übrige Büroeinrichtung, die nach jahrhundertealtem Staub und frischem Nikotin roch. Der Hauptkonservator rauchte eine dicke Zigarre. Nicht schrecklich, es ist ganz schrecklich. Ich hätte nicht gedacht, dass ich vor meiner Pensionierung so etwas noch erleben muss. Erst der Tod von Jellis, dann der Verlust des Manuskripts. Wir sind eine kleine Bibliothek, wissen Sie, klein im internationalen Vergleich. Spezialisiert auf niederländische Kodizes und Inkunabeln, ich meine Handschriften und frühen Buchdruck. Amsterdam war ja, wie Sie vielleicht wissen, im siebzehnten Jahrhundert das intellektuelle und verlegerische Mekka Europas. Nein, sagte der Kommissaris. Nein, von hier aus gingen Bücher in alle Welt. Wir erhalten heute Anfragen von vielen renommierten Universitäten. Wissenschaftler kommen zu und min her, unterbrach ihn Wuters. Ich habe einen Mord aufzuklären. Vielleicht können Sie mir dabei helfen. Ja, selbstverständlich. Ich will alles tun, was in meiner Macht steht. Der Kommissaris hustete, als er von einer dicken Qualmwolke getroffen wurde. Sie sagten vorhin, zuerst der Tod, dann der Diebstahl. Heißt das, dass das Manuskript erst gestohlen wurde, als Jellis bereits tot war? Habe ich eine zeitliche Abfolge angedeutet? Nein, das war nicht intendiert. Die Ereignisse können durchaus parallel liegen. Wuters dachte einen Moment über das Gehörte nach. Dann stellte er die nächste Frage. Halten Sie es für möglich, dass Jellis das Manuskript gestohlen hat? Der Grauhahrige sog erneut an seiner Zigarre. Glauben Sie mir, seit zwei Tagen wälze ich den Gedanken in meinem Kopf. Ist es möglich, dass ich mich so in Jellis geirrt habe? Er war ein zuverlässiger Mitarbeiter. Stets korrekt und zuvorkommend. Und doch, die Alternative scheint mir fast noch unerträglicher. Sie bedeutet, dass der Dieb weiterhin unter uns ist. Das leuchtete dem Kommissaris ein. Und technisch? Ach, Sie meinen, ob Jellis die Gelegenheit hatte, das Manuskript in seinen Besitz zu bringen? Ja und nein. Jellis hatte einen Schlüssel zu dem klimatisierten Safe, in dem unsere wertvollsten Manuskripte aufbewahrt werden. Dieser Safe kann jedoch nur von zwei Schlüsselträgern gleichzeitig geöffnet werden. Wie viele Schlüsselträger gibt es? Vier, mich eingeschlossen. Votus spürte, wie sich ein Kopfschmerz unter seiner Schädeldecke aufbaute. Als Ursache kamen sowohl die gestellste Ausdrucksweise des Hauptkonservators als auch dessen stinkende Zigarre in Frage. Also muss Jellis einen Komplizen gehabt haben. Nicht unbedingt. Zu den Aufgaben von Jellis gehörte es, den Zustand der Papiere zu prüfen. Stellen Sie sich nun folgendes Szenario vor. Jellis entnimmt mehrere Kodizes. Ich verstehe. Der Kommissaris hatte die Absicht, das Gespräch so schnell wie möglich hinter sich zu bringen, bevor der Kopfschmerz explodieren würde. Warum gerade dieses Manuskript? Die Zigarre wurde durch die grau-blaue Luft geschwenkt. Die Frage ist fast noch schwerer zu beantworten als alle anderen. Es handelt sich um einen Text von Spinoza, allerdings in der Handschrift eines nahezu unbekannten leidender Studenten. Daneben lagen Originalbriefe von Spinoza, ungleich wertvoller. Mal angenommen, Jellis hat das Manuskript verkauft. Wie viel hat er wohl dafür bekommen? Wir sind da auf reine Spekulationen angewiesen. Einen freien Markt für solche Dinge gibt es logischerweise nicht. Die Handschrift ist selbstverständlich versichert. Sehen Sie, es gibt beim Kunstraub ja noch die Variante, dass der Dieb der Versicherung das gestohlene Kunstwerk zum, sagen wir mal, halben Versicherungswert anbietet. Der Dieb hat dann keine Probleme mit dem Absatz und die Versicherung spart die Hälfte der Versicherungssumme. Das geschieht oft stillschweigend und... Wie viel? fragte Wutes. Der Hauptkonservator begann, die Papiere auf seinem Schreibtisch umzuschichten. Ich habe mir heute Morgen sofort die Unterlagen heraussuchen lassen. Ah, da haben wir es ja. Triumphierend hielt er eine Klarsichtfolie in die Höhe. Die Versicherungssumme beträgt 5000 Gulden. Ein Liebhaber würde kaum mehr zahlen, naja, vielleicht 10.000 Gulden, wenn er ein fanatischer Spinoza-Fan ist. Solche gibt es durchaus. So wenig? wunderte sich der Kommissaris. Eben, das ist ja der Faktor, der nicht ins Gesamtbild passt. Warum sollte Jellis für eine so lächerliche Summe seinen Beruf aufs Spiel setzen? Der Kopfschmerz arbeitete sich in Richtung Hinterkopf vor. Wutas schluckte. Die Spucke schmeckte nach Qualm. Hatte Jellis Feinde in der Bibliothek? Zum ersten Mal lächelte der Hauptkonservator. Feinde? Was für ein altmodisches Wort. Heutzutage spricht alle Welt doch nur noch von Mobbing. Und wenn sich zwei Mitarbeiter nicht verstehen, dann heißt es, sie seien nicht kompatibel. Bitte, mein Herr, flehte der Kommissaris. Nein, ich muss Ihre Frage mit einem klaren Nein beantworten. Jellis war ein wenig eigensinnig, was seine Arbeit betraf, manchmal sogar starrköpfig. Aber er wurde von allen respektiert. Wussten Sie, dass er rauschgiftsüchtig war? Die Frage erwischte den Hauptkonservator mitten in einem tiefen Zug und führte zu einem halbminütigen Hustenanfall. Was für ein Abgrund tut sich da auf, keuchte er schließlich. Selbstverständlich hatte ich ja keine Ahnung. Ich hätte... Er stockte und legte die Zigarre vorsichtig in dem großen Aschenbecher ab. Ja, was hätte ich eigentlich getan? Es gibt Bibliotheken, die weitaus größere und bedeutendere Handschriftensammlungen haben als wir. Zum Beispiel die Bibliotheque Nationale in Paris, die Bibliotheca Apostolica Vaticana im Vatikan, die British Library in London, die Bayerische Staatsbibliothek in München, die Herzog-August-Bibliothek in Wolfenbüttel oder die Österreichische Nationalbibliothek in Wien. Vor allem die österreichische Nationalbibliothek, die aus der Kaiserlichen Hofbibliothek hervorgegangen ist und Handschriften aus allen wichtigen Kulturkreisen. Cosima Tannhäuser hörte nur mit einem Ohr zu. In Gedanken war sie bei dem kleinen braunen Mann, der sich vorhin nach dem Büro des Hauptkonservators erkundigt hatte. Irgendwie hatte sie sofort gewusst, dass er kein Wissenschaftler, sondern Polizist war. Wissenschaftler bewegten sich anders, steifer, verkrampfter. Und dann diese lauernden, misstrauischen Augen. Logisch, dass die Polizei hier auftauchte. Wie ein Laubfeuer hatte sich heute Morgen die Nachricht verbreitet, dass Ruth Jellis tatsächlich ermordet worden war. Allerdings hatte Cosima nicht mit diesem kleinen, unscheinbaren Mann gerechnet. Eher mit imposanteren Erscheinungen, wie man sie aus amerikanischen Filmen kannte. Michel de Vries sprach inzwischen, ohne dass Cosima den Übergang mitbekommen hatte, über die Arbeit eines Handschriftenbibliothekars. Eine Erschließung der anvertrauten Schätze durch Erstellen von Spezialkatalogen. Damit die Handschriften für die Wissenschaft verfügbar sind, müssen die Quellen in gedruckten Katalogen beschrieben werden. Aber auch Beratung und Unterstützung der vielen Wissenschaftler, die uns schreiben oder persönlich besuchen, gehörten zu unseren Aufgaben. Wir erstellen Kopien und Mikrofilme. Und wenn da noch Zeit bleibt, dürfen wir uns mit Bibliothekswissenschaft beschäftigen. Wir arbeiten zwar grundsätzlich für und nicht in der Forschung und der gelehrten Bibliothekar früherer Zeiten ist heute gänzlich. Das Manuskript, dachte Cosima. Es gibt einen Zusammenhang zwischen dem Mord und dem gestohlenen Manuskript. Ob die Polizei wohl auch davon ausgeht? Sag mal, hörst du überhaupt zu? fragte de Vries. Ja, es ist nur... Ich muss an das gestohlene Manuskript denken. Der Holländer stöhnte. Jetzt lässt du dich auch infizieren. Alle spielen hier verrückt. Warum überlassen wir das nicht der Polizei? Die holländische Polizei ist gut. Die Deutsche griff das Stichwort dankbar auf. Der Mann, der vorhin hier war, glaubst du auch, dass er Polizist ist? De Vries nickte. Na und? Aber weiß er das, was du mir gestern über das Manuskript erzählt hast? Der Hauptkonservator wird es ihm sicher mitteilen. Und wenn nicht? Wahrscheinlich war der Mörder an diesem einen Manuskript interessiert. Du hast selbst gesagt, dass es im Giftschrank Wertvollere gibt. De Vries verdrehte die Augen. Cosima, ich bitte dich. Willst du Detektiven spielen? Sie ließ sich nicht beirren. Was steht eigentlich in diesem Manuskript? Möchtest du das wirklich wissen? Ja. Komm. De Vries ging voraus und Cosima folgte ihm verdutzt. Zwei Ecken weiter blieb der Koloss vor einem Automaten stehen. Blitzschnell schob er zwei Münzen in den Schlitz und Sekunden später fauchte es hinter einer Plastikklappe. De Vries nahm die weißen Becher heraus und deutete auf eine freudlose Sitzecke mit roten Plastikstüren. Lass uns einen Kaffee trinken. Aber ich warne dich, es ist ein philosophischer Text und ich bin kein Spinoza-Experte. Cosima verbrannte sich fast die Finger. Das macht nichts. Sie setzten sich. Also, der Titel lautet »Die eine Substanz«. Im Gegensatz zu Descartes, der von den zwei Substanzen sprach und Gott und Natur getrennt sah, dachte Spinoza den Kartesianismus radikal zu Ende. Für ihn war ein Gott außerhalb der Natur entbehrlich. Im unendlichen Verstand Gottes, sagte Spinoza, kann keine Substanz vollkommener sein, als sie es schon in der Natur ist. Es gibt das Gerücht, dass Spinoza an seinem Hauptwerk, der Ethik, das Wort Gott zunächst überhaupt nicht verwenden wollte, sondern nur das Wort Natur. Ein Freund habe ihm dann geraten, Gott beizubehalten, zumindest als vorgetäuschten Terminus. Die damalige Zeit war noch nicht reif für ein Universum ohne Gott. So kommt es denn zu der Gleichsetzung von Gott und Natur, de si natura. De Vries schaute Cosima an, die ihm mit konzentriertem Gesichtsausdruck folgte. In dem gestohlenen Manuskript steht nichts, was auch nicht in der Ethik vorkommt, mit ein paar kleinen Änderungen, mit einigen anders gesetzten Akzenten, hier und da. Im Wesentlichen erläutert Spinoza seinen Monismus, die These, dass es nur eine einzige, unteilbare, unendliche Substanz gibt, die man Gott oder Natur nennen kann. Die einzige Substanz hat unendlich viele Attribute, von denen aber nur Denken und Ausdehnung erkennbar sind. Alle endlichen Erscheinungen, wie Dinge und Ideen, sind Ausformungen der einen Substanz. Ein jenseitiger Gott lässt sich daher ebenso wenig denken, wie ein nicht in die Natur integriertes Ding. Für Vorstellungen, die in Gott eine Art Übermensch oder Richter sahen, hatte Spinoza nur Spott übrig. Wenn Dreiecke reden könnten, sagte er, würden sie Gott als eminent dreieckig bezeichnen. Cosimo sah frustriert aus. Der Holländer lächelte spöttisch. Enttäuscht? Das ist sehr philosophisch, brachte die Deutsche heraus und ärgerte sich über die Banalität ihres Satzes. Sag ich doch. Hast du irgendein kabbalistisches Rätsel erwartet, das uns auf die Spur des Mörders führt? Ich weiß auch nicht. Im siebzehnten Jahrhundert mögen Spinozas Ideen vielleicht gefährlich gewesen sein. Heute sind sie in jedem philosophischen Handbuch nachzulesen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der gute Jellis deswegen umgebracht wurde. Cosimo fiel nichts ein, was sie dagegen einwenden konnte. Mit weiblicher Intuition wollte sie de Vries nicht kommen. Jimmy Cliff war cool. Sollten die Bullen doch versuchen, ihn in die Mangel zu nehmen. Er ließ sich nicht ausquetschen. Er hatte mindestens hundertmal gecheckt, dass die ihm nichts beweisen konnten. Die stocherten im Dunkeln, brannten ein paar Knallfrösche ab. Was glaubten die denn, dass er Hu machen würde, wie ein Südstaaten-Nigger vor Angst schlottern würde? Da erkannten sie Jimmy Cliff schlecht. Er war ein gemachter Mann. Er trug einen maßgeschneiderten, seidenen Anzug, ein weißes Hemd mit echt goldenem Kettchen. Und seine Unterhose hatte 50 Golden gekostet. Musste er sich vor diesem kleinen Browning einschüchtern lassen, der sich als Kommissaris vorgestellt hatte? Nein, er war keiner von den Homeboys, die auf den Stationsplänen herumliefen und weißen Schnäpfen Taubenscheiße als Shit antreten. Er war ein Geschäftsmann, echt seriös. Er besuchte seine Kunden zu Hause, brachte die Ware im Aktenkoffer mit. Das war so sauber, als würde er mit Versicherungen dealen. Ohne Risiko. Und er war sicher, nahezu hundertprozentig sicher, dass ihn niemand gesehen hatte, als er zu Jellis ging. Wovon leben Sie? Wollte der Kommissaris wissen. Jobs, mal hier, mal da, was gerade so kommt. Es scheint, die Jobs sind recht einträglich. Ja, ich habe was drauf. Jimmy Cliff ist nicht blöd. Sie haben zwei Vorstrafen wegen Rauschgifthandels. Oh Mann, die alte Geschichte, das ist doch Steinzeit, Jugendsünden, wirklich, damit habe ich nichts mehr zu tun. Ich bin ein anständiger Junge geworden. Sie lügen, sagte die Adjutantin. Sie arbeiten weiterhin für die chinesische Mafia. Jimmy Cliff schwitzte. Die Rasterperücke saß wie eine dicke, fette Katze auf seinem Kopf. Und es war ein wirklich schwüler Tag. Und in diesem verdammten Büro regte sich nicht das leiseste Lüftchen. Und knochige Igelfrauen hatte er noch nie ausstehen können. Die schüchterten ihn irgendwie ein. Da konnte er förmlich spüren, wie sein Pimmel schrumpelte. Mit dem kleinen braunen Kommissaris würde er ohne Probleme zurechtkommen. Aber dieses harte, weiße Vibe... Jimmy Cliff zog ein gebügeltes Taschentuch heraus und wischte sich die Stirn ab. Chinesische Mafia? Ey, die kenne ich nur aus Filmen. Da gab es mal einen mit Mickey Ruhm. Nach unseren Informationen, unterbrach ihn Nelly Ratzen, arbeiten Sie für Charlie Sung, den Besitzer des Roten Drachen. Ah, das ist ein China-Restaurant, stimmt's? Ach, kann sein, dass ich mit meiner Braut mal da war. Auf einer Reistafel oder so. Hören Sie auf mit der Märchenstunde, schnauzte ihn Wutters an. Wenn Sie mit uns zusammenarbeiten, können wir vielleicht etwas für Sie tun. Anderenfalls... Hey, Bruder! sagte Jimmy Cliff. Der kleine braune Mann fuhr hoch. Ich bin nicht dein Bruder! Der große Schwarze breitete seine Hände aus. Sie sind farbiger, ich bin farbiger. Den Weißen ist es egal, ob einer von uns etwas dunkler ist als der andere. Ich bin Niederländer und sonst nichts, sagte der Kommissaris scharf. Jimmy Cliff lachte. Was denken Sie, was ich bin? Ich stamme aus Aruba, holländische Perle der Karibik. Wen stört es, dass die Kolonialherren meine Vorfahren als Sklaven dorthin geschafft haben? Ich habe einen niederländischen Pass. Ich bin Sohn Ihrer Majestät, der Königin. Sagt Ihnen der Name Rudjellis etwas? fragte die Adjutantin. Aha. Darauf hatte er die ganze Zeit gewartet. Die Geschichte mit Charlies Sohn hatten Sie nur aufgetischt, um ihn zu knacken. Und jetzt war er sicher, noch sicherer als vorhin, dass Sie nichts gegen ihn in der Hand hatten. Sonst würden Sie sagen, Sie sind gesehen worden, wie Sie am Sohn zuvielten um Sohn zuviel Uhr. Jimmy Cliff legte seine schwarze Stirn in Falten. Jellis? Nie gehört. Und was haben Sie am 24., also vor zwei Tagen, gemacht? Sagen wir mal von 17 bis 24 Uhr? Vor zwei Tagen? Jimmy tat so, als würde er nachdenken. Oh ja, ich war mit meiner Braut im Bett. Wir haben da eine ganz heiße Nummer geschoben. Nelly Ratzen beugte sich vor und sah ihm direkt ins Gesicht. Sieben Stunden lang? Na ja, wir legen manchmal eine kleine Orgie ein, meine Braut und ich. Wie zufällig ließ er seine rechte Hand auf eine Stelle knapp unterhalb der Gürtelschnalle fallen. Ich hab ganz schön was drauf, wenn Sie verstehen, was ich meine, Mervu. Du glaubst gar nicht, wie egal mir das ist, ob du dein Ding als Kleiderhaken benutzen kannst. Wie heißt deine Braut? Jasmin. Hoffentlich ist sie genauso cool wie du. Ratzen tippte mit dem Zeigefinger auf seine nasse Stirn. Denn es ist ein beschissenes Alibi. Das hoffte er auch. Die weiße Schnalle war ja härter als Dirty Harry. Und hundert pro eine verdammte Lesbe. Bringen Sie ihn nach unten, sagte der Kommissaris zu dem uniformierten Wachtmeister. Und an den schwarzen Dealer gewandt. Sie haben doch sicher nichts dagegen einzuwenden, dass wir eine Gegenüberstellung machen. Was meinst du? fragte der Kommissaris. Er ist es, sagte Nelly Ratzen. Er hat Schiss. Er stinkt förmlich nach Angst. Aber wenn ihm seine Freundin die Stange hält... Die gewaltige Stange? höhnte die Adjutantin. Nelly, ich bitte dich. Können wir gar nichts machen. Zu dumm, dass im Haus niemand etwas gesehen hat. Das Telefon klingelte und Wutus nahm ab. Es war Hoftagent Lubbers, der ihn darüber informierte, dass die im Keller des Polizeipräsidiums versammelte schwarze Dealerschaft Amsterdams anfing, unruhig zu werden. Okay, der Letzte kommt gerade runter. Und wir machen uns jetzt auch auf den Weg. Der Kommissaris öffnete eine Tür, die in einen Nebenraum führte. Ihr Fuhr von Burg, es kann losgehen. Na endlich, nürgelte die junge Frau, die diesmal ein schlichteres, gepunktetes Kleid trug. Ich bin es nicht gewohnt, stundenlang zu antichambrieren. Wegen Ihnen habe ich ein Seminar verpasst. Wegen des Mörders Ihres Freundes, korrigierte die Adjutantin. Meines früheren Freundes, schnappte die Zeugin. Das betonten Sie bei unserer letzten Begegnung, ich erinnere mich. Young Wutas begleitete die beiden Frauen zum Aufzug. Er hatte nicht die Absicht, sich in ihr Streitgespräch einzumischen. Als der Aufzug anruckte, legte er den Kopf in den Nacken und schaute zu Brenda von Burg hinauf, die ihn auf ihren Stöckelabsätzen fast zehn Zentimeter überragte. Sie kennen das sicher aus dem Fernsehen. Die Verdächtigen stehen hinter einer verspiegelten Glasscheibe. Sie können sie sehen, aber nicht umgekehrt. Wie gesagt, ich habe ihn nur einmal und das aus einer größeren Entfernung beobachtet. Ich glaube kaum, dass ich ihn wiedererkenne. Versuchen wir es trotzdem, meinte der Kommissaris. Er fühlte sich mutlos. Sein Instinkt sagte ihm, dass bei der Gegenüberstellung nichts herauskommen würde. Und was dann? Der Fall zerran ihm zwischen den Fingern. Natürlich konnten sie Glück haben und die Spur der pharmazeutischen Firmen brachte sie weiter. Heute Morgen hatte er dem Hofkommissaris zwei Agenten abgeschwatzt, die inzwischen die Branchenbücher durchtelefonierten. Trotzdem, der Fall wurde kälter und kälter. Und je länger es dauerte, bis sie einen Zipfel zu fassen bekamen, desto schwieriger würde es sein, den Mörder zu überführen. Piet Lobers erwartete sie vor der Aufzugtür. Die machen einen ganz schönen Terz. Einige haben schon nach ihren Anwälten verlangt. Der Kommissaris schob den genervt wirkenden Hoftagenten den Flur entlang. Sind Sie fertig? Ja, alles bereit. Schön. Er winkte Bränder zur Glasscheibe. Auf der anderen Seite standen fünfzehn, mehr oder weniger mürrisch dreinblickende schwarze Männer, die Nummernschilder in den Händen hielten. Keiner von ihnen sah besonders vertrauenerweckend aus. Lassen Sie sich Zeit, sagte Wutes. Wenn Sie einen näher betrachten wollen, kein Problem. Ich habe hier ein Mikrofon, mit dem ich alle Anweisungen durchgeben kann. Ob seitlich, von hinten, gehend oder auf dem Kopf stehend. Die da drüben machen alles, was ich Ihnen befehle. Bränder von Burg ließ sich Zeit. Endlich bat sie. Nummer fünfzehn. Könnte der mal näher treten? Nelly Ratsen sog die Luft scharf ein und fing sich einen strafenden Blick des Kommissares. Nummer fünfzehn war Jimmy Cliff. Jimmy Cliff trat vor die Glasscheibe. Dicke Schweißtropfen perlten über sein Gesicht. Nein, bedauerte die einzige Zeugin. Eine gewisse Ähnlichkeit ist schon vorhanden, aber der Dealer, den ich gesehen habe, hatte viel kürzere Haare. Könnten die Haare in der Zwischenzeit gewachsen sein? In vier Wochen? Bränder drehte sich um. Tut mir leid, es ist keiner von denen. Der Kommissaris lächelte müde. Das Bedauern ist ganz auf unserer Seite. Pete? Ja? Meldete sich der Jungpolizist. Schick sie nach Hause. Jimmy Cliff wippte im Rhythmus des Rap-Songs in seinem offenen Cabrio. Ja, die Jungs von drüben, aus Megacity, die hörten es drauf. Die Brothers waren cool. Da konnte kein Weißer gegen anstinken. Die Weißen hatten einfach nicht den Hass. You could leave the ghetto, but the ghetto ain't gonna leave you. Hey, was gibt's da zu glatzen? Er richtete seinen Blick, das heißt seine verspiegelte schwarze Sonnenbrille, auf den Fußgänger, der stehen geblieben war, zu einer abfälligen Bemerkung ansetzte, es sich dann aber anders überlegte und mit gesenktem Kopf weitertrottete. Ja, Mann, wozu hatte er seine vier Boxen? Doch nicht, um es säuseln zu lassen. Da mussten die Bässe richtig gruven, das Auto zum Zittern bringen. Wer es nicht hören wollte, konnte sich ja Watte in die Ohren stopfen. Threads break net and puff your puzzle, see trouble, muscles when I hang in the hassle. Jimmy Cliff stand vor einer schnuckligen kleinen Zugbrücke und wartete darauf, dass drei Seegelschiffe durch den engen Schlund zuckelten. An anderen Tagen wäre er nervös geworden. Er stand nicht auf diesen holländischen Kitsch. Tausend Kanäle mit zehntausend Zugbrücken und hunderttausend Schiffchen, die unbedingt immer genau in dem Moment die Brücke zum Hochklappen brachten, wenn er, Jimmy, in seinem Cabrio angeholt kam. Aber heute genoss er das Schauspiel. Allerliebst, wie der Freizeitkapitän mit einer Geschwindigkeit von zehn Metern pro Minute durch das Nadelöhr manövrierte. Gigantisch. Der schwarze Mann winkte den Kindern zu, die am Heg saßen, und die Kinder winkten zurück. Er war cool. Wie er die Bullen hereingelegt hatte, das war schon große Klasse gewesen. Natürlich, es gab da diesen einen Moment, als ihn die Mikrofonstimme nach vorne beorderte. Da hatte seine Pumpe den Turbo eingeschaltet. Alles Bluff. Die wollten ihn nur testen. Die hatten nichts in der Hand. Und er war nicht ausgeflippt. Nein, er hatte sie ablitzen lassen. In super Zeitlupe fuhr er die Brücke nach unten. Jimmy startete den Motor und ließ ihn auffallen. Das Handy summte. Der Dealer klemmte es sich ans Ohr. Ja. Der Gaulau. Verdammter Mist. Woher wusste der Kerl, dass die Polizei ihn vorgeladen hatte? Nein, keine Probleme. Ich hatte keine Ahnung. Wahrscheinlich so eine Routinegeschichte. Ja, waren ja reichlich andere Brüder da. Nichts Konkretes. Rechtsanwalt? Ach, das ist nicht nötig, mein Herr. Ich glaube nicht, dass ich noch einmal... Ja, das frage ich mich auch. Ob ich... Mein Herr? Ich bitte Sie. Hey, wie können Sie nur so etwas annehmen? Ich werde nicht im Traum daran denken. Zurückhaltung? Ja, sicher. Schon aus taktischen Gründen. Ja, ich werde ein braver Junge sein. Das verspreche ich. Die große Hand zitterte, als sie das Handy in die Halterung zurückschob. Jimmy leckte sich über die Unterlippe. Der drohende Ton in der Stimme des Gao Lao hatte ihm nicht gefallen. Ganz und gar nicht gefallen. Hinter dem roten Cabrio hupte es. Und eine fette, männliche Stimme brüllte. Fahr los, du Affe! Freier wird die Straße nicht! An anderen Tagen wäre Jimmy vielleicht ausgestiegen und locker zu dem Auto des Fettsacks hinübergeschlendert. Mit einem Ruck hätte er vermutlich die Wagentür aufgerissen, das rotwangige Käsegesicht mit seinen blitzweißen Zähnen angegrinst und gefragt, Was haben Sie gesagt, mein Herr? Aber heute knüppelte er nur sein Geschoss mit quietschenden Reifen über die Brücke. I can't do nothing for Yaman. You got all these people on your back now. I can't do nothing for Yaman. Flavor got the problems of his own. I can't do nothing for Yaman, rappten die Public Enemy. Nelly Ratzen lauerte. Wie eine Katze, die darauf wartete, dass der Vogel endlich aus dem Käfig kam, lag sie auf dem schräg gestellten Sitz hinter dem Steuer ihres Dunkelblauen fort und blinzelte zu der Villa auf der anderen Straßenseite hinüber. Jan Wutus hatte ihr schon mehr als einmal vorgeworfen, dass sie sich in eine Idee verrennen würde, bis sie entweder die Beute gemacht oder eine derbe Niederlage kassiert habe. Die Übersicht verlieren nannte er das, oder, wenn er wütend war, ein Polizist, der nur in eine Richtung ermittelt, ist ein beschissener Polizist. Nelly kannte ihre Schwäche und sie wusste auch, dass sie sich damit selbst und vor allem ihrer Beförderung im Weg stand. Außerdem hatte sie inzwischen kapiert, dass die Menschen aus ihren Fehlern nie lernen, sondern sie nur immer zu wiederholen. Diese Erkenntnis half beim Aufspüren von Verbrechern und beim Abfinden mit den eigenen Unzulänglichkeiten. Und so saß sie also hier, in Amstelwehen, beobachtete die Villa der Van Burks und wartete darauf, dass Brenda herauskommen und den entscheidenden Fehler machen würde. Dass Brenda die Täterin war, stand für die Adjutantin außer Frage. Man konnte es Intuition nennen oder Instinkt oder wie auch immer. Sie hatte die Witterung aufgenommen und nun hetzte sie das Wild, bis es erlegt war. Ein bisschen, ein ganz klein bisschen hatte ihre Verbissenheit auch damit zu tun, dass Jean nach Paris zurückgekehrt war. Vorläufig, hatte sie gesagt, aber in ihren Augen stand ein anderes Wort. Endgültig. Jean, die kleine, schmale Französin mit der Edith-Pillard-Frisur. Sie hatten aufregende Wochen miteinander verbracht. Erinnerungsfetzen schossen durch Nellys Gehirn. Momente vollkommenen Glücks. Jean war keine von diesen Quassel-Lespen, die alles zerreden mussten und womöglich noch von Schuldgefühlen geplagt wurden. Es gab nur totale Hingabe und totale Entspannung. Stundenlang hatten sie im Bett gelegen und sich gestreichelt, in wortlosem Verständnis. Wenn überhaupt so etwas wie Liebe existierte, dann hatte Nellie sie, obwohl beide das Wort umgingen, in der Zeit mit Jean erlebt. Zumindest ein paar Wochen lang. Denn mit einem konnte sich Jean nicht abfinden. Mit Nellys Job. Sie verstand einfach nicht, dass Nellie nicht auf Dienst nach Vorschrift umschaltete, um fünf Uhr nachmittags nach Hause kam und auf freien Wochenenden bestand. Natürlich, ein-, zweimal war es dumm gelaufen. Sie hatten sich vorgenommen, am Wochenende nach Sunford zu fahren und zwei Tage am Strand zu verbringen. Und dann war am Freitagabend etwas dazwischen gekommen. Eine Messerstecherei im Rotlichtviertel, ein leitender Angestellter, der zuerst seine Frau und dann sich selbst erschossen hatte, weil er seinen Job verloren hatte und deshalb die Raten für das neu gebaute Prunkhaus nicht mehr bezahlen konnte. Aber was konnte Nellie dafür, dass diese Verrückten sich immer den Freitagabend für ihre Schweinereien aussuchten? Hätte sie Jan die ganze Arbeit aufheißen sollen? Weil er Solo war und sich vor den einsamen Wochenenden fürchtete? Nein, Nellie hätte keine Minute Strandleben genießen können. Sie hätte herumgemuffelt und sich mies gefühlt. Die Arbeit, da biss die verdammte Maus keinen Faden ab, ging ihr über alles, auch über die große Liebe. Die Adjutantin gähnte. Der Tag war lang gewesen, lang und öde. Und er hatte den Mordfall Ruth Jellis keinen Schritt näher zur Lösung gebracht. Nellie hatte einen trockenen Mund und spürte einen leichten Druck auf den Schläfen. Seit zwei Stunden saß sie hier und wartete darauf, dass die Schlampe endlich rauskam. Noch eine halbe Stunde, dann würde sie für heute aufgeben. Es hatte keinen Sinn, die ganze Nacht hier zu verbringen. Ohnehin erwartete sie nichts Spektakuläres. Wie auch. Sie wollte lediglich wissen, was Brenda so trieb, und sie glaubte, unbeobachtet zu sein. Finde heraus, welche Gewohnheiten der Verdächtige hat, und du besitzt den Schlüssel zum Verbrechen. Ein paar Augenblicke später öffnete sich eines der beiden Garagentore automatisch. Nellie Ratsen rutschte tiefer in den Sitz. Ein türkisfarbener Kleinwagen rollte heraus, so ein französischer, der aussah wie ein zu groß geratenes Spielzeug. Hinter dem Steuer erkannte die Polizistin einen blonden Frauenkopf. Die Gazelle war zum Wasserloch gekommen. Nellie gab Brenda etwa 300 Meter Vorsprung. Dann startete sie den Motor und schloss auf. Auf der Polizeiakademie lernte man viel über unauffällige Verfolgung. Aber anscheinend hatten die Ausbilder noch nie etwas von roten Ampeln gehört. Und Nellie wusste aus Erfahrung, dass die meisten Autofahrerinnen den Rückspiegel nur zum Nachziehen des Lippenstiftes benutzten. Brenda van Burg fuhr in gemächlichem Tempo Richtung Innenstadt. In der Nähe des Rembrandt Plain schien sie nach einem Parkplatz zu suchen, und das war der gefährlichste Moment der Verfolgung. Denn in Amsterdam gab es, wie wohl in jeder größeren Stadt, kaum zwei freie Parkplätze in Sichtweite. An der Prensenkracht wurde die elegante Blondine fündig. Ratzen stellte ihren Ford kurzerhand vor eine Toreinfahrt, klemmte das Polizeischild hinter die Windschutzscheibe und hoffte darauf, dass die Kollegen ihren Wagen nicht abschleppen würden. So langsam die junge Frau gefahren war, so schnell strebte sie nun zu Fuß ihrem Ziel entgegen. Sie steuerte auf das Restaurantviertel an der Nüves Spiegelstraat zu, und die Adjutantin musste in einen leichten Trab fallen, um die große, in einer Naturfarben des Leinenkleid gehüllte Gestalt nicht aus den Augen zu verlieren. Hier, nördlich des Riex-Museums, lag Griechenland direkt neben Mexiko und Induschina. Die Vereinten Nationen, der Kochtöpfe, buhlten friedlich um hungrige Touristen. Brenda sah sich um, und Nelly tauchte hinter eine ionische Säule, die den Eingang eines griechischen Restaurants markierte. Brenda war verabredet, so viel stand fest. Das Warten war nicht völlig umsonst gewesen. Eine Stunde später kam Brenda wieder aus dem indonesischen Restaurant heraus. An ihrer Seite ein stämmiger Typ, mit schwabbeligen Hüften und einem runden, ziemlich langweiligen Gesicht. Trotz der Hitze trug er einen hellgrauen Anzug, der jedoch die Schweißflecken nicht verdecken konnte, die sich von den Achselhüllen bis zur Vorderseite des rosafarbenen Hemdes vorgearbeitet hatten. Der passt nicht zu Brenda, dachte Nelly Ratsen. Der ist unter ihrem Niveau. Es muss um etwas Geschäftliches gehen. Die beiden unterhielten sich angeregt, als sie an der Polizistin vorbeigingen, die sich in einen Hauseingang gedrückt hatte. Sie bekamen nur ein paar Satzfetzen mit, die keinen Sinn ergaben. Die Nacht machte die Verfolgung einfacher. Außerdem ging Brenda exakt den Weg zurück, auf dem sie gekommen war. Nelly schloss mit sich selbst eine Wette ab und verlor. Der Schwabbelmann stieg tatsächlich in Brenders buckeligen Kleinwagen. Die bringt ihn nach Hause, dachte die Attitantin, als der Wagen in einem gediegenen und sauberen Wohngebiet stehen blieb. Die Häuser hier stammten aus dem 19. und frühen 20. Jahrhundert und hatten fast alle Flaschenzüge unter den Dachfürsten, mit denen man die Möbel unter Umgehung der engen Treppenhäuser in die Wohnungen hieven konnte. Brenda und ihr dicklicher Mitfahrer blieben noch eine Weile im Wagensitzen, wie ein Liebespaar, das sich die allerletzten Nettigkeiten sagt, bevor es sich notgedrungen trennt. Und, Nelly war sich wegen der Dunkelheit nicht ganz sicher, hatte sich Brenders Mund nicht dem Mondgesicht genähert? Verdammt nochmal, sollte sie sich im Geschmack der feinen Tussi so geirrt haben? Der Mann stieg jetzt aus und der Kleinwagen schoss davon. Nelly verließ ebenfalls ihr Auto. Brenda interessierte sie nicht weiter. Sie wollte wissen, wer der Mann war, um den sich die reiche Schöne so intensiv bemühte. Der Dicke sah dem Wagen nach, dann blickte er sich misstrauisch um. Nelly versteckte sich blitzschnell hinter einem Auto. Durch die Scheiben sah sie, wie er langsam den Bürgersteig entlang ging und in eine Seitenstraße abbog. Mit Riesensätzen überwand Nelly die Strecke bis zur Hausecke, hinter der er verschwunden war. Der Dicke hatte gerade mal 20 Meter geschafft. Unter einer Straßenlaterne blieb er stehen und suchte nach dem passenden Schlüssel. Ein abschließender, prüfender Rundblick, dann verschluckte ihn der Hausflur eines Wohnhauses. Die Adjutantin beobachtete die Hausfront. In einem Zimmer in der dritten Etage flammte Licht auf. Sie nickte befriedigt. Der Rest war ein Kinderspiel. Zur Sicherheit ließ sie alle Namen durch den Computer laufen, die sie vom Klingelbrett abgeschrieben hatte. Es blieb dabei. Der einzige Mann, der altersmäßig in Frage kam, trug einen der beiden Namen, die sie der dritten Etage zuordnete. Michelle de Vries. Beruf Bibliothekar. Esmei von Eiken war eine holländische Widerstandskämpferin oder eine für die Nazis arbeitende Doppelagentin. Auf jeden Fall bildhübsch und angeblich launisch, flatterhaft und hysterisch. Sie versteckte jüdische Familien in Friesland, sorgte für abgeschossene, alliierte Bomberpiloten, transportierte Waffen und spionierte. Ob nur für die eine oder für beide Seiten war wohl auch der holländischen KP und dem deutschen Sicherheitsdienst nicht klar, denn beide fassten Pläne zu ihrer Beseitigung. Schließlich wurde Esmei ein Opfer der Deutschen. Im September 1944 fand man ihre Leiche im Pfand-Starkenburg-Kanal in der Nähe von Groningen. Cosima Tannhäuser hatte diese Informationen nicht dem Geschehen auf der Bühne entnommen. Selbst wenn die Schauspielersänger auf Deutsch und nicht auf Holländisch gesungen hätten, wäre sie, wie sie aus einschlägigen Opernerfahrungen wusste, kaum in der Lage gewesen, dem Handlungsfaden zu folgen. Doch zum Glück gab es einen Begleittext, der in englischer Sprache das Wichtigste verriet. Peter Hobema schüttelte den Kopf, als sie die Stufen des Hate-Musiktheaters hinabschritten. In dem modernen Gebäudekomplex befanden sich neben der holländischen Oper auch das neue Statuis, sowie Cafés und Läden. Zu schwillstig, entschied der Kulturbeamte. Die haben daraus eine banale Liebesgeschichte gemacht. Eine Frau zwischen vier Männern, und dafür wird die holländische Geschichte geplündert. Cosima erschien das Urteil zu hart, aber sie fühlte sich auf dem Gebiet viel zu unsicher, um ein Streitgespräch anzufangen. Die Frau, die die Titelrolle gesungen hat, gefiel mir sehr gut, gab sie wenigstens ein kleines Kontra. Jean Piland? Stimmt, sie hat das Beste aus ihrer Partie gemacht. Hobema lachte. Ich vergaß, dass sie die geborene Verteidigerin der Oper sind. Cosima Tannhäuser. War ihre Mutter eine Wagner-Verehrerin? Nein, fiel Cosima ein. Sie hatte die Frage schon so oft gehört, dass sie ihr keinerlei Witz mehr abgewinnen konnte. Meine Eltern kannten die Oper nur von außen, aber auch sie wurden des Öfteren auf ihren Namen angesprochen. Und dann gab es da ein zweibändiges Lexikon, in dem Richard Wagners zweite Frau erwähnt wurde. Entschuldigen Sie, ich wollte Ihnen nicht zu nahe treten. Das macht nichts, antwortete Cosima ein wenig heftiger als beabsichtigt. Mein Name ist lächerlich, doch damit stehe ich nicht allein auf der Welt. Ich bitte Sie, lächelte der gutaussehende Mann. Ihr Name ist alles andere als lächerlich. Er hat den Klang einer alten Kulturnation. Er schwieg einen Moment, als suche er ein anderes Thema. Nehmen wir das Taxi oder gehen wir zu Fuß? Die Abendluft, von einer leichten Brise bewegt, war seidig weich. Die Deutsche brauchte für ihre Entscheidung nur den Bruchteil einer Sekunde. Zu Fuß. Das hier ist das alte jüdische Viertel, erzählte Hobema, als sie ein paar Schritte gegangen waren. Es ist fast vollständig von den Nazis zerstört worden. Was übrig geblieben war, wurde für die Oper planiert. Nur ganz wenige Gebäude zeugen noch von der jüdischen Tradition Amstedams, wie die portugiesische Synagoge da drüben. Cosima schaute in die angegebene Richtung und erblickte jenseits der Straßenkreuzung einen quadratischen, bräunlichen Kasten, der einem Industriegebäude ähnlicher sah als einem Gotteshaus. Der Holländer fuhr fort. Vor dem Krieg lebten in Amsterdam 120.000 Juden. Heute sind es noch etwa 15.000. Als die Razzien und Verschleppungen im Februar 1941 begannen, traten die Werfte beide aus Protest in den Streik. Ein mutiger, aber natürlich vergeblicher Versuch, den Holocaust aufzuhalten. Nach zwei Tagen wurde der Streik blutig niedergeschlagen. Die Deutsche schwieg. Was sollte sie auch sagen? Ihr Führer schlug einen leichteren Ton an. Wissen Sie, wie man das Viertel früher nannte? Flonburg. Eine doppeldeutige Bezeichnung, denn viele dachten dabei an Flojenburg, das heißt Flohburg. In Wirklichkeit stammt das Wort von Flöden oder Fludenburg, weil man im 17. Jahrhundert dieses Gebiet gerade durch neu ausgehobene Kanäle entwäschert hatte, als die ersten Juden aus Spanien und Portugal kamen und sich hier niederließen. Sie sprach die Frage sofort aus. Hat Spinoza hier gewohnt? Spinoza, ja. Sein Vater besaß ein Haus an der Hohkracht, das für die Moos seiner Ehrenkerk abgerissen wurde. Rubemmer zeigte auf eine Kirche im neoklassizistischen Stil. Das Gebäude stammte aus dem 19. Jahrhundert, aber früher stand dort eine katholische Kapelle. Der vergebliche Versuch eines katholischen Geistlichen, die Juden zum rechten Glauben zu bekehren. Er schaute sie aufmerksam an. Interessieren Sie sich für Spinoza? Sie erzählte ihm die Geschichte des ermordeten Konservators und des verschwundenen Manuskripts. Mein Gott, wunderte sich Rubemmer, da sind Sie ja an eine richtige Krimi geraten. Möchten Sie vielleicht, dass ich Ihnen eine Stelle an einer anderen Bibliothek besorge? Auf keinen Fall, protestierte Cosima. Ich finde es wahnsinnig spannend und ich habe auch schon eine Theorie. Der Holländer gab ein höfliches Ach von sich. Inzwischen hatten sie die Amstel überquert und näherten sich der Heerenkracht. Ja, ich glaube, dass Jelles, so hieß der Konservator, ermordet worden ist, weil er das Manuskript besaß. Deshalb versuche ich, so viel wie möglich darüber zu erfahren. Der Text stammt von Spinoza, sagen Sie. Nicht ganz, es sind die Gedanken, Spinoza's, aber aufgeschrieben wurden sie von einem leidender Studenten. Ich habe mich während meines Philosophie-Studiums ein wenig mit Spinoza beschäftigt, bemerkte Rubemmer bescheiden. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich ruhig an mich. Cosima nickte eifrig. Danke, ich komme bestimmt darauf zurück. Sie blieb stehen. Das Haus, in dem sie vorübergehend wohnte, schimmerte weißlich im Licht der Straßenlaterne. Die Fenster der unteren Etage waren dunkel. Frau de Solis war wohl schon zu Bett gegangen. Rubemmer blickte ebenfalls über die Gracht. Im Halbdunkel sah sein Profil noch markanter aus. Mit einer raschen Handbewegung fuhr er sich durch die Haare. Haben Sie der Polizei schon von Ihrer Theorie erzählt? Nein, es ist ja nichts weiter als eine fixe Idee. Ich glaube, die würden mich nicht mal ernst nehmen. Er lächelte sie an. Haben Sie Lust, noch ein Glas Wein mit mir zu trinken? Es war ein herrliches Sommerabend und er sah verdammt gut aus. Aber sie hatte ein Prinzip, ein altertümliches, das ihr ihre Mutter eingebläut hatte. Geh am ersten Abend nicht zu weit, sonst haben die Männer keine Achtung vor dir. Und außerdem gab es da ja immer noch Markus. Kümmern Sie sich um alle Bibliothekarinnen so intensiv wie um mich? Der Holländer lachte. Das Ziegelo-Programm wurde vor fünf Jahren gekanzelt. Nein, nein, im Ernst. Ich mag sie. Vielleicht beim nächsten Mal, sagte Cosima leicht hin. Sie streckte ihm ihre Hand hin und er hielt sie fest. Würde es ein nächstes Mal geben? Bestimmt. Er sah ihr nach, bis sie im Hausflur verschwunden war. Jimmy Cliff stand am Rand des früheren Binnenhafens und wartete. Unruhig streifte sein Blick über die große Wasserfläche und das massige, niedrige Gebäude des Schifffahrtsmuseums, ohne dass er etwas wahrnahm. Ein Motorboot schepperte weiter draußen, nahm aber Kurs auf die Prinz-Hendrikade. Es hätte ihn auch sehr gewundert, wenn der Gao Lau mit dem Motorboot gekommen wäre. Doch warum? Verfluchte Voodoo-Scheiße hatte ihn der Boss hierher bestellt. Wieso konnten sie nicht wie üblich bei einem Teller Krabbenreis im Hinterraum des Roten Drachen sitzen und über alle offenen Fragen plaudern? Und welche offenen Fragen? Hatte er nicht alles zur Zufriedenheit des Gao Lau erledigt? Okay, dieser Jellis war gestorben, das war uncool, extrem uncool. Andererseits hatte der Gao Lau bekommen, was er wollte. Und diese blonde Schnäpfe würde die Schnauze halten. Schließlich steckte sie selbst mit drin, hatte sich mehr als eine Nase durchgezogen. Also, was hatte er zu befürchten? Nichts, nichts und nochmal nichts. Und warum hatte ihn Jasmin dann so komisch angeguckt? So, als wolle sie sagen, hoffentlich sehe ich dich wieder. Er hasste diesen Blick. Jasmin war nämlich nicht irgendeine schwarze Braut, sie war eine verdammte, verfluchte, beschissene Wahrsagerin. Sie konnte in die Zukunft schauen. Nicht, dass Jimmy an diesen Quatsch glaubte. Er hatte für diesen Zauberei Mist nicht die Bohne übrig. Jasmin nahm damit die Touristenweiber aus, und das war gut so. Und trotzdem hasste er diesen Blick. Ein Auto näherte sich von Osten. Jimmy Cliff schwitzte, mehr als nötig. Das Auto hielt zehn Meter vor ihm. Die Scheinwerfer blendeten ihn. Dann schaltete der Fahrer den Motor und das Licht aus. Jimmy erkannte, dass drei Männer im Auto saßen. Die beiden auf den Vordersitzen waren die Leibwächter des Gaolau. Also musste der Mann auf dem Rücksitz der Boss sein. Jimmy stellte sich ein bisschen breitbeiniger hin, weil seine Beine zitterten. Er fühlte sich uncool. Er hatte eine beschissene Scheißpanik. Er wollte weg, nur weg. Die hintere Wagentür ging auf. Der Mann, der auf dem Rücksitz gesessen hatte, stieg aus. Es war nicht der Gaolau. Den Mann, der langsam auf ihn zukam, hatte er noch nie gesehen. Ein Chinese in einem konservativen, dunkelgrauen Anzug. Die Uniform der taiwanesischen Geschäftsleute. Oder der taiwanesischen Killer. Jimmy Cliff machte ein paar Schritte auf den Mann zu. Der stoppte ihn mit einer Handbewegung. Hey, rief der schwarze Dealer. Ich warte hier auf den Gaolau. Warum ist er nicht gekommen? Was ist los? Der Mann sagte etwas auf Chinesisch. Jimmy fuchtelte in der Luft herum. Das verstehe ich nicht, Mann. Können Sie nicht Holländisch reden oder Englisch? Der Mann hob seine rechte Hand und schob sie unter das Jackett. Jimmy hüpfte wie ein Känguru. Aber er rannte in die beschissene, falsche Richtung. Wie ein blutiger Idiot blieb er am Uferrand stehen und glotzte auf die tintige Brühe, die da unten schwappte. Langsam drehte er sich um. Der Mann war näher gekommen. Er lächelte und sagte wieder etwas auf Chinesisch. Jimmy starrte auf die Pistole mit dem aufgeschraubten Schalldämpfer. Dann spürte er, wie seine Hose nass wurde und ihm die Pisse die Beine entlang lief. Entsetzt guckte er nach unten und hätte beinahe das trockene, kalte Plöpp überhört. Jan Wutus saß einen Becher lauwarmen Kaffees neben sich an seinem Schreibtisch und las die Zeitung. Der Mordfall Jellis war auf die dritte Lokalseite gerutscht. Ein neuer, spektakulärerer Doppelmord hatte die Aufmacherseite erobert. Der 26-jährige Sohn eines Zahnarztes und einer ehemaligen Nonne hatte seine Eltern getötet. Und nicht nur mit insgesamt zehn Schüssen aus einem Jagdgewehr niedergestreckt, sondern auch noch regelrecht ausgenommen. Man hatte die Herzen und einen Teil der inneren Organe im Kühlschrank gefunden, mit einem anderen Teil waren offensichtlich die Katzen gefüttert worden. Das Ende eines Dramas, das der Reporter mit Mutterhassliebe überschrieb. Denn das auf 40 Kilogramm abgemagerte Jüngerchen, das auf den Fotos eher 16 als 26-jährig aussah, hatte sein ganzes Leben unter der Obhut der bigotten Mutter verbracht, während es vom strengen Vater wegen seiner Lebensunfähigkeit beschimpft wurde. Nachbarn, Lebensmittel und Zeitschriftenhändler gaben Anekdoten eines verpfuschten Lebens zum Besten, und die Schwester der Mutter, eine noch praktizierende Nonne, lieferte gleich die tiefenpsychologische Erklärung, indem sie davon sprach, dass die Mutter ihren Sohn für den Sündenfall ihres Lebens gehalten habe. Kommissaris van der Werf hatte den Fall übernommen, der keinerlei Anstrengung erforderte, da der Mörder geständig war. Ja, geradezu danach gierte, sein armseliges Leben vor den vernehmenden Polizeibeamten auszubreiten. Die einzig relevante Frage hatten die psychiatrischen Gutachter zu beantworten. Die Frage nämlich, ob der Junge als unzurechnungsfähig einzustufen und für sein restliches Leben in eine geschlossene Anstalt abzuschieben sei. Van der Werf war ein paar Jahre jünger als Votes, aber drauf und dran, in der Rangstufe an Votes vorbeizuziehen. Van der Werf stand unter der Protektion des Hoftkommissaris, der seinem Liebling stets die leichteren und öffentlichkeitswirksameren Fälle zuschanzte. Der Kommissaris faltete die Zeitung zusammen und grunzte. In einer halben Stunde war große Lagebesprechung. Nach dem Doppelmord würde sicherlich der Fall Jellis zur Sprache kommen, und vor seinem geistigen Auge sah er bereits die skeptisch hochgezogenen Augenbrauen des Hoftkommissaris. Nicht sehr viel, was sie uns da bringen, Votes. Der Kommissaris schaute zu Lubbers hinüber. Der adrette Hoftagent telefonierte seit zehn Minuten mit den beiden Beamten, die die pharmazeutischen Firmen untersuchten. Das Gespräch drehte sich inzwischen um die Europapokalchancen von Ajax Amsterdam. Und? fragte Votes, nachdem Lubbers endlich aufgelegt hatte. Nichts! Der Kommissaris nickte. Es wäre auch zu schön gewesen. Nelly Ratsen polterte herein und warf ihre Umhängetasche auf den Schreibtisch. »Holla!« höhnte Lubbers. »Dass ich das noch mal erleben darf, dass du nach mir ins Büro kommst!« »Ich habe heute Nacht gearbeitet,« gab Ratsen kurz angebunden zurück. »Natürlich! Das hätte ich mir denken können!« Die Adjutantin stemmte ihre Hände in die Hüften. »Wollt ihr gar nicht wissen, was ich herausgefunden habe?« »Mach's nicht so spannend,« ermunterte sie der Kommissaris. »Brenda von Borg war gestern Abend verabredet.« »Und wisst ihr mit wem?« »Mit Michel de Vries.« »Aha!« sagte Lubbers. »Wer ist Michel de Vries?« Die braunen Augen blitzten triumphierend. »De Vries arbeitet in derselben Bibliothek, in der auch Ruth Jellis gearbeitet hat.« Der Kommissaris gähnte. »Ja, und?« Nelly Ratsen wirkte enttäuscht. »Aber Jan! Siehst du nicht das Motiv? Eine Frau und zwei Männer, die sich kennen.« De Vries ist eifersüchtig und bringt Jellis um. Wutus schnitt eine Grimasse. »Nelly, bist du Polizistin oder Kartenlegerin?« »Denkbar ist vieles. Was wir brauchen, ist ein ernsthaftes Indiz, dass de Vries Jellis besucht und ihm das Kantaridin in die Bierdose gekippt hat.« Das Telefon klingelte. Lubbers nahm ab, hörte eine Weile zu, stieß einen Laut aus, der irgendwo in der Mitte zwischen Erstaunen und Missmut lag, wiederholte »Kattenburg, Erblein!« und versicherte, dass sie sich sofort aufmachen würden. Die beiden anderen starrten ihn fragend an. »Jimmy Cliff«, sagte der Hoftagent, »einer der schwarzen Dealer, die gestern hier waren. Sie haben ihn aus dem Binnenhafen gefischt.« Ihren freien Tag wollte Cosima zu einem Besichtigungsprogramm nutzen. Und da sie das Rieksmuseum und die übrigen Kunstmuseen schon kannte, entschloss sie sich, noch einmal zum jüdischen Viertel zu gehen. In der letzten Nacht, nach dem Opernbesuch, hatte sie nicht viel erkennen können und außerdem hatte Peter Hobema mit seinem Charme und seinen Geschichten ihre ganze Aufmerksamkeit in Anspruch genommen. Sie musste lächeln, als sie an Peter dachte. Zwischen ihm und Markus lagen wirklich Welten. Peter hörte sie gerne zu. Ja, er zog sie regelrecht in seinen Bann, während sie bei Markus in letzter Zeit immer öfter Schwierigkeiten gehabt hatte, sich auf seine Geschichten vom täglichen Versicherungsgeschäft und den Wehwehchen seiner Fußballhelden zu konzentrieren. Armer Markus. Neben dem weltgewandten Hobema wirkte er wie ein dummer Junge. Tat sie ihm da nicht ein bisschen Unrecht? Mit dem festen Vorsatz, heute endlich mit Markus zu sprechen, schritt Cosima über den Newmarkt, in dessen Mitte die Waag trutzte, ein massiger Backsteinbau mit kleinen Türmchen. An der Inschrift konnte sie erkennen, dass das Gebäude aus dem Jahr 1488 stammte. Aber sie blieb nur kurz stehen und orientierte sich mithilfe ihres Stadtplanes. Geradeaus durch die Sainte-Antonie-Bréchstraat musste sie zur portugiesischen Synagoge kommen. Vielleicht erfuhr sie dort etwas mehr über die Welt, in der Spinoza gelebt hatte. Die schmale Antonie-Bréchstraat war gesäumt von kleinen Läden und Modeboutiquen, in denen etwas ausgefallenere Kleidungsstücke angeboten wurden als in den Geschäftsstraßen der Innenstadt. Gegen ihren Willen blieb die Bibliothekarin vor einem Schuhgeschäft stehen und bewunderte ein paar hochhackiger Sandaletten, die aus Frivol, wenig Leder und jeder Menge Freiraum bestanden. Sie schaute hinunter auf ihre ausgelatschten Treter. Ach was, ihre Füße waren nicht so dick, und ein bisschen extravaganz durfte sie sich ruhig leisten. In der Oper unter all den eleganten Damen war sie sich vorgekommen wie eine Landbommerranze. Kurz entschlossen betrat sie den Laden und kaufte die sündhaft teuren Schuhe. Beschwingt schlenderte sie danach weiter. Es war ein herrlicher Tag. Amsterdam, eine aufregende Stadt, und sie selbst auf dem besten Wege, ihr Leben zu ändern. Adieu, Gelsenkirchen. Adieu, Tristesse. Das schale Leben in ihrer Heimatstadt, die so viel Flair besaß wie ein Kuhdorf in den Alpen, konnte eine Weile ohne sie auskommen. Auf der Jodenbrichstraat kam sie am Rembrandt-Haus vorbei, und dann sah sie auch schon die portugiesische Synagoge. Am Tage, im hellen Sonnenlicht, wirkte sie viel imposanter. Ein wuchtiger Bau, der Schlichtheit und zugleich Stolz ausdrückte. Obwohl die Synagoge zwischen zwei vielbefahrenen Straßen lag, schien sie entrückt und geheimnisvoll. Ein Eindruck, der durch etwas verstärkt wurde, das Cosima am gestrigen Abend nicht bemerkt hatte. Das Gotteshaus wurde von einem Karree niedriger Gebäude abgeschirmt. Auf der Suche nach einem Durchgang stand die Deutsche plötzlich vor einer Skulptur, die einen kräftigen, beinahe dicken Mann darstellte, der mit geballten Fäusten entschlossen voranschritt. Richtig, das hatte Peter auch erwähnt. Die Statue sollte an den Aufstand der Werftarbeiter gegen die Nazi-Herrschaft erinnern. Cosima ging um das Karree herum. Irgendwo musste es doch einen Eingang geben. Endlich fand sie eine schmale Holztür, neben der ein Schild mit der Aufschrift Tögang hing. Auch stand da etwas von Openings-Tigen. Sie drückte gegen den Türknopf, die Tür gab nicht nach. Dann entdeckte sie die Klingel im Holzrahmen. Natürlich, es gab Sicherheitsvorkehrungen. Aber woher wussten die Wächter, wer vor der Tür stand? Während sie klingelte, blickte Cosima nach oben, direkt in eine Videokamera. Das war die Antwort auf ihre Frage. Noch immer rührte sich nichts. Cosima stellte die Tasche mit dem Schuhkarton ab und beugte sich halb über ein Gitter, um in das nächstgelegene Fenster zu schauen. Durch die Gardine konnte sie nur die schemenhafte Umrisse eines Tisches erkennen. Dann ging sie ein paar Schritte zur anderen Seite. Der Raum hinter den Fenstern war offensichtlich leer. Anscheinend hatte sie einen falschen Zeitpunkt erwischt. In ihrem Rücken kreischten Bremsen. Als sie sich umdrehte, sah sie, dass die Bremsen zu einem Polizeiwagen gehörten, und die beiden Polizisten, die heraussprangen, hatten Pistolen in den Händen. Erschrocken blickte sich Cosima um. Aber da war niemand, dem der Polizeieinsatz gelten konnte. Außer ihr. Einer der Polizisten brüllte einen Befehl. Obwohl sie nichts verstand, hob Cosima instinktiv die Arme. Jetzt bauten sich die beiden Blau-Uniformierten vor ihr auf, die Waffen immer noch im Anschlag. Derjenige, der sie angebrüllt hatte, stellte in drängendem Ton eine Frage. Cosima war den Tränen nah. Ich verstehe kein Holländisch. Der Polizist zeigte auf die Tasche mit dem Schuhkarton. Meine Schuhe! Schuh, wiederholte der Polizist. Cosima nickte heftig. Sie begriff überhaupt nichts. Ein Lieferwagen hielt neben dem Polizeiauto. Das Wesen, das vom Beifahrersitz kletterte, sah aus wie ein Astronaut. Es trug einen metallisch glänzenden Anzug und einen Helm. Cosimas Arme wurden nach hinten gezogen. Handschellen schnappten zu. Bevor sie von den Polizisten im Schutz seines Mauervorsprungs zu Boden gedrückt wurde, sah sie noch, wie der Astronaut ihre neuen Schuhe vorsichtig hochhob. Sie hatten Jimmy Cliff an Land gezogen und mit einer Plastikplane bedeckt, aber seine Rasterperücke schwamm immer noch im Wasser. Eine der uniformierten Polizisten fischte mit einer langen Stange danach, doch jedes Mal, wenn er sie aufgegabelt hatte, rutschte sie wieder zurück. Verdammt, der Hund hat uns reingelegt, sagte Nelly Ratzen. Ohne Perücke hätte Brenda ihn wahrscheinlich erkannt. Wie kann man ahnen, dass jetzt schon die schwarzen Perücken tragen, mokierte sich Lubbers. Ihren Wutus kratzte sich über das stoppelige Kinn. Er hatte heute Morgen vergessen, sich zu rasieren. Unsere Schuld. Wir haben uns angestellt wie Anfänger. Erinnert ihr euch, dass Brenda sagte, er trug kürzere Haare? Die Adjutantin wollte widersprechen, überlegte es sich dann aber anders. Sie schlenderten vom Uferrand zu den Polizeiwagen zurück, die mit rotierenden Lichtern die Leiche einrahmten. Als ein japanisches Porsche-Imitat heranbrauste und vor dem Pulk der Fahrzeuge anhielt. Der Mann, der aus dem Geschoss herauskletterte, trug langes, blond gesträntes Haar, das zu einem Zopf zusammengebunden war, und einen Anzug von Hugo Boss, für den ein normaler Kriminalbeamter seinen halben Monatslohn hätte opfern müssen. Der Zopfträger warf einen Blick auf die Leiche und nickte den dreien zu. Die Mordkommission und das gleich in dreifacher Ausführung. Was treibt euch her? Arbeitet ihr nicht an diesem Giftmord? Hallo, Hendrik, sagte der Kommissaris. Er kannte Hendrik Versteg noch aus einer Zeit, als dieser einfacher Brigadier im Betrugsdezernat war. Seitdem hatte er sich enorm verändert und Neider meinten, nicht zu seinem Vorteil. Für das Privileg, keine Büroarbeit verrichten zu müssen und in schicken Klamotten und teuren Autos durch die Gegend zu fahren, ging er bei Undercover-Einsätzen allerdings ein hohes Risiko ein. Mit ein paar knappen Sätzen brachte Wutas den Rauschgiftfahnder auf den Stand ihrer Ermittlungen. Versteg schüttelte skeptisch sein Haupt. Die orangenfarbene Bräune seines Gesichtes zeugte von regelmäßigen Sonnenbankbesuchen. Bisschen dünn, meint er nicht? Selbst wenn Jimmy der Dealer von Jellis gewesen ist, was besagt er schon? Ich kannte Jimmy, er war nicht der Typ, der Leute umbringt. Und wenn ihm jemand den Auftrag dazu erteilt hat, entgegnete der Kommissaris. Und wenn derjenige, der ihn beauftragt hat, nun dafür gesorgt hat, dass Jimmy nie mehr den Mund aufmacht? Vesti guckte auf den kleinen braunen Mann hinab. Die Andeutung eines Lächelns zuckte um seine Lippen. Ich halte mich lieber an die Fakten. Und Fakt ist, dass zurzeit ein heftiger Machtkampf unter den chinesischen Triaden in Amsterdam tobt. Jimmy hat für den Gao-Lao gearbeitet. Gao, was? fragte Lubbers. Gao-Lao, der große Boss. Charlie Sung, der Besitzer des Roten Drachens, eines China-Restaurants in der Altstadt. Das wissen wir, bestätigte der Kommissaris. Vor der Vernehmung der Dealer haben wir Material vom Rauschgiftdezernat bekommen. Haben Sie euch auch erzählt, dass Charlie inzwischen mächtige Feinde hat? Der Rauschgiftfahnde grinste gönnerhaft, als Wutus nicht antwortete. Ich bin nahe dran, den Gao-Lao zu knacken. In den letzten zwei Monaten hat es drei bewaffnete Überfälle auf Leute von Zoom gegeben. Der Kerl hat Angst, sag ich euch. Der steckt seine Nase kaum noch zur Tür des Roten Drachen hinaus. Er nickte zur Plastikplane hinüber. Ist euch bei unserem guten Jimmy etwas aufgefallen? Ein Schuss, sagte Nelly Ratsen. Richtig, Profiarbeit. Die lassen einen Killer aus Taiwan oder Kanada einfliegen. Der macht seine Arbeit und schwupps. Würstig machte eine Handbewegung. Ist er wieder verschwunden. Keine Spuren, nichts, was uns zu dem Mann führen könnte. Der große, athletisch gebaute Mann blickte grimmig in die Runde. Charlie Sung ist der Repräsentant der 14K-Triade. Der dritte Nachfolger des legendären Einhorn. Einhorn hat in den 60er Jahren den Heroinhandel in den Niederlanden aufgebaut. Als Einhorn 1975 ermordet wurde, musste sich die 14K das Geschäft mit Woh-Sing-Woh und den A-Kong aus Singapur teilen. Doch jetzt drängt eine neue Triade nach Europa. Die Tai-Huan-Chai aus der Volksrepublik China. Das sind ehemalige Volksamisten, die während der Kulturrevolution inhaftiert waren. Die Tai-Huan-Chai gelten als äußerst brutal. Wenn ihr mich fragt, haben die Jimmy auf dem Gewissen. Ich habe mal eine Therapie gemacht. Fast jeder macht mal eine Therapie, das ist nichts Besonderes. Trotzdem habe ich Mama nichts davon erzählt, es hätte sie nur beunruhigt. Der Therapeut war so ein magerer Kerl mit Bart, der immer einen dicken Seemannspullover trug. Während ich redete, saugte er an seinem Kugelschreiber. Er saugte und saugte, als hätte er gern eine Zigarette, um rauchend in die Ferne zu gucken oder Zeitung zu lesen, anstatt mir zuzuhören. Vermutlich langweilte ihn das, was ich erzählte. Es war auch wirklich nicht aufregend. Wer will schon hören, dass ein erwachsener Mensch wie ich immer zu Hause hockt, Schipps frisst und sich dabei unglücklich fühlt. Er fragte mich nach meinem Verhältnis zu Mama und wie das gewesen sei, als ich noch ein Kind war. Ich hatte immer ein inniges Verhältnis zu Mama. Mein Vater ist früh gestorben. Mama und ich lieben uns. Mama kümmert sich um mich und dafür verlangt sie ein paar Aufmerksamkeiten. Nicht viele. Dass ich komme, wenn sie mich nachts ruft, weil sie mal wieder schlecht geträumt hat. Dass ich ihr die Medizin ans Bett bringe. Mama stöhnt dann ganz schrecklich, weil ihr alles wehtut. Nach der sechsten Sitzung hat mir der Therapeut geraten, mich von Mama zu trennen, mir eine eigene Wohnung zu nehmen. Da bin ich nicht mehr hingegangen. Er hatte nichts begriffen. Manchmal denke ich jetzt, dass es vielleicht falsch war, die Therapie abzubrechen. Ich liebe Mama nicht mehr so, wie ich es früher getan habe. Seit einiger Zeit habe ich angefangen, nachts auszugehen, nachdem Mama ihr Schlafmittel genommen hat. Es gibt Momente, da hasse ich sie regelrecht. Das macht mir Angst. Der Kommissaris zuckte zusammen. Das Kreischen musste man bis zum Flughafen Schifahr hören, zumindest in einem Umkreis von hundert Metern. Und es war ein Wunder, dass noch nicht sämtliche Gläser und Fensterscheiben geplatzt waren. Nelly Ratsen versuchte, die schwarze Frau einzufangen. Aber die riss sich immer wieder los, warf sich auf den Boden, trommelte gegen die Wände und kreischte. Schließlich wurde das Kreischen rhythmischer, von Pausen durchlöchert. Und dann kamen Worte und Satzfetzen. Jesus! Jimmy! Warum? Wer hat dich... Wie kannst du nur... Warum, warum, warum? Jesus! Wie kannst du mir das antun? Es ist doch dein Kind! Jimmy! Jimmy, ich habe dich angefleht! Ich wusste es! Ich habe es genau gespürt! Mein Gott, warum habe ich nicht... Ich wusste es doch! Warum habe ich mir nicht selbst geglaubt? Ich wollte es nicht! Ich wollte es nicht wahrhaben! Jimmy! Du bist ein Idiot! Ein hirnloser Idiot! Ja, das bist du! Lässt deine Jasmin allein! Allein mit ihrem Kind! Mit deinem Kind! Dann brach sie weinend zusammen. Die Adjutantin beugte sich über sie. Mevrou, es... Es tut uns leid. Hören Sie auf mit dieser Mevrou-Scheiße! Sagen Sie Jasmin zu mir! Alle sagen Jasmin zu mir! Die großen Augen in dem schwarzen, bläulich schimmernden Gesicht waren verquollen. Aus der flachen Nase tropfte der Rotz. Nelly Ratzen reichte ihr ein Papiertaschentuch. Was haben Sie geahnt? fragte Wutas, der neben der Tür stehen geblieben war. Zum ersten Mal nahm sie den kleinen, braunen Mann wahr. Was wohl? Dass Sie ihn kalt machen werden! Dass Sie ihn killen werden! Die ganze Nacht habe ich kein Auge zugetan! Hier drin! Sie schlug mit der Faust auf ihren Brustkorb. Habe ich's gespürt! Es gab einen Riss! Und da wusste ich, meinen Jimmy hat's erwischt! Das Kind da unten hat's auch gemerkt! Es hat sich gedreht wie der Teufel! Es wird seinen Vater nie sehen! Armes Kind! Wer wollte ihn killen? Dann forschte die Adjutantin sanft. Was weiß ich, irgendwer eben! Irgendein verdammter Bastard! Wenn du gewusst hast, dass er in Gefahr ist, musst du doch... Nein, muss ich nicht! Ich lese aus der Hand! So eine bin ich! Ich kriege Dinge mit, die andere nicht mitkriegen! Das sind Schwingungen! Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll! Aber als Jimmy ging, wusste ich, dass mein Baby in Gefahr ist! Ich wusste es eben, okay? Jasmin, sagte der Kommissaris, und man merkte ihm seinen Widerwillen an, die Frau mit ihrem Vornamen anzureden. Was wissen Sie über Jimmys Geschäfte? Jasmin ging in die Küche, füllte ein Glas mit Leitungswasser und leerte es in einem Zug. Wutes und Ratzen konnten sie durch die offene Tür beobachten. Die beiden Polizisten standen mitten in einem Farbenmeer. Bunte Decken bedeckten Sitzmöbel und Wände. Dazwischen war gerade noch Platz für einige hölzerne Fratzen, die auf die Besucher hinabstarrten. Hey! Jasmin wischte sich mit dem Unterarm den Mund ab. Ich weiß nichts über Jimmys Geschäfte, okay? Sie waren nicht koscher, sonst hätte er nicht so viele Dollars in der Tasche gehabt. Jimmy war zwar ein cleverer Junge, aber er hat nichts gelernt. Also hat er es auf eine Art gemacht, von der ich kein Wort hören wollte. So war das zwischen uns beiden. Er hat geschwiegen und ich habe nicht gefragt. Das können Sie mir glauben oder nicht. Die Adjutantin zog ihr Notizbuch aus der Tasche und blätterte daran herum. Es war nur eine Geste, eine Methode, um Spannung aufzubauen. Sie hätte jedes Wort, das Jimmy Cliff im Präsidium gesagt hatte, aus dem Gedächtnis wiederholen können. Wir haben Jimmy gestern verhört. Er hat es mir erzählt. Es ging um einen Mord. Dann war er es nicht. Er könnte keinen Menschen umbringen. Mein Jimmy würde so etwas nicht tun. Sie schlug die Hände vors Gesicht und dicke Tränen rannen, begleitet von heftigem Schluchzen durch die Finger. Er hat angegeben, fuhr Nelly Ratzen fort, dass er den Abend des 24., das war vor drei Tagen, mit dir verbracht hat. Stimmt das? Jasmin nahm die Hände vom Gesicht. Dann ging sie ganz nah an die Adjutantin heran. Wenn er leben würde. Wenn mein Jimmy lieben würde, glaub mir, ich würde Stein und Bein schwören, dass er die Wahrheit gesagt hat. Aber jetzt, woher? Ihn kratzt's nicht und ich bar mir eine Sünde. Nein, er war nicht den ganzen Abend hier. Er ist weggegangen. Ratzen wich keinen Zentimeter zurück. Wohin? Hast du es immer noch nicht kapiert? Seine Geschäfte waren tabu. Darüber haben wir nicht geredet. Aber es war eine wichtige Sache. Ich hab's daran gemerkt, dass er so aufgeregt war. Und als er zurückkam, hatte er ein Päckchen dabei. Da ist er ganz vorsichtig mit umgegangen, so als wäre was Zerbrechliches drin. Was ist mit dem Päckchen geschehen? fragte Wutus. Jasmin sah ihn an wie eine Mutter ihr Kind, das zum fünften Mal fragt, warum es die Milch nicht in den Toaster schütten darf. Wir können davon ausgehen, dass Jimmy Cliff der Dealer von Jellis war, fasste der Kommissaris zusammen, als sie zum Präsidium zurückfuhren. Ebenso sicher können wir annehmen, dass Jimmy das Spinoza-Manuskript Jellis abgekauft oder geklaut hat. Was wir nicht wissen ist, A. Hat Jimmy Jellis umgebracht? Und B. Wem hat er das Manuskript übergeben? Da wir Fall C. Dass Jimmy den Spinoza-Text für sich selbst haben wollte, weil er philosophisch interessiert war, mit allergrößter Wahrscheinlichkeit aufschlesen können. Ich glaube nicht, dass es Jimmy war, der Jellis ausgepustet hat, meinte die Adjutantin. Wie soll der in das verdammte Kantaridin gekommen sein? Wie soll überhaupt jemand in den Besitz von Kantaridin gekommen sein, stöhnte Wuters. Aber wenn es nicht Jimmy war, wer war es dann? Brenda van Borg, sagte Ratzen. Sie fuhren auf den Hof des Polizeipräsidiums und die Adjutantin brachte den Wagen in der markierten Haltebucht zum Stehen. Okay, entschied der Kommissaris. Wir fühlen Brenda noch einmal auf den Zahn. Ich möchte, dass sie sich Jimmys Leiche in der Gerichtsmedizin anguckt. Auf der breiten Treppe, die zu ihren Büros führte, kam ihnen eine junge Frau entgegen, die Jan Wuters schon einmal gesehen hatte. Er brauchte ein paar Sekunden, bis ihm einfiel Wo. Guten Morgen, sagte er, als sie an ihm vorbeigehen wollte. Darf ich fragen, was Sie hier gemacht haben? Der alte Polizist auf der großen Polizeiwache hatte väterlich gelächelt und sich auf Deutsch entschuldigt. Der Einsatz sei wohl etwas überzogen gewesen, aber andererseits müsse sie, Frau Tannhäuser, verstehen, dass gerade die Juden besonders vorsichtig seien. Überall auf der Welt käme es leider immer noch zu Anschlägen gegen jüdische Einrichtungen. Und wenn jemand eine Tasche mit einem erkennbar kastenförmigen Inhalt vor dem Eingang einer Synagoge abstelle, dann sei es für den Türwächter nur logisch, die Polizei zu rufen. Als Deutsche dürfte sie dafür doch besonderes Verständnis aufbringen. An dieser Stelle wurde Cosima rot. Die Polizeiaktion war so vollkommen überraschend gekommen, dass es eine Weile gedauert hatte, bis sie endlich begriff, dass sie selbst der Auslöser war. Genauer gesagt, saß sie bereits im Polizeiwagen auf dem Weg zur Wache. Die Hände immer noch mit Handschellen gefesselt, als sie einen Zusammenhang zwischen ihrem Schuhkarton, dem Auftritt des Astronauten und der Tatsache herstellte, dass sie offensichtlich als Kriminelle behandelt wurde. Und bevor sie sich über das aggressive Verhalten der Polizisten ärgern konnte, war ihr die Sache schon peinlich. Sie hatte sich unglaublich naiv und dumm verhalten. Wie konnte sie sich nur bar jeder Sensibilität so tollpatschig anstellen? Im Grunde geschah es ihr Recht, dass sie wie eine Verbrecherin abtransportiert wurde. Was sie dem alten Polizisten sagte, der erneut lächelte und ihr die Tüte mit dem Schuhkarton reichte. Die könne sie jetzt mit dem Gefühl tragen, die Amsterdamer Polizei auf Trab gebracht zu haben. Welchen Schuhen käme schon eine solche Beachtung zuteil? Aber Cosima war nicht nach Scherzen zumute. Hastig griff sie nach der Tüte, murmelte einen Abschiedsgruß und eilte mit gesenktem Kopf zur Tür hinaus. Sie bildete sich ein, dass alle sie mit diesem ironischen Blick beobachteten und wollte nur so schnell wie möglich raus. Draußen, auf der Straße, wusste Gott sei Dank niemand etwas von ihrer Schmach. Und dann begegnete ihr auf der Treppe ausgerechnet der kleine, braune Polizist, der gestern in der Bibliothek gewesen war. Sie hatte an ihm vorbeigehen wollen, doch der Mann stellte sich ihr in den Weg. Cosima verstand nicht, was er sagte. Der Polizist wiederholte seine Frage auf Englisch. Widerwillig erzählte Cosima, was passiert war. Der Polizist nickte. Sie arbeiten noch in der Bibliothek, nicht wahr? Seit wann? Erst seit ein paar Tagen. Ich mache dort ein Praktikum. Dann wissen Sie sicher, was passiert ist. Ja, natürlich. Ich habe davon gehört. Waren Sie schon in Amsterdam, als der Restaurator Jellis starb? Ja, erst an dem Tag. Ich meine, in der Nacht, nachdem ich... Und Sie haben keine Idee, wer hinter dem Mord und dem Diebstahl des Manuskripts stecken könnte? Ich, ähm... Cosima schaute an ihm vorbei auf die Wand. Wieso ich? Der Polizist machte den Weg frei. Dann einen schönen Tag. Cosima fühlte, wie er ihr nachblickte. Es war kein freundlicher Blick. Diesmal nahm Markus den Hörer ab. Nach den Aufregungen der letzten Stunden war Cosima erleichtert, eine vertraute Stimme zu hören. Kaum hatten sie sich begrüßt, spurdelte sie auch schon los. Weißt du, was mir passiert ist? Und dann ließ sie Markus an den Einzelheiten ihrer spektakulären Verhaftung teilhaben. Sie brauchte nicht einmal zu übertreiben. Die bloße Erinnerung verursachte ihr schon eine Gänsehaut. Erst allmählich merkte sie, dass die Reaktionen ihres Gesprächspartners ziemlich einsilbig waren. Sag mal, Markus, ist irgendwas? Er nieste. Nein, wieso? Bist du krank? Heuschnupfen. Heute schwirren jede Menge Pollen durch die Luft. Er wirkte merkwürdig unkonzentriert, so als höre noch jemand mit. Bist du allein? Oder ist eine Frau bei dir? Er lachte, aber es klang unecht. Was soll das, Cosima, von welcher Frau redest du? Was weiß ich? Ich habe so oft versucht, dich anzurufen. Nie warst du da. Ich habe eben viel zu tun. Bin oft unterwegs. Du hättest auf den Anrufbeantworter sprechen können. Du weißt, dass ich das Ding hasse. Es entstand eine kleine, trennende Pause. Wo wir gerade davon sprechen, sagte Markus. Cosima spürte einen Stich. Sie hörte die Entschuldigung, bevor sie ausgesprochen war. Am nächsten Wochenende kann ich nicht kommen. Ein sehr wichtiger Termin, ziemlich großer Abschluss. Die Trauer verwandelte sich in Wut. Wenn du glaubst, Markus, dass ich hier wie ein Mauerblümchen nach dir schmachte, dann irrst du dich. Ich habe auch jemanden kennengelernt, einen sehr netten Mann. Dann knallte sie den Hörer auf den Apparat und schälte sich aus der Telefonzelle. Die alte Frau, die vor der Glastür gewartet hatte, schüttelte mürrisch den Kopf. Cosima schloss leise die Tür auf. Ihr war nicht nach einem Gespräch mit der alten Desolies. Sich aufs Bett werfen, das Gesicht im Kopfkissen vergraben und vielleicht ein bisschen heulen. Das war alles, zu dem sie sich jetzt noch imstande fühlte. Heute war einfach zu viel passiert. Erst die Verhaftung an der Synagoge, dann das Gespräch mit Markus. Zwischen Markus und ihr war es wohl endgültig aus. Eigentlich hatte sie es so gewollt, aber es kam doch ein bisschen plötzlich. Sie hatte die Rechnung ohne ihre Gastgeberin gemacht. Die Alte stand in der Wohnzimmertür und lächelte sie an. Cosima, was machen Sie denn für Sachen? Bitte, schnappte die Bibliothekarin. War ihre Verhaftung als Nachrichtenmeldung vom Rundfunk gesendet worden? Kommen Sie herein, Cosima. Ich mache uns einen Kaffee. Nein, ich doch, beharrte die Alte. Ich möchte Ihnen etwas erzählen. Widerwillig folgte die Deutsche der Einladung. Die Alte war bereits in der Küche verschwunden und hantierte mit einem Kessel. Woher wissen Sie eigentlich, dass ich... Die Polizei hat bei mir angerufen, rief die zierliche, grauhaarige Frau zurück. Ich konnte sie beruhigen. Das Ganze war ja wohl ein großes Missverständnis. Cosima ließ sich in einen Sessel fallen. Das konnte ja heiter werden. Womöglich hatte sich die Polizei auch in der Bibliothek nach ihr erkundigt. Desulis erschien mit einem Tablett. Sie verteilte zwei geblümte Porzellantassen, ein Zuckertöpfchen und ein Milchkännchen auf dem Tisch. Warum haben Sie mich nicht gefragt? Ich hätte Ihnen einiges über die portugiesische Snoge und das jüdische Leben in Amsterdam erzählen können. Ja, schon, aber ich wollte eigentlich nur... Interessiert es Sie immer noch? Cosima war verwirrt. Ja, sicher. Haben Sie sich nie gefragt, was mein Name bedeutet? Clara, Maria, der Solis? Der Kesselpfiff und die Alte ging in die Küche, um den Kaffee aufzugießen. Nach drei Minuten kehrte sie mit einer Kanne zurück, aus der sie ein ziemlich dunkles Gebräu in die Tassen goss. Meine Vorfahren stammen aus Spanien. Sie waren Juden. Genauer gesagt Maranen. Cosima kam aus dem Staunen nicht heraus. Sie sind Jüdin? Ja und nein. Wissen Sie etwas über die Geschichte der Maranen? Die Deutsche schüttelte den Kopf. Maranus sagen die Spanier im 15. Jahrhundert zu den Juden, die sich taufen ließen, um in Spanien bleiben zu können. Es ist ein Schimpfwort und bedeutet Schweine, Gauner. Damals lebten Hunderttausende von Juden in Spanien. Die Mauren, die dort vorher regiert hatten, kamen gut mit den Juden aus. Juden waren hohe Beamte. Ja, sogar Minister. Aber das katholische Königspaar von Kastilien und Aragon, Isabella und Ferdinand, duldete keine Juden auf seinem Territorium. Die Juden mussten sich taufen lassen oder auswandern. Und die meisten Juden nahmen tatsächlich den katholischen Glauben an, viele jedoch nur zum Schein. So kam es zu einer zweiten Verfolgung. Die Inquisition wurde eingeführt. Unter den Konvertierten suchte man jene, die ihren jüdischen Glauben insgeheim beibehalten hatten, eben die Maranen. Man beobachtete ihre Essgewohnheiten. Aßen sie koscher? Man achtete darauf, ob am Samstag Rauch aus ihren Kaminen kamen. Nach dem jüdischen Gesetz darf am Sabbat kein Herdfeuer angezündet werden. Tausende von Maranen endeten auf dem Scheiterhaufen der Inquisition. Zehntausende flüchteten oder wurden vertrieben. Sehr viele gingen nach Portugal. Und von dort, als es Ende des 16. Jahrhunderts ebenfalls zu Judenprogromen kam, nach Holland. Holland befand sich gerade im Unabhängigkeitskrieg mit Spanien und deshalb nannten sich die Eintreffenden nicht Spanier, sondern Portugiesen. In der portugiesischen Snoge wurde mehr Spanisch als Portugiesisch gesprochen. Desulis nahm einen Schluck Kaffee und lächelte Cosima an. Ich weiß, das klingt sehr kompliziert, aber anders kann ich Ihnen nicht erklären, wer ich bin. Cosima nickte nur. Amsterdam war damals eine tolerante Stadt, fuhr die Alte fort. Vielleicht die liberalste in ganz Europa. Die Stadtverwaltung erlaubte den einwandernden Neuchristen, sich wieder zum Judentum zu bekennen. Aber die Maranen wussten selbst nicht mehr, was sie waren, Katholiken oder Juden. Zu lange hatten sie schon den katholischen Glauben praktiziert. Erst mussten Rabbiner aus Deutschland, Griechenland und Italien kommen, um die Maranen zum Judentum zu bekehren. So entstanden Anfang des 17. Jahrhunderts die ersten jüdischen Gemeinden in Amsterdam. Die rasch wuchsen, weil auch Juden aus dem Osten, die Aschkenazim, hierher kamen. Doch nicht alle Maranen kehrten zum Judentum zurück. Manche blieben katholisch, darunter auch meine Vorfahren. So bin ich, nach jüdischem Gesetz, keine Jüdin. Was die Nazis allerdings nicht daran hinderte, uns zu verfolgen. Wie haben sie, Cosima suchte nach den richtigen Worten, während der Nazizeit überlebt? Desulis lehnte sich in ihren Sessel zurück und schwieg einen Moment. Moment. Dann räusperte sie sich. Glauben Sie mir, es fällt mir nicht leicht, darüber zu reden, obwohl es schon so lange her ist. Und obwohl ich oft davon gesprochen habe. Ich hielt es für meine Aufgabe, die Erinnerung wachzuhalten. Ich bin in Schulen gewesen, sogar in Deutschland. Gerade in Deutschland. Nun, wir brauchten lange, um zu begreifen, dass wir nach der Rassenlehre der Nazis Juden waren und dass wir uns in Gefahr befanden. Meine Eltern haben es zu spät begriffen. Sie wurden, wie meine jüngeren Geschwister, in Auschwitz ermordet. Mein älterer Bruder und ich sind geflüchtet. Zu Bauern nach Zeeland, die mein Bruder kannte. Die erste Zeit haben wir uns nicht aus dem Haus getraut. Später sind wir dann mutiger geworden. Ich besaß einen gefälschten Pass und bin damit in die nächste Stadt gefahren. Es gab Kontrollen und mein Herz schlug jedes Mal rasend, wenn mich einer dieser SS-Männer anschaute. Aber es ging gut. Bis 1944. Da ist mein Bruder, der einer Widerstandsgruppe angehörte, in eine Falle geraten. Er wurde erschossen. Die Leute, bei denen ich wohnte, gerieten in Panik. Ich musste mir ein neues Versteck suchen und blieb bis zum Einmarsch der Alliierten auf einem Dachboden. Desulis schwieg. Und Cosima, ganz benommen von dem Gehörten, wusste ebenfalls nicht, was sie sagen sollte. Plötzlich lächelte die Alte und fragte im Plauderton, »Mögen Sie keinen Kaffee?« Erst jetzt bemerkte Cosima, dass sie die Kaffeetasse noch nicht angerührt hatte. Sie versicherte, dass sie gerne Kaffee trinke, und nahm einen Schluck. Er schmeckte bitter. »Es ist nur, ich frage mich, was? Wie können Sie nach solchen Erfahrungen eine Deutsche bei sich aufnehmen?« »Ich hege keinen Groll gegen die Deutschen. Naja, gegen die Alten und die Neuen Nazis schon. Aber die Deutschen, vor allem die Jüngeren, insgesamt zu verurteilen, er erscheint mir ungerecht. Ich habe einen Bekannten. Er ist Metzger und besitzt einen Laden an der Küste. Im Sommer kommen dort viele Deutsche hin. Wenn Deutsche in seinem Laden etwas kaufen wollen, bedient er sie nicht. Er ignoriert sie einfach, bis sie wieder gehen. Das ist seine Art der Rache. Ich kann ihn verstehen, doch ich teile seine Einstellung nicht. Ich möchte, dass die Deutschen begreifen, dass sie eine Verantwortung tragen. Deutsche Touristen überschwemmen Europa und oft wissen sie nicht einmal, dass sie sich an Stellen aufhalten, an denen die deutsche Besatzungsarmee oder SS-Terror-Kommandos gewütet haben. Deshalb, liebe Cosima, habe ich Sie in mein Wohnzimmer gebeten und Ihnen diese Rede gehalten. Ich hoffe, ich habe Sie nicht zu sehr gelangweilt. »Nein, nein«, beeilte sich Cosima zu widersprechen. »Ich bin nur etwas verwirrt. Er ist die Verhaftung, und dann habe ich mich auch noch mit meinem Freund am Telefon gestritten.« »Oh, das tut mir aber leid.« »Es ist schon seit einiger Zeit schwierig zwischen uns. Vielleicht ist es ganz gut.« Jetzt behelligte sie ihre Gastgeberin auch noch mit ihren Privatproblemen. »Nein, ich fand das, was Sie erzählt haben, sehr interessant.« »Schön, aber jetzt, nachdem ich so viel geredet habe, müssen Sie mir auch verraten, warum Sie sich für die portugiesische Snoge interessieren.« Und Cosima erzählte von dem Mord in der Bibliothek, dem gestohlenen Manuskript und ihrer Idee, dass die Lösung des Rätsels mit dem Inhalt der Handschrift und dem Leben Baruch des Spinozas zu tun haben könne. »Baruch des Spinoza,« sagte die Alte nachdenklich. »Ich weiß nicht viel über ihn. Aber er war, glaube ich, ein typischer Marane. Er stand zwischen den Religionen, und das machte ihn abhängig. Wie übrigens viele andere Maranen auch. Sie waren relativ reiche und hochgebildete Menschen, die für ihre Zeit recht moderne Gedanken entwickelten. Jüdische Historiker glauben zum Beispiel, dass auch Christoph Kolumbus ein Marane war.« Clara Maria de Solis tippte sich an die Schläfe. »Ich habe eine Idee. Ich kenne einen Rabbiner, der in der Elsheim-Bibliothek arbeitet. Der wird Ihnen sicher mehr über die damalige Auseinandersetzung mit Spinoza berichten können. Außerdem ist er ein sehr netter Mann.« Cosima lachte. »In Ihrem Bekanntenkreis gibt es wohl lauter nette Männer. Oh,« schmunzelte die Alte, »in meinem Alter ist das nicht anrüchig.« »Ich bin es langsam leid, nach Ihrer Pfeife zu tanzen. Alles, was ich weiß, habe ich Ihnen bereits gesagt. Ich sehe nicht ein, dass ich mir Horden von Verdächtigen und jetzt auch noch eine Leiche anschauen soll. Bei allem Verständnis für die Polizeiarbeit. Es gibt auch Bürgerrechte.« Die hohen Absätze klackerten über den gefließten Flur des Gerichtsmedizinischen Instituts. Und Jan Wuthers hatte Mühe, mit der empörten Brända von Burg Schritt zu halten. »Tut mir leid, Jufo von Burg, aber Sie sind unsere wichtigste Zeugin. Sie können gerne einen Anwalt konsultieren, worauf Sie sich verlassen können. Freiwillig zur Verfügung stehen werde ich Ihnen nur noch dieses eine letzte Mal.« »Bitte hier entlang.« Der Kommissaris drückte eine Schwingtür auf. Den Rest des Weges legten sie schweigend zurück. Bis sie in dem Raum mit den Kühlfächern standen, dessen beklemmende Atmosphäre auch durch die großformatige Dünenansicht an der Wand nicht gemildert wurde. Ein weißgekleideter Assistent, fast so blutleer wie seine Aufbewahrungsstücke, schaute sie erwartungsvoll an. »James Cliff«, sagte Wuthers und ärgerte sich über seine belegte Stimme. Aus den Augenwinkeln sah er, wie seine elegante Begleiterin ironisch lächelte. »Kaltschnäuziges Biest«, dachte er, »hoffentlich hat Nelly recht.« Jimmys Überreste rollten aus der Wand, und der Assistent schlug eine Plane zurück. Das Gesicht war eingefallen, seine Farbe ähnelte erkalteter Lava. Ungerührt studierte Brenda die Gesichtszüge. »Es ist der, den ich nach vorne gerufen habe, nicht wahr?« »Ja, er ist es.« »Sind Sie ganz sicher?«, fragte der Kommissaris. »Das ist der Mann, der rot das Kokain verkauft hat. Wenn Sie ihn gebeten hätten, die Perücke abzunehmen, hätte ich ihn schon gestern erkannt.« »Wir wussten nicht, dass er eine Perücke trug«, sagte Wuthers ärgerlich. »Ich auch nicht«, giftete Brenda van Burg zurück. Nelly Ratzen hatte sich bislang im Hintergrund gehalten, und auch auf dem Rückweg überließ sie ihrem Vorgesetzten die Gesprächsführung. »Da gibt es noch etwas, wonach ich Sie fragen wollte,« begann der Kommissaris, als sie sich dem Ausgang näherten. »Nach dem bisherigen Stand unserer Ermittlungen hat Ruth Jellis an seiner Arbeitsstelle in der Bibliothek ein wertvolles Spinoza-Manuskript gestohlen.« »Offensichtlich enthält das Manuskript eine ungeahnte Brisanz, denn auch die zweite Person, die es in Händen hatte, eben jener Jimmy Cliff, der Jellis mit Kokain versorgt hat, ist getötet worden. Haben Sie eine Ahnung, warum Jellis das Manuskript gestohlen hat, oder wer ihn dafür bezahlt hat, es zu stehlen?« Brenda machte sich nicht die Mühe, den Fragesteller anzusehen. »Wie ich Ihnen bereits mitteilte, habe ich mich vor drei Wochen von Ruth getrennt. Aber auch davor pflegten wir nicht, über Interna der Bibliothek zu reden. Von der Existenz dieses Spinoza-Manuskripts höre ich zum ersten Mal, aus Ihrem Mund.« Von hinten schaltete sich die Adjutantin ein. »Und seitdem hatten Sie keinerlei Kontakt zur Bibliothek oder zu Arbeitskollegen Ihres Freundes?« Die junge Frau schnaubte. »Wozu? Meine Interessen liegen auf anderen Gebieten.« »Und was ist mit Michel de Vries?« Es war nur ein leichtes Zucken, eine kleine Unregelmäßigkeit des Ganges. Dann hatte sie sich wieder gefangen. »Ach so, Michel, natürlich, den habe ich einmal getroffen. Wir haben uns durch Ruth kennengelernt.« »Und die Vries hat Ihnen nichts von dem gestohlenen Manuskript erzählt?« »Nein, wir haben über Ruth gesprochen. Michel wollte mir sein Beileid bekunden.« »Für wie blöd hältst du uns eigentlich?« dachte Nelly Ratzen. Aber sie sagte nichts. »Es war Nacht. Eine lärmende, stinkende Nacht voller obszöner Gesten. Und es gab einen Grund, warum er hier war. Er hatte einen Auftrag. Er leitete eine Ermittlung. Natürlich hätte er die Arbeit delegieren können. Er hätte Lubbers oder Nelly damit beauftragen können. Also gab es noch einen anderen Grund, warum er sich durch das Gewühl schwitzender Leiber schob, warum er in die rot beleuchteten Fenster gaffte. »Kammer Tehu«, »Zimmer zu mieten«, stand er zu lesen. Was für ein lächerlicher Kompromiss mit dem kalbinistischen Puritanismus. Man mietete nur das Zimmer. Die Frau dazu gab es gratis. Der Boden schwankte unter seinen Füßen. Ja, es gab einen Grund, warum er das hier selbst erledigte. Die Aussicht auf einen weiteren Abend vor dem Fernseher, mit einem Fertiggericht aus der Plastikschale und ein paar Dosen Bier. Die Aussicht auf einen weiteren, deprimierenden Abend. Es hatte mal eine Zeit gegeben, da war er gerne nach Hause gegangen, zu seiner Frau und zu seinem Kind. Die Frau hatte sich längst aus dem Staub gemacht. Der Sohn kannte ihn kaum noch, wenn er ihn alle drei Monate traf. Das letzte Mal hatte ihn Benni vorwurfsvoll angesehen und gefragt, »Warum habe ich nicht die Hautfarbe von Mama?« Marie war eine große, weißhäutige, blonde Holländerin. Ihre Eltern waren immer gegen die Heirat gewesen, vor allem die Mutter. Marie hatte sich nicht darum gekümmert. Die ersten Jahre waren sehr schön, sehr harmonisch verlaufen. Doch dann hatte Marie gemerkt, dass ihre Eltern nicht die einzigen Menschen mit Vorurteilen waren. Ihre Freundinnen hatten mit fadenscheinigen Begründungen gemeinsame Unternehmungen ausgeschlagen. Arbeitskollegen waren zu Partys einfach nicht erschienen. Dazu die hämischen Bemerkungen auf der Straße. Mütter, die ihre Kinder von Benni wegzogen. Zuerst hatte Marie darüber gelacht, dann hatte sie darunter gelitten. Und schließlich, aber da war es bereits zu spät, hatte sie Jan dafür verantwortlich gemacht. Mit ihrem Weggang brach für Woters die schlimmste Zeit seines Lebens an. Bis dahin hatte er sich wie ein Holländer mit brauner Haut gefühlt. Jetzt wusste er, dass er ein farbiger mit holländischem Pass war. Zweimal war er morgens mit dem Lauf seiner Dienstpistole im Mund aufgewacht. Danach hatte er die Waffe abends eingeschlossen. Der Boden unter seinen Füßen schwankte stärker. Der Kommissaris riss sich zusammen. Er hatte einen Auftrag. Er musste einen Dealer mit dem Spitznamen Bobo finden. Einen Freund von Jimmy Cliff. Jasmin hatte gesagt, dass Bobos Stammplatz die Brücke am Molensteg war. Und da vorne war die Brücke. Eine Gruppe von schwarzen Männern hockte zusammen. Sie stoben nicht auseinander, als Woters sich ihnen näherte. Der einzige Vorteil, den seine Hautfarbe bot, war die Tatsache, dass niemand den Bullen witterte. Bei den schwarzen Männern ging es um Geld. Geldscheine wechselten bündelweise den Besitzer. »Wer von euch ist Bobo?«, fragte Woters. Sie starrten den Störenfried wütend an. »Ich«, meldete sich einer. »Kann ich dich allein sprechen?« »Warum?« Bobos Augen flackerten. Irgendeine chemische Substanz pulsierte durch seine Adern. Der Kommissaris zückte seinen Ausweis. »Ich weiß nichts, Mann, ehrlich!«, beteuerte Bobo, als sie ein paar Meter abseits standen. Bobo wippte mit dem Oberkörper, legte sich über die Unterlippe und schielte zu seinen Kameraden. Möglich, dass sie gerade wichtige Geschäfte ohne ihn abcheckten. »Hast du Jimmy gestern Abend gesehen?« »Ja, kurz. Er war auf den Sprung da. Nur mal guten Tag sagen.« »Er hat dir nicht erzählt, mit wem er sich treffen wollte?« »Nein, Mann. Ich nehme an, es war was Geschäftliches. Und darüber reden wir nicht. Ich meine, heute ist es dein Kunde, und wenn du nicht aufpasst, ist es morgen der Kunde von einem anderen.« »Du redest von Rauschgift?« »Ich rede von allem und jedem, Mann. Du bestellst, ich liefere.« Bobo kicherte. »Vielleicht ist es eine seltene Turtenzwiebel. Vielleicht eine Figur aus der Ming-Dynastie.« »Red keine Scheiße, Mann«, drohte der Kommissaris. »Okay, Jimmy war ein bisschen nervös. Aber er war häufig nervös. Ich habe mir nichts dabei gedacht.« »Du weißt, was mit Jimmy passiert ist?« »Klar. Jemand hat ihn ausgepustet. Große Scheiße ist das. Jimmy konnte eine linke Ratte sein, wenn er wollte. Aber das hat er wirklich nicht verdient.« »Ehrlich, Mann. Es hat mich ganz schön umgehauen, als ich das heute Morgen gehört habe. Wir alle leben gefährlich, aber so zu enden?« »Und du hast keine Idee?« »Nein, wirklich nicht. Aber wenn ich ehrlich sein soll, mein Herr, selbst wenn ich eine hätte, ich würde sie Ihnen nicht verraten.« »Glauben Sie, ich wollte auch da unten schwimmen?« Mit dem Kopf deutete Bobo auf die Gracht neben ihnen. »Ist schon schlimm genug, dass ich hier mit Ihnen stehe und plaudere. Die Jungs sehen das gar nicht gern.« Der Kommissaris zog eine Karte aus der Tasche. »Falls dir noch was einfällt, Bobo. Du kannst mich jederzeit anrufen.« »Klar mache ich, aber ich sehe da echt wenig Chancen.« Ohne es zu beabsichtigen, stand er plötzlich in der kleinen Seitengasse, in der vor einigen Tagen die Untersuchung begonnen hatte. Und das Mädchen, das ihn heranwinkte und sich dabei über die grell geschminkten Lippen leckte, war niemand anderes als Lee. Wutas ging näher heran und Lee erstarrte, als sie ihn erkannte. Einige Sekunden standen sie sich gegenüber, durch eine Glasscheibe getrennt. Das Mädchen im Bikini anzog und der Polizist, der wie ein Freier wirkte. Tatsächlich spürte Wutas, wie sich sein Schwanz aufrichtete. Eine unbändige Lust überkam ihn, hineinzugehen und sie kalt und mechanisch zu vögeln. Sie auf dem Bett zu nehmen, auf dem Jellis sein Leben ausgehaucht hatte. Offensichtlich bemerkte Lee seine Unsicherheit, denn ein breites Grinsen überzog ihr Gesicht. Wütend drehte der Kommissaris ab. Das war ja das Letzte. Der leitende Kriminalbeamte bezahlte eine Zeugin für den Beischlaf. Würde sich gut machen als Kantinklatsch im Präsidium. Eine Straßenecke weiter sah er eine Asiatin, die Lee ähnelte. Ohne zu zögern stellte er sich vor die Tür, akzeptierte mit einem Kopfnicken den geforderten Preis und brachte es hinter sich. Der Kitzel, den er bei Lee gefühlt hatte, kam nicht zurück. Als er wieder herauskam, fühlte er sich zerschlagen und dumpf. Und durstig. Im nächsten Café stellte er sich an die Theke und verlangte ein Bier. Nachdem er es in einem Zug ausgetrunken hatte, bestellte er ein neues. Neben ihm standen drei Männer, die sich auf die Schultern klopften und lachten. Ein hässliches, meckerndes Lachen. Das hirnlose Lachen von Rassisten. Der Boden unter seinen Füßen schwankte stärker. Es war nur eine Bewegung. Am nächsten Tag hätte Wutas nicht sagen können, ob die Bewegung zufällig oder beabsichtigt war. Ein Ellbogen traf ihn an der Seite, als er zur Toilette gehen wollte. Der Ellbogen gehörte einem der drei Männer, einem dickbräuchigen, schmierigen, versoffen aussehenden Typen. Bevor Wutas nachdenken konnte, hatte er zugeschlagen. Ein Knochen gab knirschend nach. Blut spritzte aus der Nase. Der Mann heulte auf und schlug die Hände vors Gesicht. Die beiden anderen stürzten sich auf Wutas. Der kleine, braune Mann flog über einen Tisch, kippte Biergläser um, landete krachend auf dem Holzboden. Menschen schrien. Der jüngste, drahtigste der drei Männer warf sich auf ihn. Wutas bekam einen Schlag in den Magen. Aber er schaffte es, seine Pistole herauszuzerren, sie dem Mann auf die Nasenwurzel zu drücken. Versuch's, brüllte er. Mach eine falsche Bewegung! Waffe fallen lassen, schrie eine andere Stämme. Der Kommissaris erkannte zwei uniformierte Polizisten, die an der Tür standen. Sie hielten ihre Pistolen in beiden Händen und zielten auf seinen Kopf. Er warf die Pistole in ihre Richtung. Zusammen mit dem Kerl, der auf ihm gelegen hatte, musste sich Wutas mit gespreizten Beinen an die Wand stellen. Einer der Polizisten tastete ihn ab. Mein Dienstagswahl steckt in der Innentasche, sagte der Kommissaris. Man hat hier die Überreste von vier aschkenasischen Synagogen aus dem 17. und 18. Jahrhundert mit modernen Bauelementen zu einem einzigen Museumsrundgang verbunden. Eine gewagte Konstruktion, aber so gelungen, dass uns der Europäische Rat 1989 einen Preis für die Kombination von inhaltlicher Präsentation und äußerer Erscheinung verliehen hat. Der Rabbiner sprach schnell und in einem Englisch mit starkem amerikanischen Akzent. Er war, wie er erzählt hatte, von den USA nach Israel ausgewandert, um sich dann, weil ihm der Militärdienst in den besetzten Gebieten gegen den Strich ging, auf die frei werdende Stelle an der Edsheim-Bibliothek in Amsterdam zu bewerben. Cosima hatte einen alten Mann mit langem grauen Bart und Melone erwartet, aber Yitzhak Goldstein war höchstens knapp über 30. Und mit seiner karierten Hose und dem gelben T-Shirt sah er eher aus wie ein amerikanischer Tourist. Cosima bat ihn, etwas langsamer zu sprechen, da sie Mühe hatte, seinem wie aus einem Maschinengewehr abgefeuerten Satzsalven zu folgen. Oh, entschuldigen Sie, sagte Goldstein und fuhr mit unvermindeter Geschwindigkeit fort. Hier unten in der neuen Synagoge befindet sich die permanente Ausstellung. Sie beschäftigt sich mit den zentralen Aspekten der holländisch-jüdischen Identität, der Religion, der Verbindung zu Israel und der Erfahrung der Shoah. Die Deutsche sah Fotos, auf denen Menschen mit Judensternen am Mantel trotzig in die Kamera blickten. Verwackelte Fotos, auf denen Polizisten und Soldaten Jagd auf Passanten machten. Und Fotos, auf denen lange Reihen, stumpf, verzweifelter auf ihren Abtransport warteten. Daneben hingen Ölbilder, die jüdische Feste zeigten. Sie hätte sich gern mehr Zeit genommen, aber ihr Führer eilte bereits weiter. Die große Synagoge, erklärte er mit einer ausholenden Armbewegung. Die älteste der vier aschkenasischen Synagogen. Sie wurde 1671, vier Jahre vor der portugiesischen Synagoge, fertiggestellt. Nachdem die Nazis hier gewütet hatten, standen nur noch die äußeren Mauern. Ein Bogen aus hellem Marmor beherrschte die Stirnseite des Raumes. An den Seitenwänden standen Vitrinen, in denen religiöse Gegenstände ausgestellt waren. Während er im Vorübergehen auf einige deutete, redete Goldstein von Hechal, Sifratora, Nertamid und Menora. Cosima verstand nur einen Bruchteil, traute sich allerdings nicht, ihre Unwissenheit zu offenbaren. »Kommen Sie«, sagte Goldstein noch schon und zog sie zu einem Gemälde im hinteren Teil. Das Bild zeigte eine Straßenszene im 17. oder 18. Jahrhundert. Auf der linken Seite erkannte die Bibliothekarin die portugiesische Synagoge, auf der rechten die große Synagoge. »Wenn Sie genau hinsehen«, erläuterte der Rabbiner, »können Sie feststellen, dass der Maler auch die sozialen Unterschiede der jüdischen Bevölkerung dargestellt hat. Links bewegen sich die Mitglieder der portugiesischen Gemeinde. Sie sind gut gekleidet und haben eine aufrechte, vornehme Haltung. Die Aschkenazim auf der rechten Seite tragen schlichte Kleidung. Sie sind Arbeiter oder kleine Handwerker, gebügt vom Gewicht der Lasten, die sie zu tragen gewohnt sind. Die Straße in der Mitte markiert die Trennungslinie, die durch das jüdische Viertel ging. Auf der einen Seite die reichen, sephardischen Kaufleute und auf der anderen die armen Juden aus dem Osten. Im Eiltempo durchschritt Goldstein die restliche Route durch das Jutz-Historisch-Museum. Vorbei an dem rituellen Badeplatz Mikve, den Produkten jüdisch-niederländischer Unternehmer, sowie eine Ausstellung, die in Fotos, Kostümen und Videos jüdische Unterhaltungskünstler der 20er Jahre präsentierte. »Okay«, sagte Goldstein, »bevor wir zur portugiesischen Synagoge hinübergehen, machen wir eine kleine Pause. Was halten Sie von einem koscheren Imbiss?« Der Rabbiner hatte im Museumscafé ein Zahatar-Sandwich bestellt und Cosima hatte der Einfachheit halber genickt und »zwei« gesagt. Jetzt kaute sie an dem pappigen Weißbrot, zwischen dem ein Kräuterschmelzkäse klebte, während Goldstein, trotz vollem Mund, mit kaum vermindeter Geschwindigkeit weiterredete. »Hm, ein dummes Missgeschick, dass ihn da widerfahren ist. Tut mir wirklich leid. Aber der Türwächter ist ein nervöser Bursche. Ich glaube, er müsste mal einen anderen Job machen.« »Es war meine Schuld«, entgegnete die Deutsche. »Ich hätte mich nicht so blöd benehmen sollen.« Goldstein wischte sich den Mund mit einer Papierserviette ab. »Ich hoffe, meine Führung sei eine kleine Entschädigung.« »Und außerdem haben Sie einige Fragen«, sagte Mrs. de Solis. »Also, Miss Tarnhäuser, fragen Sie.« Cosima erzählte, dass sie sich für beruchte Spinoza interessiere und mehr über dessen Ausschluss aus der jüdischen Gemeinde wissen wolle. »Spinoza, ihr Herr«, Terabiner zog seine Stirn entfalten. »Da hat sich die jüdische Gemeinde nicht mit Rom bekleckert. Andererseits hat er seinen Rausschmiss provoziert, würde man heute sagen. Sie müssen bedenken, dass das eine engstündige Zeit war. Zwanzig Jahre vorher wurde ein Mann von der katholischen Kirche zu lebenslänglicher Haft verurteilt, weil er behauptete, die Erde dreh sich um die Sonne. Galileo Galilei. Und da kam Spinoza daher und sagte, die fünf Bücher Moses seien zu verschiedenen Zeiten entstanden und Wunder mit der unzulänglichen Fassungskraft des Volkes zu erklären. Nicht einmal Galilei hat gewagt, Gott direkt anzuschießen. Aber ich gebe zu, dass da auch viel Politik im Spiel war. Sehen Sie, die Juden waren Flüchtlinge, denen man in Amsterdam Asyl gewährt hatte. Sie wurden zwar geduldet, aber sie waren keine vollwertigen Bürger. Und Spinoza stellte nicht nur den Gott der Juden infrage, sondern auch den Gott der radikalen kavinistischen Prediger. Die Rabbiner wollten keinen Ärger mit dem offiziellen Christentum, also verhängten sie den Jerem, den großen Bannfluch über Spinoza. Darüber ist übrigens viel Unsinn geschrieben worden, zumeist von antisemitisch eingestellten Biografen Spinozas. Die Rede ist von schwarzen Kerzen, die nach der Verwünschung in mit Blut gefüllten Schalen gelöscht wurden. Ziemlicher Bullshit. Spinoza war nicht einmal dabei, als er verbrannt wurde. Allerdings, ja, fragte Cosima. Die Verbannung war für die Betreffenden nicht immer harmlos. Spinoza hat dies als Kind selbst miterlebt. Er war acht Jahre alt, als über einen gewissen Uriel da Costa der Jerem verhängt wurde. Die Geschichte, dass sich da Costa vor den Eingang der Synagoge legen musste, damit die männlichen Mitglieder der Gemeinde über ihn hinwegschreiten konnten, gehört jedoch ebenfalls ins Reich der Legenden. Da Costa war ein Marane, wie Spinoza. Er hatte in Spanien an einer Jesuitenhochschule studiert, war später nach Amsterdam emigriert und zum Judentum übergetreten. Aber weder im Katholizismus noch im Judentum fand er seine Seelenruhe. Mit einer Streitschrift gegen die Tradition der Gesetze erregte er den Unmut der Rabbiner. Sie wollten ihre kleine, noch nicht gefestigte Gemeinde zusammenhalten. Und im Gegensatz zu Spinoza hatte da Costa keine Freunde oder Anhänger. Er ertrug die Demütigung nicht und beging Selbstmord. Sie haben nach Aussage der Zeugen grundlos einen Streit angefangen und damit eine Schlägerei provoziert. Sie haben mit ihrer Dienstwaffe einen Mann bedroht, der nicht im Verdacht stand, ein Verbrechen begangen zu haben. Der Hoftkommissaris studierte eingehend die zwei eng beschriebenen Seiten, die vor ihm lagen. Es war das einzige Papier, das seinen großen, makellos sauberen Schreibtisch verunzierte. Dann blickte er den Kommissaris über die vorn auf der Nasenspitze sitzende Halbbrille an und schüttelte sein Haupt, auf dem sich die graue, sorgfältig geföhnte Haarkappe keinen Millimeter rührte. Es geht hier um das Bild, das die Riekspolitie in der Öffentlichkeit abgibt. Ein gefundenes Fressen für die Boulevardblätter. Ich sehe schon die Überschriften von morgen. Rambo im Rotlichtmilieu oder Ähnliches. Und eine Stunde später habe ich den Polizeipräsidenten am Telefon, der wiederum vom Innenminister angerufen wurde. Was soll ich denen sagen, Wuters? Es tut mir leid, Minheer. Der Hofkommissaris schürzte ärgerlich seine Unterlippe. Es tut ihnen leid. Aha. Ich weiß nicht, ob dem Innenminister das als Begründung ausreicht. Sehen Sie, ich habe es mir zum Prinzip gemacht, mich schützend vor meine Beamten zu stellen. Umgekehrt erwarte ich eine gewisse Loyalität. Mit dieser Geschichte lassen Sie mich im Regen stehen, Wuters. Es wird nicht wieder vorkommen. Na gut, ich belasse es bei einem Vermerk in Ihrer Personalakte. Es wird kein Disziplinarverfahren geben, von meiner Seite jedenfalls. Ich hoffe, ich kann den Präsidenten davon überzeugen, dass das der richtige Weg ist. Sollten Sie mich jedoch noch einmal enttäuschen. Vielen Dank, Minheer. Der Hofkommissaris legte die beiden Blätter zur Seite. Dann sprechen wir hoffentlich über etwas Erfreulicheres. Wie kommen Sie im Fall Jellis voran? Was der Kommissaris berichtete, schien den grauhaarigen Mann nicht besonders zu erfreuen. Die Denkerfalten auf seiner Stirn vertieften sich zu einem Waschbrettmuster. Wenn ich Sie richtig verstehe, ist das Kantaridin der springende Punkt. Solange wir nicht wissen, woher es stammt, können wir den Mörder nicht überführen. Richtig. Es spricht zwar einiges dafür, dass Jimmy Cliff nicht nur der Dealer von Jellis war, sondern auch sein Mörder. Aber bislang fehlt uns dafür der entscheidende Beweis. Also müssen wir weiterhin in verschiedene Richtungen ermitteln. Der Hofkommissar guckte kurz auf seine Armbanduhr. Tun Sie das, Wuters. Ein Erfolg würde Sie rehabilitieren, zumindest innerhalb der Behörde. Ach, übrigens, brauchen Sie noch die beiden zusätzlichen Kräfte, die ich Ihnen zur Verfügung gestellt habe? Angesichts der umfangreichen Recherchen, die anstehen, in Ordnung, schnitt ihm sein Vorgesetzter das Wort ab. Eine Woche. Wenn Sie bis dahin keine neuen Ergebnisse vorlegen können. Eines der beiden Telefone auf dem Schreibtisch des Hofkommissares summte dezent. Der alte Mann hob ab. Ja, um halb zehn, ich weiß. Er legte wieder auf. Tut mir leid, Wuters. Der nächste Termin. Ich muss einen Vortrag vor der Polizeiführungsakademie halten. Die Auswirkungen von Europol auf die nationale Polizeiarbeit. Seien Sie froh, dass Sie mit solchen Dingen nicht behelligt werden. Glauben Sie mir, manchmal würde ich lieber an einem Tatort stehen, als mit Juristen über Paragraphen zu diskutieren. Wuters glaubte ihm kein Wort. Was er natürlich nicht sagte, als er aufstand und sich verbeugte, um dem Mann auf der anderen Seite des Schreibtisches die Hand reichen zu können. Danke, mein Herr. Keine Ursache, Wuters. Machen Sie sich an die Arbeit. Sie wissen ja, was auf dem Spiel steht. Wuters Magen rebellierte, als er zu seinem Büro zurückkehrte. Er hatte die halbe Nacht in der Polizeistation in der Nähe des Bahnhofs verbracht. So lange hatte es gedauert, bis alle Aussagen protokolliert, sämtliche Wunden versorgt und allen beteiligten Blutproben entnommen worden waren. Vorsichtig betastete er das dicke Pflaster auf der Stirn. Die darunter verborgene Platzwunde hatte dafür gesorgt, dass er auch den Rest der Nacht kaum Schlaf fand. Das Letzte, was er jetzt gebrauchen konnte, waren Witze und anzügliche Bemerkungen. Die Spezialität der beiden Herren, die auf Lobers Schreibtisch saßen und zusammen mit dem Hoftagenten über etwas kicherten, was Wutus nicht mitbekommen hatte. Richard van Delden ging der Ruf voraus, einen Einbrecher auch dann nicht fassen zu können, wenn er sich bei der Flucht ein Bein brach. Die beiden wurmte das wenig, schließlich entband sie ihr Clowns-Image von schwierigeren Aufgaben. »Hey!« schrie Richard. »Was hast du gemacht? Bist du beim Rasieren zu nah an den Spiegel gekommen?« Van Delden unterdrückte geräuschvoll ein Lachen und auch Lubbers schnitt eine Grimasse. Der Kommissaris ging wortlos zu seinem Schreibtisch, enthängte sein Sakko über die Stuhllehne. »Im Ernst!« sagte Van Delden. »Wir haben gehört, du hast einem Typen das Nahlenbein zertrümmert. Wusste gar nicht, dass du so gut im Boxen bist.« »Haltet endlich die Klappe!« schaltete sich Nelly Ratzen ein. Die Adjutantin blätterte im Eiltempo Akten durch, die auf ihrem Schreibtisch gelagert waren. Wutus spürte, wie etwas Saures vom Magen hochgedrückt wurde. Er zwang sich, ganz ruhig zu sprechen. »So, jetzt habt ihr euren Spaß gehabt. Vielleicht können wir zur Abwechslung mal ein bisschen arbeiten.« »Jawohl, Chef!« triumphierend hielt Ricard eine mit Papieren gefüllte Klarsichtfolie in die Höhe. »Das Ergebnis unserer Umfrage. Hier drin sind sämtliche pharmazeutischen Unternehmen der Niederlande. Großbetriebe, kleine Krauter, sogar Apotheken, die in einer Garage Pflaster basteln.« »Und?« »Nichts. Niemand hat Kantaradin an Privatpersonen abgegeben, was ohnehin strafbar wäre. Und niemand vermisst auch nur einen Tropfen.« »Schlussfolgerung? Jemand lügt. Oder unser Mörder hat sich woanders eingedeckt. Wir könnten die Suche auf die angrenzenden Länder der Europäischen Gemeinschaft ausdehnen. Aber das wird bei allen sprachlichen und sonntigen Komplikationen schätzungsweise zwei Monate dauern.« Der Kommissaris winkte ab. »Viel zu aufwendig.« »Und nun?«, fragte Van Delden. »Heißt das, unsere Abordnung zur Mordkommission ist damit beendet?« »Nein. Ihr bleibt noch mindestens eine Woche.« »Und was sollen wir tun?« Wuthers wollte gerade sagen, dass er darüber noch nicht entschieden hätte. Da erhob sich Nelly Ratzen von ihrem Stuhl. »Ihr sollt eine Person observieren. Sie heißt Brenda van Burg. Hier ist ein Foto. Einverstanden, Jan?« Cosima stutzte, als sie im Hausflur stand, den Schlüssel in der Hand, um die Tür zur Frau Desolies Wohnung zu öffnen. Die Tür war nur angelehnt. Die Deutsche spürte, wie ihr Herz pochte. »Ach was?« beruhigte sie sich. »Du bist von diesen blöden Horrorfilmen konditioniert. Eine angelehnte Tür ist eine angelehnte Tür. Nichts weiter. Die alte Desolies wird vergessen haben, sie zu schließen, obwohl das nicht ihre Art war.« Cosima schob die Tür weiter auf und horchte ins Innere der Wohnung. Tatsächlich hörte sie Geräusche. Ein Knarren, wie von einem Schaukelstuhl. Allerdings kam das Knarren nicht aus dem Wohnzimmer, sondern von der anderen Seite der Wohnung, ungefähr von dort, wo sich ihr Zimmer befand. Und in ihrem Zimmer stand ein Schaukelstuhl. »Frau Desolies?« rief sie mit gedämpfter Stimme. »Keine Antwort.« In ihr kämpfte die Neugier mit der Angst. Sie stand im Flur und hielt die Luft an. Das Knarren hatte aufgehört. Vielleicht war es auch aus einer anderen Wohnung gekommen. Mit schnellen Schritten ging Cosima zum Wohnzimmer und klopfte an die Tür. »Keine Antwort.« »Frau Desolies?« rief sie noch einmal. »Nichts.« »Wo konnte die alte nur sein?« Und dann hörte sie ein Niesen. Es klang männlich und drohend. Und es kam, ganz eindeutig, aus ihrem Zimmer. Cosima rannte zur Wohnungstür zurück. Wer auch immer sich in ihrem Zimmer befand, er hatte dort nichts zu suchen. Und sie wollte auch gar nicht wissen, wer es war. Sie wollte nur weg, flüchten. Der Eindringling nieste erneut. Cosima blieb stehen. Jetzt wusste sie es. Wütend riss sie die Tür zu ihrem Zimmer auf. »Was machst du hier?« Markus saß auf dem Schaukelstuhl und putzte sich die Nase. »Hallo, Cosima.« »Ich habe dich gefragt, was du hier machst. Wieso schleißt du dich herein?« Markus stopfte das Taschentuch in die Hosentasche. »Ich kann auch wieder gehen. Deine Wirtin war so freundlich, mich hereinzulassen. Wieso regst du dich auf?« »Und wo ist sie jetzt?« Ihre Stimme schnappte vor Aufregung über. »Was weiß ich?« keifte er zurück. »Was soll das, Theater?« Die Bibliothekarin wischte sich über die Augen. »Entschuldige«, sagte sie mit leiser Stimme. »Ich bin etwas nervös. Das kommt, weil...« »Du weißt schon.« »Und dann die geöffnete Tür, die Geräusche. Ich habe einfach Angst bekommen.« Der kräftig gebaute Mann stand auf und fasste sie an den Schultern. »Ich bin's, Cosima. Dein Freund Markus. Erkennst du mich wieder?« Sie schob ihn zur Seite. »Du kannst dir die Ironie sparen.« Sie setzte sich aufs Bett. »Ich wollte mit dir reden,« verteidigte er sich mit beleidigter Stimme. »Ich konnte das nicht einfach so stehen lassen. Wer ist dieser Mann, den du kennengelernt hast? Was soll das alles? Was bedeutet das für uns?« »Ach, Markus.« Die Aufregung war von ihr abgefallen. Sie fühlte sich müde und vollkommen lustlos, eine Beziehungsdiskussion anzufangen. »Warum hast du nicht angerufen?« »Freust du dich überhaupt nicht, mich zu sehen?« »Stell dir vor, ich habe mich ins Auto gesetzt und bin drei Stunden über die Bahn gebrettert. Und das Einzige, was ich zu hören kriege, ist... Ach, Markus.« Cosima schaute ihn an. »Und was schlägst du vor?« »Lass uns irgendwo was essen gehen, dann können wir in Ruhe quatschen.« Es klopfte an der Tür und das strahlende Gesicht von Peter Hobema erschien im Türrahmen. »Oh«, sein Bedauern war vollendet und höflich. »Ich glaube, ich störe.« Markus starrte ihn wütend an. »Wer sind Sie?« Cosima stöhnte. Die Situation wuchs ihr über den Kopf. »Das ist Peter Hobema«, sagte sie matt. »Er arbeitet im Kultusministerium und ist für den Austausch mit Deutschland zuständig.« »Ich war gerade in der Gegend und dachte ich...« Markus' Stimme war eisig. »Machen Sie bei allen Bibliothekarinnen Hausbesuche? Oder machen Sie bei Cosima eine Ausnahme?« Ohne sein Lächeln zu verlieren, hob Hobema abwehrend die Arme. »Kein Grund zur Aufregung nicht. Ich bin schon verschwunden.« »Nein«, Markus griff nach seiner Jacke, die über der Lehne des Schaukelstuhls hing. »Ich verschwinde. So doof bin ich auch nicht, dass ich nicht merke, dass ich hier unerwünscht bin.« »Marcus«, Cosima stand auf. Seine Westernstiefel bohrten sich in den Holzboden. »Es ist wahr. Ich liebe dich nicht mehr. Und es tut mir leid, dass du 300 Kilometer fahren musstest, um das zu erfahren.« Hobema trat zur Seite, aber Markus ließ es sich nicht nehmen, den elegant gekleideten Konkurrenten anzurempeln, bevor er in den Flur hinausstürmte. Cosima wäre am liebsten im Boden versunken. Ihr war schlecht. »Hoffentlich«, dachte sie, »kotze ich jetzt nicht auf den Boden.« »Ich glaube, ich habe einen großen Fehler gemacht«, überbrückte Hobema das peinliche Schweigen. »Dabei wollte ich wirklich nur guten Tag sagen.« Die Deutsche wirkte die Übelkeit zurück. »Nein. Vielleicht ist es ganz gut so. Ich habe Markus nicht gebeten, hierher zu kommen.« »Was ist denn in Ihren Freund gefahren?«, erkundigte sich Clara Maria de Solis, die plötzlich ebenfalls im Raum stand. »Er hätte mich beinahe über den Haufen gerannt.« »Ein Missverständnis«, erklärte Peter Hobema mit seinem gewinnendsten Lächeln. »Er hielt mich für eine Rivalin.« Die Alte schaute von einem zur anderen. »So ganz falsch liegt er da wohl nicht«, meinte sie schließlich. Cosima murmelte eine Entschuldigung. »Sie sind mir keine Erklärung schuldig, Cosima«, schnitt de Solis ihr das Wort ab. »Das Einzige, was ich nicht möchte, sind Streitereien in meiner Wohnung.« »Es wird nicht wieder vorkommen«, sagte die Deutsche hastig. »Und was machen wir jetzt?«, fragte Hobema, nachdem sich die Alte mit einem ungnädigen Kopfnicken zurückgezogen hatte. »Möchten Sie lieber allein sein?« Cosima wusste selbst nicht, was sie wollte. »Dann«, schlug der Kultusbeamte vor, »lade ich Sie zu einem Abendessen ein. Bei einem guten Eschen renkt sich das alles wieder ein. Ich kenne ein kleines, gemütliches chinesisches Restaurant.« Das chinesisch-indonesische Restaurant Roter Drache nahm zwei Etagen eines Eckhauses im Jordanviertel zwischen Prinzengracht und Libansgracht ein. Der Kommissaris nutzte die Parklücke, die sich durch einen gerade davonbrausenden Wagen auftat, stellte seinen Wagen gegenüber vom Restaurant ab und schlenderte zum Eingang. Er machte sich keine großen Hoffnungen, etwas Neues zu erfahren, aber er wollte seinen mutmaßlichen Gegenspieler endlich einmal kennenlernen und ihn, wenn möglich, so weit verunsichern, dass der Triadenboss zu einem Fehler verleitet wurde. Um diese Uhrzeit, hatte ihm Hendrik Versteg, der Rauschgiftfahnde, erzählt, war Charlie Song fast immer im Roten Drachen anzutreffen. Die chinesische Kellnerin, der Wutus seinen Ausweis zeigte, hatte jedoch keine Ahnung, ob ihr Chef anwesend war. Und auch der Oberkellner tat zunächst unwissend. Wutus vermutete, dass das die allgemeine Sprachregelung war und Song sich erst einmal Klarheit über die Identität seiner Besucher verschaffen wollte, bevor er jemanden empfing. Fünf Minuten musste der Kommissaris warten, wobei ihn lediglich das Treiben in einem Aquarium unterhielt, in dem, wie überall im Leben, die kleinen Fische von den großen gedeckelt wurden. Dann winkte ihn der Oberkellner zu einem roten, schweren Vorhang neben der Theke, den er ein wenig zur Seite schob, um die dahinter verborgene, schmale Türöffnung freizulegen. Der Kommissaris betrat einen relativ kleinen Raum, der, abgesehen von der rot-goldenen, drachenbemusterten Tapete, spartanisch eingerichtet war. Das ganze Mobiliar bestand aus einem Tisch und vier unbequem aussehenden Stühlen. Auf dem Tisch standen eine weiß-blaue Teekanne und zwei Tassen. Charlie Song goss grünen Tee in die Tassen. Er war klein und dick. Seine straffe Gesichtshaut und das volle schwarze Haar machten eine Schätzung des Alters schwierig. Es lag irgendwo zwischen 40 und 60. Song hatte eine bemerkenswert große Hand und einen ebenso starken Händedruck. »Ein Kommissaris der Riekspolitik. Welche Überraschung?« sagte er mit einer freundlichen, hohen Stimme. »Der Mordkommission, um genau zu sein«, antwortete Wuters schroff. Ihm war nicht nach Plaudern zumute. »Mord?« Der Chinese lüpfte seine schmalen Augenbrauen. »Was habe ich mit Mord zu tun?« »Das weiß ich noch nicht. Kennen Sie einen Schwarzen namens Jimmy Cliff?« »Jimmy Cliff?« Song dachte angestrengt nach. »Oh ja, jetzt erinnere ich mich. Er hat mal ein paar Botengänge für mich erledigt. Aber das ist schon lange her. Ein unangenehmer Mensch. Laut und aufdringlich. Nun ja, viele dieser...« Er verschluckte den Rest des Satzes. »Sollten wir uns nicht setzen, Kommissaris, und einen Tee zusammen trinken?« Wuters überhörte die Frage. »Sie meinen, er hat ihr Heroin an die Süchtigen verhölkert.« »Rauschgift? Ich bitte Sie, ich handle nicht mit Heroin.« »Und von der 14K-Triade haben Sie auch noch nie etwas gehört.« Der Chinese lachte kurz auf. »Ein übles Gerücht, Kommissaris. Neuerdings redet alle Welt von der chinesischen Mafia. Ich will nicht bestreiten, dass es diese Banden gibt, im goldenen Dreieck zwischen Burma, Laos und Thailand. Aber hier, in unserer friedlichen, schönen Stadt Amsterdam.« Wuters ging nicht weiter darauf ein und fragte, wann Soong Jimmy Cliff zuletzt gesehen habe. »Das ist schon einige Zeit her. Vielleicht vor einem Jahr? Vielleicht vor sechs Monaten?« »Nicht etwa vor einigen Tagen. Hat er nicht ein Manuskript für Sie besorgt? Eine wertvolle Handschrift?« Das Gesicht des Asiaten war undurchdringlich. »Beschuldigen Sie mich eines Verbrechens, Kommissaris?« »Dann sollte ich möglicherweise meinen Anwalt hinzuziehen.« »Ich beschuldige Sie nicht, Soong. Ich frage nur.« »Gut?« Meine Antwort lautet, Cliff hat kein Manuskript für mich besorgt. Ich wüsste nicht, was ich mit einer alten Handschrift anfangen soll. Es sei denn, sie enthielte unbekannte Rezepte für chinesische Gerichte.« Der Chinese lächelte Wuters an. »Wir wissen,« sagte der Kommissaris ungerührt, »dass er Sie von seinem Auto aus in der letzten Woche mehrfach angerufen hat. So etwas lässt sich heute leicht feststellen.« »Sie meinen,« konterte Soong, »er hat die Nummer des Restaurants gewählt. Er kann die Absicht gehabt haben, einen Tisch zu reservieren.« Der Mann war unverschämt und er fühlte sich sehr sicher. Wutus hatte, wie so oft in den letzten Tagen, das beklemmende Gefühl, dass ihn der Fall überforderte. Wenn sich nicht bald etwas tat, würde der Mord an Gilles unaufgeklärt bleiben. »Seien Sie vorsichtig,« drohte er wütend. »Wir wissen, dass Cliff bis zu seinem Tod für Sie gearbeitet hat, und wir werden es auch beweisen.« Und dann, Soong, geht es nicht nur um Rauschgifthandel, sondern auch um zwei Morde. In den Augen des Chinesen hatte Wuters mit seinem Gefühlsausbruch einen Gesichtsverlust erlitten. Blanke Verachtung sprach aus seinen Worten. »Wenn das alles ist, was Sie gegen mich in der Hand haben, Kommissaris, dann entschuldigen Sie mich bitte. Ich muss mich um meine Arbeit kümmern.« Gedemütigt trat Wuters den Rückzug an. Auf dem Weg zur Treppe, die ins Erdgeschoss führte, sah er plötzlich ein bekanntes Gesicht. Das war doch die deutsche Bibliothekarin mit dem Namen, der wie eine Oper klang. Ihr gegenüber saß ein geschniegelter Typ. Die beiden unterhielten sich angeregt, während sie aus dampfenden Schüsselchen Essen auf ihre Teller schaufelten. Der Kommissaris hielt nichts von Zufällen. Möglicherweise gab es eine Verbindung zwischen der Deutschen und Charlie Sung. Und hatte nicht die ganze Verbrechensserie mit ihrem Erscheinen in Amsterdam begonnen? Auch Cosima Tannhäuser hatte den Polizisten bemerkt. Wuters nickte ihr zu und stieg die Treppe hinab. Da trat sich eine neue Spur auf, die er unbedingt verfolgen musste. »Wer war das?« fragte Peter Hobbemer. »Ein Polizist,« antwortete Cosima Tannhäuser. »Er untersucht den Mord in der Bibliothek.« »Und den Diebstahl des Spinozzas-Manuskripts?« Sie zuckte mit den Schultern. »Keine Ahnung. Anscheinend bin ich die Einzige, die auf den Gedanken gekommen ist, dass beides zusammenhängt.« »Meine Theorie,« lächelte der Kultusbeamte. Während des Essens waren sie zum Du übergegangen. Allmählich freundete sich Cosima mit dem Gedanken an, dass aus der flüchtigen Bekanntschaft mehr werden könne. Zwar spukte Markus immer noch in ihrem Kopf herum, aber die Distanz zu ihm wuchs von Minute zu Minute. Gefühlsmäßig und real. Dann vermutlich bretterte er gerade, wie er sich auszudrücken pflegte, über die Bahn Richtung Gelsenkirchen. »Cosima!« Peters Stimme rief sie in die Gegenwart zurück. »Ja? Ich habe dich etwas gefragt.« »Entschuldige, ich war wohl einen Moment abwesend.« Er nickte verständnisvoll und griff nach ihrer Hand. »Es ist ziemlich viel passiert, nicht wahr?« Sie hatte ihm von ihrer Verhaftung erzählt. »Bist du bei deinen Nachforschungen weitergekommen? Hat die Begegnung mit dem Rabbi, wie hieß er noch gleich?« »Colstein. Hitzabt Colstein.« »Etwas gebracht?« »Ja.« Cosima wurde wieder munterer. »Es war sehr interessant. Aber weißt du, was ich merkwürdig finde? Niemand kann mir etwas über diesen leidender Studenten erzählen, von dem die Handschrift ja angeblich stammt. Ich habe de Vries gefragt, meinen Arbeitskollegen, und auch Goldstein. De Vries meinte, der Student habe Micha oder so ähnlich geheißen. Goldstein kannte die Geschichte ebenfalls, aber er konnte mir auch nicht weiterhelfen. »Diese Micha ist wie ein Phantom. Als ob er nur ein einziges Mal in Erscheinung getreten wäre, nämlich als er die Gedanken Spinozas aufschrieb.« »Was ist aus ihm geworden? Was hat er später gemacht?« »Hm«, Peter ließ ihre Hand los und lehnte sich zurück. »Warum meinst du, dass das wichtig ist?« »Wahrscheinlich ist es völlig unwichtig.« »Aber immerhin ist seine Handschrift gestohlen worden, nicht eine von Spinozas Handschriften, die im Safe direkt daneben lagen.« »Vielleicht war der Dieb oder der Auftraggeber für den Diebstahl gar nicht an Spinoza, sondern an Micha interessiert.« Cosima hatte sich in Fahrt geredet. Ihre Augen funkelten. »Es muss doch jemanden geben, der mehr darüber weiß. Ich habe schon daran gedacht, einen Philosophie-Professor an der Uni anzusprechen.« Peter rieb mit dem Zeigefinger seinen Nasenrücken. »Warte mal, ich habe eine Idee. Ich kenne einen Dozenten in Den Haag. Es ist ein alter Freund von mir, ein Spinoza-Experte. Was hältst du von einem Aufflug nach Den Haag? Zum Beispiel übermorgen, am Samstag. Wir könnten am Spinoza-Haus in der Pavillonskracht vorbeifahren und einen Abstecher ins Maritz-Huis machen. Dort hängen zwei Vermehrs, die du unbedingt sehen musst.« Cosima war begeistert. Es war ein leidenschaftlicher Kuss. Die Zungen tanzten umeinander und Cosima fühlte sich wie in einem Karussell. Wie lange hatte sie schon nicht mehr so geküsst? Beinahe hatte sie vergessen, dass so ein Kuss wie Champagner schmeckte, das ja prickelnd und aufregend sein konnte. Peters Hände tasteten sich unter ihrer Jacke vor, glitten um die Hüften herum, bis sie auf den Po-Backen lagen. Sie fühlte, wie sie erregt wurde. Aber da war noch etwas anderes. Sie konnte nicht loslassen. Sie verkrampfte. Abrupt riss sie sich los. »Nein«, sagte sie atemlos. »Warum nicht?« Er atmete stark. »Es ist schön. Wir wollen es beide. Was ist daran verkehrt?« »Was interessiert dich eigentlich an mir? Gibt es keine andere in Amsterdam?« Er lachte. »Nein, zurzeit nicht.« Wieder seine typische Bewegung, die gespreizten Finger, die durchs Haar fuhren. »Du meinst, ich bin nur auf einem One-Night-Stand aus.« »Das ist es nicht.« »In der Vergangenheit schon, das gebe ich zu. Aber nicht bei dir.« »Du bist schön.« »Ich mag die Harknäckigkeit, mit der du dein Ziel verfolgst.« »Und wenn man lange genug darüber redet, bleibt die Erotik auf der Strecke.« »Also sollen wir nicht hinterher darüber diskutieren.« »Peter«, sie holte Tiefluft. »Verstehe ich.« »Geh mich nicht falsch.« »Ich mag dich auch.« »Doch es ist alles noch zu frisch.« »Ich bin verwirrt.« »Ich könnte es jetzt nicht genießen.« Sie ging ein paar Schritte rückwärts, Richtung Herrenkracht. »Wir sehen uns übermorgen.« Er schaute ihr nach, und sie drehte sich noch einmal um. »Ich freue mich darauf.« Nelly Ratsen saß allein im Büro und studierte die Aufzeichnungen von Ricard und Van Delden. Es war bereits nach 22 Uhr und die Lektüre alles andere als aufregend. Ricard und Van Delden waren, ganz gegen ihre Gewohnheit, sehr systematisch vorgegangen. Sie hatten die jeweilige Firma, ihre Produktionsschwerpunkte und Besitzverhältnisse skizziert, ebenso die Funktionen ihres Gesprächspartners oder ihrer Gesprächspartnerin. Ein zweiter Fragenkomplex betraf die Verwendung von Kantaridin. War es überhaupt vorhanden, und falls ja, wofür genau wurde es eingesetzt? Wer hatte Zugang und gab es die Möglichkeit einer unbemerkten Entwendung? Die entscheidende Frage, ob eine nachweisbare Menge des Giftstoffes abhandengekommen sei, wurde von den meisten Angesprochenen mit einem spontanen »Nein« beantwortet. Nur in einigen Fällen wollten die jeweils Zuständigen den Bestand noch einmal kontrollieren. In allen Fällen baten Ricard oder Van Delden um eine nochmalige Überprüfung. Einige Zeit später erfolgte dann der Kontrollanruf. Wieder protokollierten die Polizisten peinlich genau, mit wem und welcher Funktion sie diesmal gesprochen hatten. Das Ergebnis war überall gleich. Kein Kantaridin verschwunden. Die Adjutantin gähnte. Ihre Hoffnung, dass die beiden Clowns etwas übersehen hatten, schwand dahin. Nur ihre eiserne Disziplin, wie sie zwang, eine angefangene Arbeit auch zu beenden, ließ sie weiterlesen. Insgesamt waren mehrere hundert Firmen befragt worden, wobei die meisten schon deshalb ausschieden, weil sie überhaupt kein Kantaridin vorrätig hatten. Zu der Minderheit der Kantaridin-Verwender gehörte die Firma Simitex, Herstellerin von Pflastern und Verbänden aller Art. Ratzen überflog die Angaben. Alles wie gehabt. Da kehrte ihr Blick noch einmal zu der Spalte mit den Besitzverhältnissen zurück. Ein Schuss Adrenalin machte sie plötzlich hellwach. Die Simitex war eine GmbH. Siebzig Prozent der Gesellschaftsanteile hielt ein gewisser Rudi van Burg. »Verdammt!«, fluchte die Adjutantin halblaut. »Was sind wir nur für Idioten!« Sie überprüfte die Adresse und zog das Amsterdamer Telefonbuch zu Rate. Dann war jeder Zweifel ausgeräumt. Rudi van Burg war der Vater von Brenda. Noch einmal, diesmal sehr sorgfältig, lasse die von Ricard aufgeschriebenen Notizen. Er hatte mit dem Laborleiter namens Bullisch gesprochen. Bullisch hatte einen etwaigen Verlust von Kantaridin kategorisch abgestritten, aber, wie gewünscht, die vorhandene Menge überprüft. Mit negativem Ergebnis. Mit Kantaridin in Kontakt kamen, außer Bullisch, überhaupt nur zwei Mitarbeiter. Sie waren namentlich aufgelistet. Das Kantaridin wurde in einem Giftschrank gelagert. Schlüsselträger waren Bullisch und der geschäftsführende Gesellschafter. Mit anderen Worten, Rudi van Burg. »Du Schwein!«, knurrte die Adjutantin. »Dich kriegen wir dran!« Sie wählte die Nummer von Jan Wuters. Der Kommissaris stöhnte gequält in den Hörer. »Hast du schon geschlafen, Jan?«, fragte Ratzen munter. »Scheiße, ich bin vor dem Fernseher eingeschlafen. Was gibt's denn?« »Rate mal, was der Vater von Brenda beruflich macht.« »Auch verdammt, Nelly, mir ist nicht nach Raten zumute.« »Er ist Besitzer und Geschäftsführer eines Betriebes, der Pflaster produziert.« »Kantaridin«, sagte Wuters. »Richtig.« »Mist, darauf hätten wir schon früher kommen können.« »Auch richtig. Aber jetzt haben wir ihn, beziehungsweise sie. Die aufreizend schöne Brenda von Burg hat sich bestimmt ein paar Tröpfchen Kantaridin geborgt.« »Es ist, als würde mich ein Motor antreiben, immer weiter durch die nachtdunklen Straßen. Ich renne und renne, als könne ich dadurch meinen Babyspeck verlieren. Abschmelzen, bis aus dem Wackelpudding ein stahlharter Supermann geworden ist. Aus der Hülle steigen, wie ein Schmetterling aus der Raupe. Das ist es. Alles hinter mir lassen. In die Lüfte steigen und die Menschen als das sehen, was sie sind. Ameisen. Kleine, strebsame Ameisen, die herumrennen und arbeiten oder andere mit Gift und Steinen bewerfen. Widerliche kleine Insekten. Es läuft nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Meine großen Pläne lösen sich in Luft auf. Sie will nichts mehr von mir wissen. Sie wimmelt mich ab, wenn ich sie anrufe. Was glaubt sie, wer ich bin? Das kann sie mit mir nicht machen. Und Mama geht mir auf die Nerven mit ihrer ewigen Fragerei. Sie ist beunruhigt. Sie hat gemerkt, dass ich mich verändert habe. Vor zwei Nächten saß sie aufrecht im Bett, als ich zurückkam. »Wo warst du?« Greifte sie mit schriller Stimme. Ich musste irgendeine Geschichte erfinden. Ich fange an zu schwitzen. Die Wände der Häuser rücken näher. Ich hatte gar nicht gemerkt, wo ich hingegangen bin. Ich fühle mich gefangen. All die Leiber um mich herum. Und dann die nackten Frauen. Es ist ekelhaft. Frauen sollen nicht nackt sein. Nicht sofort, jedenfalls. Seit Tagen träume ich davon, wie ich sie entkleide. Ganz langsam. Stück für Stück. Sie hat es mir versprochen. Nicht direkt, aber durch ihre Blicke, ihre Gesten. Und ich werde dafür sorgen, dass sie ihr Versprechen hält. Die Semitechs waren einem der neueren, gesichtslosen Gewerbegebiete am Stadtrand angesiedelt. Breite Straßen sorgten für den zügigen An- und Abfluss von Waren und Arbeitskräften. Und die Bäume auf den streng kalkulierten Grünflächen waren noch zu mickrig, um den Eindruck kalter Sachlichkeit zu mildern. Hinter dem dreistöckigen Verwaltungsgebäude erstreckte sich eine in demselben schmucklosen Grau gehaltene, fensterlose Fertigungshalle. Wuthers und Drazen parkten auf dem firmeneigenen Parkplatz und betraten eine durch zwei Glastüren begrenzte Schleuse, in der die Besucher offensichtlich so lange festgehalten wurden, bis der Pförtner über ihr Weiterkommen entschieden hatte. Wuthers zeigte seinen Polizeiausweis und sagte, dass er van Burg sprechen wolle. Der bis dahin lethargische Pförtner wurde plötzlich hektisch und nach einem kurzen Telefongespräch drückte er auf einen Knopf, der die zweite Glastür entriegelte. Warten Sie bitte einen Moment, Herr van Burg telefoniert gerade, sagte die Chefsekretärin, als sie in der dritten Etage ankamen. Sie deutete auf eine Sitzecke mit Tuschchen und Zeitschriften, aber die beiden Polizisten blieben lieber stehen. Nach etwa fünf Minuten öffnete sich die Tür an der Seitenwand und ein etwa 60-jähriger Mann mit dünnem, zurückgekämmten Haar wurde sichtbar. Die Kopfhaut, die durch die Haare schimmerte, war genauso rot wie das übrige Gesicht und auch medizinische Laien konnten schließen, dass Rudi van Burg mit einem ungesund überhöhten Blutdruck zu kämpfen hatte. »Kommen Sie bitte herein«, sagte der Firmenbesitzer. Auch hier gab es eine Sitzgruppe, allerdings aus Leder und eindeutig teurer. Noch bevor Wutes und Ratzen richtig saßen, eröffnete van Burg das Gespräch. »Ich habe Sie schon erwartet.« So, die Stimme des Kommissaris war neutral. »Ja, glauben Sie, meine Tochter hat nicht gemerkt, dass sie verfolgt wird. Wie kommen Sie dazu, Berender beschatten zu lassen wie eine Verbrecherin?« Van Burg redete hastig und neigte dazu, Silben zu verschlucken. »Diese Vollidioten«, dachte Nelly Ratzen. Laut sagte sie, »weil Ihre Tochter in dem Verdacht steht, einen Mord begangen zu haben.« Die Gesichtsfarbe des Mannes veränderte sich zu einem beängstigenden Dunkelrot. »Was erlauben Sie sich? Sind Sie wahnsinnig? Brenner würde sich doch nicht wegen dieses trunksüchtigen Menschen unglücklich machen!« Van Burg schrie jetzt. »Halten Sie den Mund!«, brüllte Jan Wuthers zurück. Er war es leid, dass alle meinten, auf ihm herumtrampeln zu können. Erst die Rassistenschweine in der Kneipe, dann der Hoftkommissaris, dann Charlies Sohn. »Und jetzt auch noch dieser Großkotz von Unternehmer.« »Für wen hielten die ihn? Für einen Fußabtreter?« Nelly warf ihm einen warnenden Blick zu. Van Borgs Unterkiefer klappte nach unten, erschien einem Herzinfarkt nahe. Der Kommissaris, von der Wirkung seiner Worte selbst überrascht, fuhr in einem ruhigeren Tonfall fort. »Ruth Jellis, der Freund Ihrer Tochter, ist durch eine Dosis Kantaridin ums Leben gekommen. Kantaridin, das wissen Sie besser als ich, kann man nicht auf dem Markt kaufen. Es gibt überhaupt nur wenige Firmen in den Niederlanden, die Kantaridin verwenden.« Rudi von Borg wahn langsam seine Fassung zurück. »Aha, daher weht der Wind. Sie glauben, ich habe brenneres Kantaridin besorgt. Wenn ich mich recht entsinne, hat sich ein Kollege von Ihnen bereits danach erkundigt. Hat man Ihnen nicht gesagt, dass bei uns kein Kantaridin verschwunden ist?« »Doch,« bestätigte die Adjutantin, »ein Herr Bulisch hat eine entsprechende telefonische Auskunft erteilt. Wenn Sie nichts dagegen haben, würden wir das gerne noch einmal überprüfen.« Der Firmenchef lachte heiser. »Herr Bulisch, so, so.« Dann ging er zu seinem Schreibtisch und drückte auf eine Taste der Sprechanlage. »Sagen Sie, der Bulisch, sie soll hier antanzen und sämtliche Unterlagen über das Kantaridin mitbringen. Aber Dalli!« An die beiden Polizisten gewand, »Herr Bulisch ist eine Frau. Soweit zur Qualität Ihrer Recherchen.« »Na endlich! Was haben Sie so lange gemacht? Waren Sie noch für kleine Mädchen?« Die Angesprochene zuckte zusammen. »Herr von Borg.« »Schon gut. Packen Sie den Krempel auf den Tisch.« Nachdem sie die Computerausdrucke auf dem Tisch abgelegt hatte, reichte die große, schlanke Frau mit der modischen Brille, Ratzen und Wuters die Hand. »Margret Bulisch.« Nelly Ratzen fand die Laborschefin auf Anhieb sympathisch. Den eckigen Gang und die kurzgeschnittenen Haare hatte sie schon bei deren Eintreten registriert. Und als sie Bulisch in die Augen schaute, glaubte sie, dass da noch etwas anderes war. Aber sie konnte sich auch täuschen. Zehn Minuten später schloss die Laborschefin ihren Vortrag mit den Worten, »Sie sehen, die Eingangs- und Abgangsmengen der letzten Jahre sind jeweils doppelt abgezeichnet. Dazu sind wir gesetzlich verpflichtet. Die sich daraus ergebende Restmenge habe ich persönlich nachgemessen.« Die Adjutantin beugte sich vor. »Dieser Posten hier ist die Restmenge?« »Ja.« »Haben Sie etwas dagegen, wenn ich Ihnen zuschaue, wie Sie noch einmal messen?« »Wenn Sie meinen?« Bulisch schaute zu ihrem Chef. Van Borg machte eine wegwerfende Handbewegung. »Dann gehen wir,« sagte Ratzen schnell. »Du bleibst doch hier, Jan.« »Natürlich,« antwortete der Kommissaris, erkannte Nelly gut genug, um ihre Absicht zu durchschauen. »Warum lassen Sie sich das gefallen?« fragte Ratzen, als sie vom Verwaltungsgebäude in die Fabrikationshalle hinübergingen. »Was meinen Sie?« »Dieser herablassende Ton. Es ist ekelhaft, wie Van Borg sie behandelt.« Die monströse Brille verdeckte wie eine Maske das schmale Gesicht. »Ich, ich habe keine andere Wahl. Ich habe mich bei anderen Firmen beworben, aber... Nun ja, man gewöhnt sich daran.« »Das haben Sie nicht nötig,« sagte die Adjutantin entschieden. Margrit Bulisch guckte starr geradeaus. Dann flüsterte sie. »Die Unterlagen sind gefälscht worden. Die Mengenangaben wurden nachträglich verändert.« Zwei Männer kamen ihnen entgegen, und die Laborschefin sagte laut. »Bitte hier entlang.« Sie öffnete eine Tür zu einem Raum, in dem zwei Frauen damit beschäftigt waren, Chemikalien in andere Behälter umzufüllen. Bulisch zog einen Sicherheitsschlüssel heraus. »Das Kantaridin lagert hinter dieser Stahltür in einem Kühlbehälter. Wie Sie sehen, ist es gut gesichert.« De Vries benahm sich merkwürdig. Irgendetwas war mit dem gutmütigen, freundlichen Koloss geschehen. Er wirkte so unruhig und aggressiv. Gleich heute Morgen hatte er sie angefaucht, weil sie bei einer Eingabe in den Computer einen Fehler gemacht hatte. Dabei wusste er genau, dass sie keine Computerexpertin war und mit dem Programm, das die Bibliothek benutzte, auf dem Kriegsfuß stand. Und er vernachlässigte sein Äußeres. Die sonst sorgfältig gekämmten Haare hingen wirr auf dem großen Schädel. Das Hemd, das er trug, hatte er bereits vor drei Tagen angehabt. Es war am Kragen schmuddelig geworden und in der Bauchgegend kleppte ein Tomatenfleck. Außerdem begleitete ihn eine Wolke aus saurem Schweißgeruch, die darauf schließen ließ, dass er sich seit Tagen nicht mehr geduscht hatte. Cosima roch ihn, bevor er seine Hand auf ihre Schulter legte. Sie zuckte zusammen. »Hey, hast du Angst vor mir?« »Nein, ich habe mich nur gerade konzentriert.« Nun kam auch die zweite Hand. Er massierte ihre Nackenmuskeln. Sie drückte die Hände weg. »Lass das!« »Warum? Es ist entspannend.« »Ich möchte es aber nicht.« »Ah, verstehe. Meine Hände sind nicht gut genug.« »Was soll das, Michel? Du bist so... anders.« »Anders?« »Ja. Ist etwas passiert? Hast du Ärger?« »Ärger? Nein. Es läuft alles gut. Bestens. Große Dinge stehen bevor.« »In welcher Hinsicht?« Ihre Stimme klang angespannt. Das Gesicht des Holländers bekam einen verschmitzten Ausdruck. »Frauen,« hauchte er. Cosima atmete auf. Das war die Erklärung. »Du hast dich verliebt.« »Verliebt? Ja, so könnte man es nennen. Doch, das ist ein guter Ausdruck.« »Und du weißt nicht, ob sie auch in dich verliebt ist?« De Vries knifft die Augen zusammen. »Natürlich ist sie in mich verliebt. Sie kann es nicht so ausdrücken, wie sie es gerne möchte. Aber sie ist ganz sicher in mich verliebt.« »Der spinnt«, dachte Cosima. Laut sagte sie. »Wie schön für dich, Michel.« »Ja, und du? Hast du dich auch verliebt? Ich habe euch gestern Abend gesehen, weißt du? Ein schönes Paar gebt ihr ab. Wie ihr euch da auf der Brücke geküsst habt, da könnte man direkt neidisch werden.« Cosima fuhr zurück. Blut schoss in ihren Kopf. »Warum bist du nur so geschmacklos, Michel?« »Nein, sag mal, habt ihr es miteinander getrieben? Wie war er? So gut, wie er aussieht?« »Michel!« Sie schrie fast, und die an den Tischen ringsum Beschäftigten schauten neugierig zu ihnen herüber. De Vries ging ein paar Schritte zurück, stolperte, als er an einer Tischkante hängen blieb, und rannte aus dem Raum. Cosima beugte sich mit hochgezogenen Schultern über ihren Schreibtisch. Sie fühlte sich elend. Was sollte sie nur machen? Mit wem konnte sie darüber reden? Sie kannte niemanden in der Bibliothek näher. Aber wenn De Vries mit seinen Belästigungen fortführe, würde sie sich wehren. Das konnte sie sich nicht bieten lassen, auch auf die Gefahr hin, dass sie zu einem Eklat kommen würde. Nelly Ratsen parkte auf dem großen Kundenparkplatz eines Heimwerkermarktes. Der Parkplatz begann sich langsam zu füllen, weil viele Angestellte auf dem Weg von ihren Büros zu ihren kleinen Häuschen am Stadtrand noch einige Utensilien für die abendlichen Betätigungsanfälle im Keller oder Garten einkaufen wollten. Von ihrem Standort aus konnte die Adjutantin den Eingang des Simitex-Gebäudes beobachten. Aus dem seit einiger Zeit die Beschäftigten der Tagesschicht strömten. Und sie musste nur eine gute Viertelstunde warten, bis sie Margret Bullisch entdeckte. Die Laborschefin war leicht an ihrer großen Gestalt und dem eckigen Gang zu erkennen. Ratsen hatte damit gerechnet, dass Bullisch mit dem eigenen Pkw gekommen war, aber die Frau ging zur Straße und dann in Richtung des kleinen Bahnhofs, der nur wenige hundert Meter entfernt war. Ja, umso besser. Die Polizistin startete den Dienstwagen. Steigen Sie ein, rief sie Margret Bullisch durch die geöffnete Scheibe zu. Der Wagen rollte im Schildtempo. Die Laborschefin schaute sich um. Dann machte sie zwei schnelle Schritte, riss die Tür auf und warf sich auf den Beifahrersitz. Ratsen gab Gas. »Es ist mir gar nicht recht, dass man uns zusammen sieht,« protestierte Bullisch halbherzig. »Wer soll uns denn sehen? Sie glauben gar nicht, wie viel die Spitzel van Burg im Betrieb hat. Gegen kleinste Vergünstigungen berichten die ihm jeden Tratsch. So weiß der Alte immer über alles Bescheid.« »Ich kann's mir vorstellen,« sagte die Adjutantin. »Bei passender Gelegenheit wendet er dann sein Wissen an, um andere zu demütigen.« Bullisch nickte stumm. »Niemand muss sich so etwas gefallen lassen.« Der Ratzen holte tief Luft. »Ich will Ihnen etwas erzählen, etwas sehr Persönliches. Ich bin lesbisch. Schon in meiner Jugend fand ich die Jungs auf der Schule langweilig und die Mädchen aufregend. Als die anderen dahinter kamen, haben sie sich über mich lustig gemacht. Lange Zeit dachte ich, ich müsste das ertragen, weil ich eben nicht so genormt bin, wie es üblich ist. Ich machte mir selbst Vorwürfe. Aus lauter Verzweiflung habe ich sogar eine Affäre mit einem Jungen angefangen. Es war schrecklich. Irgendwann, da war ich bereits über 20, gab es einen Klick. Ich hatte eine alte Lesbe kennengelernt, die voller Selbstbewusstsein in sich ruhte. Da begann ich mich zu wehren. Und weil es so oft sehr viel kräftigere Männer waren, die sich durch mich in ihrem sexuellen Selbstwertgefühl gekränkt sahen und spitze Bemerkungen machten, lernte ich Karate. Ich habe es nicht oft angewendet, aber es gab mir die nötige Sicherheit. Auch von meinen Vorgesetzten ließ ich mir nichts mehr gefallen. Einen meiner Ausbilder an der Polizeischule habe ich wegen sexueller Diskriminierung angezeigt. Die Adjutantin schielte zu ihrer Beifahrerin hinüber. Die wischte sich verstohlen über die Augen und verschmierte dabei den Lidschatten. Falltreffer, dachte Ratzen. Sie legte ihren rechten Arm um die Schultern der schlanken Frau, während sie mit der linken Hand den Wagen auf die Stadtautobahn lenkte. Bullisch rutschte näher an die Polizistin heran und ließ ihren Kopf auf den ausgestreckten Arm sinken. Ich bin so feige, sagte sie mit belegter Stimme. Und nach einer Weile, wie oft habe ich davon geträumt, von Burg zu sagen, was für ein widerlicher Kerl er sei. Es ihm einfach an den Kopf zu knallen und zu kündigen. Aber es ist, sie schluckte, ich habe Angst vor der Arbeitslosigkeit. Meine Mutter wohnt bei mir, wissen Sie? Ihre kleine Rente würde nicht reichen. Beide schwiegen eine Zeit lang. Dann fragte Ratzen sanft. Wie hat Van Burg es gemacht? Ich meine, die Mengenangaben beim Kantaridin gefälscht. Er hat behauptet, die alten Unterlagen seien versehentlich vernichtet worden. Er habe die Angaben aufgrund der Computerdaten rekonstruiert und wir sollten noch einmal unterschreiben. Ich habe sofort gemerkt, dass da etwas nicht stimmte. Aber nichts gesagt. Nein, Bullisch schnaufte. Bei Simitex ist einiges faul. Van Burg kauft Arzneimittel aus Armeebeständen auf, deren Verfallsdatum abgelaufen ist. Das Ganze wird umgepackt und mit neuem Etikett in die Länder der ehemaligen Sowjetunion oder nach Afrika exportiert. Dafür kassiert er Subventionen vom Staat. Und seine Verbindungsleute in den jeweiligen Ländern halten still, weil sie am Profit beteiligt werden. Ratzen nahm die Ausfahrt Richtung Stadtmitte. Das ist ja hochgradig kriminell. In Einzelfällen sogar lebensgefährlich. Natürlich wissen bei Simitex nur einige davon. Van Burgs Vertrauensleute, die ebenfalls geschmiert werden. Das Umetikettieren erfolgt nachts oder am Wochenende. Ich habe es zufällig mitbekommen, weil ich eines Abends noch einmal zur Firma gefahren bin, um ein wichtiges Gerät, das wir am nächsten Tag brauchten, zu reparieren. Hat sie jemand bemerkt? Nein, ich habe mich sofort wieder aus dem Staub gemacht. Die Laborschefin schaute auf die Straße. Wo fahren wir eigentlich hin? Zum Präsidium. Ich möchte Ihre Aussage protokollieren. Nein! Sie schrie auf. Ich werde nichts unterschreiben. Das habe ich Ihnen im Vertrauen erzählt. Das dürfen Sie nicht verwenden. Das darf doch nicht wahr sein, polterte die Adjutantin. Mit dem, was Sie mir erzählt haben, können wir Van Burg festnageln. Der ist erledigt, ein für allemal. Und ich bin auch erledigt, keifte Bulisch zurück. Ein netter Trick. Und ich vertrauensselige Kuh falle darauf herein. Wie bin ich nur darauf gekommen, dass das ein Gespräch zwischen zwei Frauen sein könnte, die sich mögen? Ratzen fuhr den Wagen an den Straßenrand und hielt an. Wütend packte sie den Arm ihrer Beifahrerin. Wollen Sie Van Burg mit seinen Schweinereien durchkommen lassen? Margret Bulisch riss sich los und öffnete die Tür. Ich habe nichts gesagt. Überhaupt nichts. Sie sprang aus dem Wagen. Scheiße! Nelly Ratzen trommelte auf das Lenkrad. Verdammte Scheiße! Nein, kommt überhaupt nicht in Frage, sagte der Hoftkommissaris entschieden. Aufgrund dieser wagen Vermutungen werde ich den Antrag, einen Durchsuchungsbeschluss zu erwirken, nicht unterstützen. Van Burg ist nicht irgendein kleiner Handwerker. Er ist der Sprecher der pharmazeutischen Industrie der Niederlande. Das heißt, er geht mit Politikern ein und aus. Was denken Sie, was hier los ist, wenn die Durchsuchung keine wasserdichten Beweise erbringt? Ich gehe in zwei Jahren in Rente und bis dahin möchte ich mir kein Magengeschwür zulegen. Wir haben eine Zeugin, wandte Nelly Ratzen ein. Ist Ihre Zeugin bereit, Ihre Aussage zu unterschreiben? Nein, sehen Sie, ich weiß nicht, wie Sie die Frau dazu gebracht haben. Was wollen Sie damit sagen? fuhr die Adjutantin auf. Nichts, Ratzen, nichts. Die Frau hat in ihrem Auto geplaudert. Na und, wenn sie das vor Gericht abstreitet, nützt uns die Aussage einen Dreck. Ratzen gab noch nicht auf. Ich bin sicher, dass wir bei einer Durchsuchung Beweise finden werden. Der Hoftkommissaris wischte ein paar imaginäre Staubpartikel von der blankpolierten Mahagoni-Platte. Dann blickte er Ratzen und Wuters an, die auf der anderen Seite des Schreibtisches saßen. Ich weiß, was Sie empfinden. Sie sind frustriert. Sie kommen in dem Fall nicht voran. Und Sie haben Fehler gemacht. Der mutmaßliche Mörder saß in Ihrem Büro und Sie haben nicht gemerkt, dass er eine Perücke trug. Das wurmt natürlich. Vermutlich könnte die Geschichte längst abgeschlossen sein. Und jetzt sehen Sie plötzlich einen Strohhalm, an dem Sie sich festhalten. Aber ich sage Ihnen, das ist Politik. Da beißen wir kleinen Kriminalbeamten uns die Zähne aus. Van Borg verfügt über hervorragende Beziehungen und die besten Anwälte. Die nehmen unsere Arbeit auseinander, das uns Hören und Sehen vergeht. Zum Schaden der ganzen Abteilung, glauben Sie mir. Mein Herr, begann Wuters. Der Hoftkommissaris stoppte ihn mit einer unwirschen Handbewegung. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Wir geben die Informationen an die Schwerpunktstaatsanwaltschaft für Wirtschaftsdelikte weiter. Sollen die sehen, was Sie damit anfangen. Wenn Sie eine Durchsuchung wollen, bitte. Dann ist es deren Sache. Und wir sind aus dem Schneider. Aber. Kein Aber. Nach meiner Meinung ist die Dealerspur die erfolgversprechendste. Sehen Sie zu, dass Sie damit weiterkommen. Fühlen Sie der Freundin von diesem James Cliff noch einmal auf den Zahn. Kriegen Sie heraus, wo diese alte Handschrift geblieben ist. Sie haben sich bislang nicht mit Ruhm bekleckert. Es ist an der Zeit, dass sich das ändert. Vielen Dank. Damit war die Audienz beendet. Der Kommissaris und die Adjutantin erhoben sich. Ach, noch etwas, sagte der Hoftkommissaris, als würde es ihm gerade einfallen. Ich habe bereits einen Anruf von einem der Anwälte von Borgs erhalten. Es geht um die Observation seiner Tochter. Nach meiner Kenntnis der Akten gibt es keinen hinreichenden Tatverdacht gegen Bränder von Borg. Würden Sie also bitte die Überwachung einstellen? Wutus zögerte einen Moment, dann antwortete er. Ja, mein Herr. Gut. Wutus, könnte ich Sie kurz unter vier Augen sprechen? Ratzen verließ mit eingezogenen Schultern den Raum. Es ist mir etwas peinlich, davon zu sprechen, fuhr der Hoftkommissaris fort, nachdem sich die Tür hinter ihr geschlossen hatte. Aber die sexuelle Orientierung der Adjutantin ist ja bekannt. Ich habe die Befürchtung, dass dies bei der Befragung der bewussten Zeugin eine Rolle gespielt hat. Das glaube ich nicht, sagte der Kommissaris abwehrend. Nun, wie auch immer, es könnte jedenfalls ein schlechtes Licht auf die gesamte Polizei werfen, wenn eine solche Beeinflussung vor Gericht zur Sprache käme. Der Hoftkommissaris stand ebenfalls auf und nestelte an seiner Krawatte. So, nun muss ich aber wirklich in die Abteilungsleiterbesprechung. Nelly Ratzen wartete am Ende des Ganges. Arschloch, sagte der Kommissaris. Die Adjutantin nickte. Die Niederlande bestehen zur Hälfte aus Autobahnen. Die andere Hälfte ist mühsam dem Meer abgerungen. Peter Hobbemer grinste. Sie fuhren auf der untersten Ebene eines dreietagigen Autobahnkreuzers. Über ihnen hingen in scheinbarer Leichtigkeit Betonbahnen in der Luft. Das Ganze sah aus wie eine überdimensionierte Achterbahn. Glaubst du jetzt, dass Holland eine der dicht besiedelten Länder der Erde ist? Nur noch der Vatikan und Malta übertreffen uns in Europa an Bevölkerungsdichte. Wenn Cosima ehrlich gewesen wäre, hätte sie gesagt, dass sie das herzlich wenig interessierte. Doch sie beließ es bei einem halb anerkennenden, halb staunenden Aha. Es war ein herrlicher Sommertag. Wattige Kumuluswolken hingen am Himmel und übersäten die Landschaft jenseits der sechsspurigen Autobahn mit Schattenkegeln. Mit der Entfernung von Amsterdam wurden die sorgenvollen Gedanken an Michel de Vries in den Hintergrund gedrängt. Nach seinem gestrigen, merkwürdigen Auftritt war der Bibliothekar plötzlich verschwunden gewesen. Seine Kollegen hatten das ganze Gebäude nach ihm abgesucht und zu Hause war er ebenfalls nicht zu erreichen. Der Hauptkonservator, durch die Ereignisse der letzten Zeit sichtbar verunsichert, hatte sich bei Cosima nach de Vries' Verhalten erkundigt. In ihrer Antwort hatte sie, ganz allgemein, eine gewisse Nervosität Michels angesprochen, das konkrete, ausfällige Benehmen aber unerwähnt gelassen. De Vries würde sowieso am Montag einiges zu hören bekommen. Als er sie abholte, musste Peter wohl gespürt haben, dass er mit ihren Gedanken woanders war. Denn er beließ es bei einem flüchtigen Kuss auf die Wange und dem üblichen Smalltalk. Und Cosima war ihm dafür dankbar. Neben der Autobahn türmten sich die ersten Hochhäuser auf. »Sind wir etwa schon da?«, fragte die Deutsche, beinahe enttäuscht. »Ja, wenn man in Holland einen längeren Ausflug machen will, muss man schon auf eine der Inseln fahren.« Ein riesiges, weißes Gebäude, das sich direkt über ihnen erhob, machte die Fahrbahn zum Tunnel. Sie schossen hindurch. »Sieht ein bisschen amerikanisch aus,« bemerkte Cosima. Der Holländer nahm das als Kompliment auf. »Immerhin waren die Niederlande mal ein Weltreich, und New York hieß am Anfang New Amsterdam. Sie kamen in die Innenstadt, die von der Gigantomanie Gott sei Dank verschont geblieben war. »Das Einbahnstraßensystem ist teuflisch,« stöhnte Peter. »Das hat sich jemand ausgedacht, der Autofahrer hasst.« Er konzentrierte sich auf die Straßenschilder, bog mal rechts, mal links ab, sodass Cosima schon bald jegliche Orientierung verloren hatte. »Ach, da drüben ist es,« sagte er schließlich und hielt am Rand einer kleinen Straße. Cosima wusste zuerst nicht, was er meinte. Sie sah eine Reihe ganz normaler, kleiner, holländischer Häuschen. Keine Spur von einem Museum und dem üblichen Andrang davor. »Das da, in der Mitte«, Peter zeigte auf das kleinste und anscheinend älteste der Häuschen. Jetzt entdeckte die Bibliothekarin ein Schild über dem mittleren Fenster und entzifferte den Namen Spinoza. »Hier hat Spinoza die letzten Jahre seines Lebens gewohnt, zur Untermiete, wie übrigens auch dein leidender Student.« Spinoza hatte nicht viel Geld. Seinen Lebensunterhalt bestritt er mit dem Schleifen von Glaslinsen. Am Ende, als die Krankheit verschlimmerte und er die Arbeit nicht mehr schaffte, war er praktisch mittellos und auf die Hilfe seiner Freunde angewiesen. »Worunter litt er denn?«, fragte Cosima, die wieder einmal merkte, wie wenig Ahnung sie hatte. »Tuberkulose. Eine damals weit verbreitete Seuche. Und es gab keine wirksame Medizin. Zu Spinozas Freundeskreis gehörten auch mehrere Ärzte. Sie verschrieben ihm Rosenkonserven. Gezuckerte, eingemachte Rosen. Genutzt hat es, wie man weiß, nicht viel. Spinoza wurde nur vierundvierzig Jahre alt.« Der Kultusbeamte ließ den Motor wieder an und fragte, »Kennst du für mehr?« Cosima, vom plötzlichen Themenwechsel überrascht, antwortete mechanisch, »Natürlich, aber nur von Reproduktionen.« Peter nickte befriedigt. »Dann wirst du gleich etwas ganz Besonderes sehen.« »Prost! Oder war es mal roh? Nicht jedenfalls eine von beiden hat es als das schönste Bild der Welt bezeichnet.« Es war eine Stadtansicht. Kein großes Gemälde, etwa einen Meter hoch und in der Breite ein paar Zentimeter darüber hinausgehend. Aus der Entfernung konnte Cosima beim besten Willen nicht erkennen, was dieses Stadtporträt von den vielen anderen, die sie in Bildbänden gesehen hatte, unterscheiden sollte. Doch als sie näher herantrat, wurde sie vom eigentümlichen Reiz des Bildes gefangen genommen. Vermehr hatte das Licht als kompositorisches Element benutzt. Sonnenstrahlen fielen aus einem wolkenverhangenen Himmel auf die Stadt, beließen die meisten Gebäude im Schatten, tauchten andere in ein milchiges Abendlicht, während eine Kirchturmspitze in der Mitte vom gleißenden Sonnenschein erleuchtet wurde. Kaimauern und Befestigungsanlagen spiegelten sich in einem ruhigen Wasser. Ein Frachter ankerte vor einem der Lagerhäuser. Zwei Frauen auf dem rötlich-braunen Sand des gegenüberliegenden Ufers, der Seite des Betrachters, fast nur Farbtupfer vor der Landschaft aus Stein, belebten das Bild nicht. Nein, sie gaben nur den menschlichen Maßstab für die Größe der Stadt an. Wie festgefroren wirkten die Frauen, unbeeindruckt von der Schönheit in ihrem Rücken. Die Ansicht von Delft, flüsterte Peter ehrfurchtsvoll. Der Höhepunkt des holländischen Realismus. Angeblich hat Vermehr eine Kamera Obscura benutzt, den Fotoapparat des siebzehnten Jahrhunderts. Beim genauen Studium alter Stadtpläne hat sich jedoch herausgestellt, dass Vermehr einige Gebäude aus kompositorischen Gründen versetzt hat. Faszinierend, sagte Cosima. Nicht wahr, freute sich Peters über die Zustimmung. Ich war schon mindestens zwanzig Mal hier, aber ich könnte es immer wieder ansehen. Ein solches Werk zu besitzen, muss das Paradies auf Erden bedeuten. So enthusiastisch hatte Cosima ihren Begleiter noch nie erlebt. Alle Coolheit und höfliche Zurückhaltung war von ihm abgefallen. Jetzt fasste er sie an der Schulter und führte sie zur gegenüberliegenden Wand, zu einem relativ kleinen Frauenporträt. Die Abgebildete mochte nicht älter als sechzehn oder siebzehn sein. Sie trug einen blaugelben Turban und wandte sich im Halbprofil dem Betrachter zu. Ihr jahrhundertealter Blick, der leicht geöffnete Mund, wirkten unerhört lebendig. Auch ein Vermehr, erklärte der Kultusbeamte. Das Mädchen mit der Perle, etwa sechzehnhundestsechzig entstanden. Man nennt sie die niederländische Mona Lisa. Dabei übertrifft sie an Schönheit und Ausdruckskraft Leonardos Frauenporträt bei Weitem. Cosima suchte nach passenden Worten für ihre Gefühle. Sie fand keine. Und Peter kannte sich ohnehin viel besser aus. Das Geheimnis des Bildes, sagte er gerade, liegt darin, dass nur wenige Partien durchstrukturiert sind. Das meiste hat der Maler lediglich angedeutet. Den Turban, das Kleid. So wird der Blick des Betrachters magisch angezogen, von den im Licht liegenden, scharf konstruierten Bildteilen, vor allem von den Augen und dem Mund des Mädchens. Man hat das Gefühl, dass sie einen direkt anschaut. Ja, sagte Cosima, es ist geradezu unheimlich. Schau dir die Perle genau an, redete Peter begeistert weiter. Sie schwebt in der Luft. Sie ist nur ein Lichtfleck vor dem dunklen Hintergrund. Das ist große Kunst. Das erreicht keine Fotografie. Von heutigen Künstlern ganz zu schweigen. Sie machten noch einen Rundgang durch die übrigen Ausstellungsräume. Das Moritzus war ein kleines, überschaubares Museum, was Cosima als sehr angenehm empfand. Hier wurde man nicht, wie in den riesigen Museen vom rangelndes Louvre, von Besuchermassen eingeklemmt und musste am Ende auch nicht, weil die Konzentration nachließ, mit dem unbefriedigenden Gefühl aufgeben, 80 Prozent und vermutlich das Beste nicht gesehen zu haben. Über die breite Holztreppe schritten sie zum Erdgeschoss hinunter, wo sich der kleine Museumsshop und der Ausgang befanden. Durch die Fenster sah Cosima die dunklen Gemäuer des Binnenhofes. Nach dem Vergnügen, stellte Peter mit einem Lächeln fest, kommt die Arbeit. Finden wir also heraus, was mit deinem Herrn Micher, Student, zu leiden und Zimmernachbar des großen Philosophen Baruch des Spinoza, geschehen ist. Der blaue Peugeot, der in der schmalen Straße vor dem Marie Suisse parkte und in dem zwei Männer saßen, die aus Pappschachteln Hamburger vertilgten, kam Cosima irgendwie bekannt vor. Spielte ihre überreizte Fantasie ihr einen Streich oder war es derselbe Peugeot, der ihnen vom Spinoza-Haus zur Tiefgarage gefolgt war? Nach dem Anruf von Peter habe ich mich ein wenig kundig gemacht, sagte Franz Holthüsen in einer langsamen, von vielen Äs durchsetzten Redeweise. Der etwa 45-jährige Wissenschaftler trug einen schwarzen Rollkragenpulli, eine als Untergrund für die beständig herabrieselnden Schuppen zweifellos ziemlich unvorteilhafte Farbe. Sein graumeliertes Kraushaar war durchsetzt mit Schuppennestern. Sie saßen in der Bibliothek des Philosophie-Dozenten, einem quadratischen Raum, dessen Wände mit Ausnahme der Fensteröffnung von Bücherregalen verstellt waren. In der Luft hing der Geruch von altem Papier. Der Student hieß tatsächlich Micher, fuhr Holthüsen fort, Johannes Micher. In der Literatur finden wir über ihn sehr wenig. Als er auf Spinoza traf, war er zwanzig Jahre alt und offensichtlich sehr wissensdurstig. Und Spinoza muss Gefallen an dem jungen Mann gefunden haben, was in seinem Freundeskreis für einige Eifersüchteleien sorgte. Aus einem Brief Simon Jostens. Holthüsen nahm ein vor ihm liegendes Buch in die Hand und schlug es an der Stelle auf, die er mit einem weißen Zettel markiert hatte. Erfahren wir, dass Micher wirklich ein Glückspilz sei. Er darf in des Meisters Haus wohnen, mit ihm essen, spazieren gehen und seine Lehren aus seinem eigenen Mund vernehmen. Spinoza beschwichtigte den alten Freund in einem Antwortbrief. Johannes ist noch zu jung, zu wenig in sich gefestigt und mehr nach Neuheit als nach Wahrheit strebend. Ich hoffe aber, dass er diese Fehler in einigen Jahren von selbst ablegt. Ja, soweit ich nach seinem Charakter urteilen kann, bin ich dessen sicher. Äh, stimmt es, dass Micher im Auftrag von Schüller oder Schuller gehandelt hat, der für den deutschen Philosophen Leibniz eine Abschrift der Ethik besorgen sollte? fragte Cosima. Holthüsen warf Robima einen raschen Blick zu. Wie kommen Sie darauf? Mein Kollege de Vries hat es mir erzählt. Außerdem ist das Manuskript doch in einem Schiff im Kriegsgebiet zwischen den Niederlanden und Frankreich gefunden worden. Ja, äh, es gibt diese Version. Ich persönlich halte sie jedoch für unwahrscheinlich. Wir wissen, dass Micher in die südlichen Niederlande, in den von den Franzosen besetzten Teil, übersiedeln wollte. Dort hielt sich der größte Teil seiner Familie auf. Da er aus Sicherheitsgründen mit leichtem Gepäck reiste, sandte er seine Habe in einem Schiff voraus. Darunter befand sich auch das besagte Manuskript. Hat er denn die Ethik gelesen? Wollte die Deutsche wissen. Bestimmt nicht, sagte Peter heftig. In dem Manuskript befinden sich Gedanken, die in der Ethik nicht auftauchen. Cosima schaute ihn überrascht an. Woher weißt du das? Holthüsen nahm seinem Freund die Antwort ab. Ich habe mit Peter darüber gesprochen. Tatsächlich hielt Spinoza die Ethik für Außenstehende verschlossen. Sie erwähnten selbst, dass sich Leibniz vergeblich um eine Abschrift bemühte. Nein, wir müssen davon ausgehen, dass Michaer seine Gedanken aufgrund der Gespräche mit Spinoza entwickelt hat. Entwickelt? Waren es nicht Spinozas Gedanken? Zu einem Gespräch gehören zwei, warf Peter ein. Wieder bemerkte Cosima eine Gereiztheit, die sie sich nicht erklären konnte. Spinoza war sicherlich der führende Part, stellte Holthüsen fest. Aber aus heutiger Sicht lässt sich nicht ausschließen, dass Michaer eine gewisse Eigenständigkeit an den Tag legte. Und was ist das ihm geworden? fragte Cosima den Wissenschaftler. Er ging nach Brügge und dort verliert sich seine Spur. Leider wissen wir nicht, ob er sich jemals wieder mit Philosophie beschäftigt hat. Als sie das Haus, in dem Holthüsen wohnte, verließen, stand auf der gegenüberliegenden Straßenseite der blaue Peugeot. Cosima überlegte, ob sie Peter darauf aufmerksam machen sollte. Sie entschied sich dagegen. Wer sollte eine harmlose deutsche Bibliothekarin verfolgen? Würde Peter sagen. Und sie auslachen. Und vermutlich hatte er recht. Sie wusste selbst nicht, warum sie nicht bei Peter geblieben war. Es gab keinen Missklang, nichts Falsches, was den wundervollen Abend am Ende dieses ereignisreichen Tages gestört hätte. Sie waren nach ihrer Rückkehr aus Den Haag in einem griechischen Restaurant gewesen, anschließend zu Peters Wohnung und dann, längst überfällig, wie mittlerweile auch Cosima fand, zusammen ins Bett gegangen. Sie hatte es genossen, obwohl Peter nicht ihre große Liebe war. Oder gerade, weil sie nicht in ihren Gefühlen ertrank. Sie schätzte ihn, sie bewunderte ihn, ja, sie mochte ihn sehr gern, aber mehr war da, zumindest vorläufig nicht. Und so war es für sie ganz selbstverständlich, sich wieder anzuziehen und nach Hause, zu der alten Desolis zu gehen, trotz Peters kopfschüttelndem Widerstand. Vielleicht gingen ihr auch zu viele Sachen im Kopf herum. Michel de Vries' sonderbares Verhalten, die Verfolgung durch den blauen Peugeot. Sie wollte einfach allein sein und Klarheit in ihre Gedanken bringen, soweit das möglich war. Cosima blickte sich um. In der Nähe des griechischen Restaurants hatte sie den blauen Peugeot zuletzt gesehen. Wer waren die beiden Männer, die ihr folgten? Polizisten? Galt sie nach dem Zwischenfall an der Synagoge als Staatsfeindin? Eine solche Absurdität traute sie der Polizei nicht zu. Oder waren die Männer etwa hinter Peter her? Was wusste sie schon von seinem Leben? Gab es darin ein großes Geheimnis? Hätte sie ihn warnen sollen? Sie bog in die Heerengracht ein. Noch ein paar hundert Meter und sie war zu Hause. An der Kaimauer ankerten ein paar Hausboote, die unbewohnt schienen. Ein junger Mann kam ihr entgegen. Er sah aus wie einer der vielen, die in Amsterdam gestrandeten Drogensüchtigen, die sich mit Werteleien und kleinen Diebstählen über Wasser und an der Spritze hielten. Cosima versuchte ihm auszuweichen, ging näher am Rand des Wassers entlang. Doch er änderte ebenfalls seine Richtung, kam direkt auf sie zu. Sie spürte, wie Panik in ihr aufstieg. Ihre Beine zitterten. Jetzt versperrte er ihr den Weg und in der Nähe war niemand, der ihr helfen konnte. Money! Nur ein einziges Wort. Kalt, kalt, drohend. Sie antwortete, dass sie kein Geld habe und machte einen Schritt zur anderen Seite, zur Mitte der Straße hin. Seine Faust krallte sich in ihrer Jacke fest. Er wirkte nicht besonders kräftig, aber Cosima wusste, dass sie ihm unterlegen war. Money! Fauchte er noch einmal, ganz nah. Sie roch seinen bitteren Atem. Und dann sah sie aus dem Augenwinkel das Messer. Kein großes Messer, einfach ein Taschenmesser, das er in der rechten Hand hielt. Es waren zwei Reflexreaktionen. Sie riss sich los, sein rechter Arm zuckte. Mit dem Fuß stieß sie gegen etwas Hartes. Sie wäre zu Boden gestürzt, wenn dort ein Boden gewesen wäre. Kopfüber flog Cosima in die trübe Brühe der Gracht. Bevor sie realisierte, was geschehen war, strampelte sie im eiskalten Wasser. Prostend und keuchend tauchte sie wieder auf, neben einem Hausboot. Oben, auf der Straße, rannte der erfolglose Räuber davon, verfolgt von einem brüllenden Mann. Da war also doch jemand in der Nähe gewesen. Hallo, hörte sie über sich. Sie schaute hoch. An der Reling des Hausbootes stand ein weiterer Mann und streckte ihr seine Hand entgegen. Cosima erkannte ihn sofort. Es war einer der beiden Männer aus dem blauen Peugeot. Sie zögerte. Der Mann redete auf sie ein, in einem begütigenden Tonfall. Das Wort Politie kam mehrfach vor. Was Salz, dachte Cosima. Schlimmer kann's ja kaum noch kommen. Mit zwei Schwimmzügen war sie beim Hausboot und ließ sich aus dem Wasser ziehen. Jetzt ergoss sich ein neuer Redeschwall über sie. Diesmal hörte sie das Wort »Hospital« heraus. Die Deutsche schüttelte den Kopf. Nicht »Hospital«. »Nach Hause.« »Ich wohne da vorn«, sie zeigte in die Richtung, in der sie die Wohnung von Clara Maria de Solis vermutete. Der Mann deutete auf ihren Arm. Was hatte er nur? Sie war doch nicht verletzt. Und dann sah sie, wie sich der Ärmel ihrer Jacke an der aufgeschlitzten Stelle rot färbte. Kommissaris Jan Wuthers wartete vor der Ambulanz. Die Verletzung der Deutschen hatte sich als harmlose Schnittwunde herausgestellt. Mit ein paar Spritzen und einem Verband würde sie das Krankenhaus wieder verlassen dürfen. Trotzdem konnte er, Ricard und Van Delden keinen Vorwurf machen. Als die beiden den Überfall sahen, mussten sie die beobachtende Verfolgung aufgeben und eingreifen. Alles andere wäre unterlassene Hilfeleistung gewesen. Dass Ricard den Junkie verhaftet hatte, war nur ein schwacher Trost. Für so geringfügige Vergehen wie versuchten Raubüberfall und Körperverletzung blieb man in Amsterdam nicht lange im Gefängnis. Zumal, wenn es sich beim Täter um einen Drogensüchtigen handelte. Die Schwingtür flog auf und ein Mädchen mit blau gefärbten Gesicht unter der Sauerstoffmaske wurde hereingeschoben. Ein Notarzt mit Schweißtropfen auf der Stirn bearbeitete ihren Brustkorb. Wuthers tippte auf Überdosis. Alternativ dazu war vorstellbar, dass ein Dealer sein Heroin mit Rattengift verlängert hatte. Ein anderer Arzt kam aus dem Behandlungszimmer und nickte dem Kommissaris zu. Sie können jetzt mit ihr sprechen. Na, dann wollte er Jufro Tannhäuser mal seine Aufwartung machen. Sie saß aufrecht im Bett, war ein bisschen blass um die Nase, aber ansonsten ganz munter. Und in einem hellblauen Krankenhaushemd sah vermutlich jeder kränklich aus. Wie geht es Ihnen? Fragte Wuthers auf Englisch. Ganz gut. Ich habe Ihnen etwas mitgebracht. Er warf die Tüte, die er unter dem Arm getragen hatte, aufs Bett. Frau Desolais hat auf meine Bitte einige Kleidungsstücke aus ihrem Zimmer zusammengepackt. Danke, das ist sehr freundlich von Ihnen. Der Kommissaris ruckte kurz mit dem Kopf. Ich warte draußen. Ich nehme an, dass ich Ihnen noch einer Erklärung schuldig bin. Sie waren quer über die Straße zu einem Café gegangen und saßen jetzt mit zwei Tassen Kaffee in der Nähe des Eingangs. Gedämpfte Rockmusik schirmte sie akustisch von den anderen Gästen ab. Ich verstehe immer noch nicht, warum Sie mich von Ihren Männern beobachten ließen, sagte Cosima, von den ausweichenden Erklärungen des Polizisten verärgert. Na gut, dann will ich mich deutlicher ausdrücken. Sie gehörten, besser gesagt, Sie gehören zu den Verdächtigen am Mordfall Jellis. Mit Ihrem Erscheinen in Amsterdam begann die Verbrechensserie. Was? Sie war entsetzt. Wollen Sie mir erzählen, dass Ihnen dieser Zusammenhang nicht aufgefallen ist? Für einen Moment glaubte Wuters, dass er Sie zum Krankenhaus zurücktragen müsse. Sämtliche Farbe war aus Ihrem Gesicht gewichen und sie atmete schwer. Doch dann fasste sie sich wieder. Das ist lächerlich. Und was haben Sie im Roten Drachen gemacht? Im Roten Drachen? Sie schienen nicht zu wissen, was er meinte. Das China-Restaurant im Jordan-Viertel. Ach so, wo wir uns begegnet sind. Ich habe gegessen, das haben Sie doch gesehen. Warum ausgerechnet dort? Mein Gott! Sie überlegte. Peter! Peter hat das Lokal vorgeschlagen. Ja, so war es. Was ist denn mit dem Roten Drachen? Wuters bereute bereits, den Namen erwähnt zu haben. Falls sie tatsächlich unbeteiligt war, wovon er jetzt immer mehr überzeugt war, hatte er ihr eine Information verraten, die unter keinen Umständen in die Öffentlichkeit dringen durfte. So wie der Zufall spielte, war dieser Peter womöglich Journalist. Ist nicht weiter wichtig, sagte er betont unbeteiligt. Cosima guckte ihn mürrisch an. Sie verschweigen mir etwas. Der Kommissaris beugte sich vor. Heftiger als beabsichtigt blaffte er sie an. Natürlich verschweige ich ihn etwas, Jofu. Was glauben Sie denn? Ich ermittle in einem Mordfall, der möglicherweise mit anderen Verbrechen zusammenhängt, und ich bin von der Lösung des Falles noch ein erhebliches Stück entfernt. Oder können Sie mir vielleicht weiterhelfen? Die Deutsche zuckte zurück. Zuerst wollte sie den kleinen, braunhäutigen Polizisten, der sich so unfreundlich benahm, mit einem kalten Lächeln abwimmeln. Aber andererseits war dies hier eine einmalige Gelegenheit. Ja, Sie werden lachen. Ich habe mich mit Ihrem Fall, vor allem mit dem gestohlenen Manuskript, beschäftigt. Und ich habe möglicherweise etwas herausgefunden, das Sie noch nicht wissen. Wollen Sie es hören? Bitte, sagte Wutus. Ich habe Zeit. Er zog ein Notizbuch aus der Tasche. Und Cosima entwickelte ihre Theorie, dass der Diebstahl des Manuskripts und der Mord zusammenhingen, dass der Mörder von Jellis, den Restaurator, dazu gebracht habe, eben jene relativ unbedeutende Handschrift eines leidender Studenten namens Micher zu stehlen, dass er ihn anschließend getötet habe, um einen Mitwisser zu beseitigen, dass also letztlich das Manuskript selbst auf den Täter hinweise und man nur noch sein Geheimnis ergründen müsse. Sie berichtete von ihren Recherchen, Peter Hobemas Hilfe, der Begegnung mit dem Rabbi Yitzhak Goldstein und der Fahrt nach Den Haag zu dem Spinoza-Forscher Franz Höldhüsen. Der Kommissaris war wenig beeindruckt. Schließlich wusste er bereits oder konnte mit großer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass Jimmy Cliff das Manuskript bei Jellis abgeholt hatte. Aber erstens stand nicht fest, dass der Dealer seinen Kokain-Kunden auch umgebracht hatte. Und zweitens, warum sollten Ereignisse, die über 300 Jahre zurücklagen, auf die Spur des Auftraggebers führen? Trotzdem machte er sich Notizen, schrieb die Namen der Beteiligten und die Art ihrer Beziehung zu Tannhäuser auf. Erst als die Deutsche Michel de Vries und dessen sonderbares Benehmen erwähnte, horchte Wutas auf. Er erinnerte sich, den Namen schon einmal gehört zu haben. Richtig, Nelly Ratsen hatte beobachtet, wie Brenda van Burg mit de Vries ausgegangen war. Sobald er dazu käme, würde er sich mit de Vries näher beschäftigen. Der Pieper in seiner Tasche machte das, was ihm seinen Namen gegeben hatte. Entschuldigen Sie, sagte der Kommissaris, ich muss mal eben telefonieren. Er ging zur Theke, bat um das Telefon und wählte die Nummer seines Büros. Nelly Ratsen meldete sich. Es gibt eine Schießerei im Roten Drachen. Bin schon unterwegs. Er legte auf. Durch Schwaden von Zigarettenrauch sah er, wie Cosima ihren verletzten Arm abtastete. Der Rote Drache sah aus wie die Kulisse für einen Action-Thriller der miesesten Sorte, nachdem die letzte Szene des finalen Shootdowns abgedreht war. Das Foyer war übersät mit Glasscherben, die von der zertrümmerten gläsernen Eingangsfront stammten. In der unteren Etage waren Stühle und Tische umgerissen. Der Teppichboden bedeckt mit einer ungleichmäßigen, schillernden Soße aus Essenresten und Bier und Weinpfützen, die einen üblen Geruch absonderte. Darüber schwammen, wie aus einer monströsen Ketchupflasche geschüttelt, Blutlachen und getropfte Blutspuren. Man konnte sich vorstellen, welches Tohuwabuhu hier vor kurzem geherrscht hatte. Aber jetzt lag über dem Ganzen eine unwirkliche Ruhe. Die Opfer des Massakers befanden sich auf dem Weg in die umliegenden Krankenhäuser. Nur eine Gruppe von Chinesen in der Kleidung des Dienstpersonals stand in einer Ecke und unterhielt sich leise. Jan Wuthers stieg, nachdem er sich ausgewiesen hatte, die Treppe hinauf. Auch das Aquarium hatte es erwischt. Die Fische, die Großen wie die Kleinen, waren auf dem Teppich verendet. Hinter sich hörte der Kommissar sein vertrautes Geräusch. Er erkannte Nelly Ratsen am Klang ihrer Westernstiefel. Die beiden Polizisten nickten sich zu. »Weiß man schon Näheres?«, fragte Wuthers. Gegen 23 Uhr stürmten vier oder fünf Männer. Über die genaue Anzahl gehen die Augenzeugenberichte auseinander, die wie Chinesen aussahen, hier herein. Sie waren mit Maschinenpistolen bewaffnet und feuerten pausenlos. Im Restaurant befanden sich etwa 20 Gäste und, einschließlich des Küchenpersonals, zehn Angestellte. Der ganze Überfall dauerte nur drei Minuten. Anscheinend hatten es die Täter hauptsächlich auf Charlies Zungen abgesehen. Aber bei einer derartigen Ballerei ließ sich natürlich nicht vermeiden, dass auch andere getroffen wurden. »Wie viele Opfer?« »Vier Gäste und zwei Kellnerinnen wurden leicht verletzt. Die meisten anderen stehen unter Schock. Der Oberkellner zog eine Pistole und stellte sich dem Killerkommando in den Weg. Er wurde erschossen, genauso wie einer von Song's Leibwächtern. »Und Charlies Song?« »Durch mehrere Schüsse schwer verletzt. Jedenfalls war das der Stand im Präsidium, bevor ich mich auf den Weg gemacht habe.« Der obere Restaurantraum bot das gleiche Bild der Verwüstung. Die Leiche des Oberkellners lag in einer Blutpfütze neben der Theke. Ein Polizeifotograf beugte sich über sie. Der Kommissaris erkannte den blond gesträhnten Zopf des Rauschgiftfahnders Hendrik Verstegg, der mit einigen anderen in einen Nebel aus Zigarettenrauch gehüllten Polizisten im hinteren Teil debattierte. Verstegg hatte sie ebenfalls entdeckt und winkte ihm zu. »Was für eine Schweinerei!«, sagte die Adjutantin. Wutters schwieg. Verstegg verabschiedete sich schulterklopfend von seinen Kollegen und kam ihnen entgegen. »Na, was sagt ihr dazu?«, rief er schon von Weitem. »Saubere Arbeit, hä? Ich wusste, dass es die Tai Juan Hai auf Charlie abgesehen hatten. Aber das hier ist eine neue Qualität des Bandenkrieges. Mein lieber Mann, da kommt noch einiges auf uns zu.« »Wie geht es so?«, fragte der Kommissaris. Der Rauschgiftfahnder zog einen Mundwinkel hoch. Seine aufgekratzte Stimmung wurde schlagartig ernster. »Charlie ist tot.« »Wusstet ihr das nicht?« »Nein,« antwortete Ratzen. »Im Präsidium hieß es, er sei nur verletzt.« »Ja, er war nicht sofort tot. Ich konnte sogar noch mit ihm reden, bevor er starb. Er hat denn was gesagt, das euch interessieren wird?« Verstegg legte eine spannungssteigendere Pause ein. »Und was?«, fragte Wutters, der Kunstpausen hasste. »Es ist komisch. Er hat ausschließlich darüber geredet.« »Schien ihm irgendwie auf der Seele zu liegen. Dabei hatte er eine Menge anderer Sachen auf dem Kerbholz.« Der Kommissaris verdrehte die Augen. »Tja, um es kurz zu machen. Bei Jimmy Cliff habe ich mich geirrt. Charlie selbst hat den Befehl gegeben, ihn umzulegen.« »Und? Wisst ihr, warum?« »Es ging ihm gegen die Ehre, dass sein Mann gepanschtes Kokain verkauft hat. Er war davon überzeugt, dass dieser Kunde...« »Jellis«, sagte Nelly Ratzen. »Jellis, an dem Zeug gestorben ist, das ihm Jimmy gebracht hat. Und weil Charlie seinen Ruf in der Unterwelt wahren wollte, musste Jimmy dran glauben.« »Vollkommen beknackt, nicht?« »Na ja, immerhin ist euer Fall jetzt gelöst.« »Oder auch nicht«, meinte die Adjutantin. »Wieso?« »Ich glaube nicht, dass Jimmy der Giftmischer war.« Westig strich über seinen drei Tagebord. »Leute, ich nehme an, das ist euer Problem. Ich muss mich hier um ein paar Dinge kümmern. Also...« Wutus hielt ihn fest. »Eine Frage noch.« Hat Sung gesagt, für wen die alte Handschrift bestimmt war, die Jimmy bei Jellis abgeholt hat? »Nein, welche Handschrift?« »Danke«, sagte der Kommissaris. »Mehr wollte ich nicht wissen.« »Mama ist tot. Ganz friedlich lag sie heute Morgen im Bett. Sie ist im Schlaf gestorben, ohne Schmerzen. Ich habe nicht einmal geweint. Nach all den Jahren ist es wie eine Erlösung. Ich habe sie geliebt, natürlich. Ein Sohn muss seine Mutter lieben. Aber sie hat mich auch daran gehindert, das zu tun, was ich tun wollte.« »Jetzt bin ich frei. Und ich weiß auch schon, was ich als nächstes unternehmen werde. Ich habe mir eine Waffe besorgt. Es ist nur eine Gaspistole, aber sie sieht einer echten täuschend ähnlich. Damit werde ich sie zwingen, ihre Versprechen zu erfüllen. Ich habe ihr genug Chancen gegeben. Ich habe sie freundlich erinnert. Ich habe gebeten und gebettelt. Damit ist endgültig Schluss. Für wen hält sie mich? Für einen Hans Wurst? Mein Plan steht fest. Ich habe eine Menge gegen sie in der Hand. Sie denkt zwar, dass ich nicht zur Polizei gehe, weil ich mich dann selbst beschuldigen müsste. Aber ein Treffen mit mir kann sie nicht ausschlagen. Ich werde Geld verlangen. Das versteht sie. Außerdem hat sie genug davon. Und dann nehme ich sie einfach mit nach Hause. Ich muss mich beeilen. Mama kann nicht ewig da liegen bleiben. Mein Vater war Molukka. Wissen Sie, wo die Molukken liegen? Es war verrückt. Warum erzählte er das? Sie hatte nicht einmal gefragt. Aber er kannte diesen neugierigen Blick. Und irgendwann würde die Frage kommen. Woher stammen sie? Was ist ihr Heimatland? Oder ähnlicher Schwachsinn? Er stammte aus Holland. Seine Mutter war eine blonde Holländerin. Wenn auch inzwischen nur noch mit Hilfe der chemischen Industrie. Doch das wollten die Frage nicht wissen. Also konnte er auch gleich damit herausrücken, von wem er seine braune Hautfarbe geerbt hatte. Nein, sagte Cosima Tannhäuser. Sie spazierten über den Rembrandt-Plain, vorbei an den Straßencafés, in denen die Touristen über Schal im Bier hockten und dem Gedudel der Straßenmusiker zuhörten. Es sind kleine Inseln zwischen Celebes und Neugurinea, die nach dem Zweiten Weltkrieg Indonesien zugeschlagen wurden. Davor gehörten sie seit dem 17. Jahrhundert zum niederländischen Kolonialreich. Die Molukka, vor allem die Südmolukka, mochten die indonesische Zentralregierung nicht. 1950 proklamierten sie die unabhängige Republik Maluku-Zelatan. Der Aufstand wurde blutig niedergeschlagen. Wie so etwas läuft, kann man heute an Osttimor sehen. Die Eltern meines Vaters waren Christen und lebten auf der Insel Ambon. Sie wanderten zusammen mit vielen anderen in die Niederlande aus. Anfang der 70er Jahre bildete sich unter den Ambonesen eine kleine radikale Organisation, die mit terroristischen Mitteln versuchte, die niederländische Regierung dazu zu zwingen, sich für die Unabhängigkeit der Südmolukka einzusetzen. Genug. Es reichte. Was ging diese Deutsche seiner Familiengeschichte an? Aber er redete weiter, in einem kalten, fast wütenden Ton. Die spektakulärste Aktion war eine Zugentführung. Sie werden nichts davon gehört haben. Ich war damals selbst noch ein Kind. Meine Mutter schickte mich zu meiner holländischen Großmutter und ich durfte weder Nachrichten im Fernsehen schauen noch Zeitung lesen. Der Zug wurde mehrere Tage lang in der Nähe der Stadt Assen festgehalten. Schließlich gaben die Ambonesen auf. Er starrte auf den kleinen Park in der Mitte des Rembrandt Plains. Mein Vater war einer der Terroristen. Was ist mit Ihrem Vater geschehen? fragte Cosima. Er kam ins Gefängnis. Drei Jahre später beging er Selbstmord. Das tut mir leid. Danke. Später als Jugendlicher habe ich versucht, ihn zu begreifen. Es ist mir nicht gelungen. Mein Vater blieb mir immer fremd. Ihren Wuters schnaubte verächtlich. Ich bin eben ein waschechter Holländer, obwohl es nicht so aussieht. Er blieb stehen und hielt nach Hobema Ausschau. Ironisch fügte er hinzu. Allerdings kam mir meine Hautfarbe zugute, als ich in den Staatsdienst eintrat. Die niederländische Regierung hatte ein schlechtes Gewissen, wegen der misslungenen Integration der Südmolokka. Ich wurde immer bevorzugt behandelt und schneller befördert als meine gleichaltrigen Kollegen. Bis heute zumindest. Cosima war von der Offenheit des Kommissaris überrascht. Es kam ihr so vor, als stehe er unter einem ungeheuren Druck. Und sie hatte keine Ahnung, was der Anlass ihres Treffens war. Wuters hatte sie in der Bibliothek angerufen und gebeten, sich mit Peter Hobema am Rembrandt Plain zu verabreden, ohne ihm zu verraten, dass er, der Kommissaris, dabei sein werde. Die Deutsche hatte nachgefragt, aber nur die ausweichende Antwort bekommen. Es lägen neue Erkenntnisse bezüglich der gestohlenen Handschrift vor, zu denen die Polizei gerne die Ansicht des Kultusbeamten hören würde. Und dann erzählte er ihr seine Familiengeschichte. Wollen Sie mir nicht endlich verraten, was Peter mit der Sache zu tun hat? Wuters schüttelte den Kopf. Warten Sie's ab. Wie geht es eigentlich Ihrem Freund de Vries? Er ist heute nicht zur Arbeit erschienen. Hat er einen freien Tag? Nein, er ist einfach nicht gekommen. Bevor sie weiter über de Vries reden konnten, betrat Hobema aus der Regulierbrichstrat kommend den Rembrandt Plain. Er stutzte kurz, als er den kleinen, braunen Mann neben Cosima entdeckte, fing sich aber sofort wieder und schaltete sein strahlendes Lächeln ein. Hallo, Cosima! Er drückte ihr einen Kuss auf die Wange. Sie sind Polizist, nicht wahr? wandte er sich auf holländisch an Wuters. Wir sind uns dem roten Drachen begegnet. Richtig, nickte der Kommissaris und stellte sich vor. Gibt es einen Anlass für dieses Zusammentreffen? Cosima schaute verständnislos von einem zum anderen. Dann sollten wir unsere Unterhaltung nicht auf Englisch fortsetzen, damit Jufo Tannhäuser auch etwas davon hat, schlug der Kommissaris vor. Kein Problem. Warum haben Sie gelogen, als Sie Jufo Tannhäuser erzählten, Sie hätten Philosophie studiert? fragte Wuters unvermittelt. Habe ich das? Hobema blinzelte. Wollten Sie damit verschleiern, dass Sie aus einem anderen Grund an Spinoza interessiert sind? Ach, mein Herr, ich schätze, es gibt in den Niederlanden und insbesondere in Amsterdam eine Menge Leute, die sich mit Spinoza beschäftigen. Muss man dafür einen besonderen Grund haben? Und warum haben Sie Ihren Freund in Den Haag als Philosophiedozenten vorgestellt, wo er doch Biologe ist? Peter! Cosima starrte ihn mit offenem Mund an. Tut mir leid, Cosima. Ich habe mir das Spiel ausgedacht, weil ich dir etwas bieten wollte. Wärdest du sonst mit mir nach Den Haag gefahren? Reden Sie gefälligst Englisch, fuhr ihn der Kommissaris an. Ich verstehe kein Deutsch. Werden Sie nicht unverschämt, schnauzte Hobema zurück. Was geht Sie überhaupt mein Privatleben an? Eine ganze Menge, wie Sie gleich sehen werden. Ich hatte mich nämlich, nachdem ich auf Ihre Falschangaben stieß, meinerseits mit einem Philosophieprofessor der Amsterdamer Universität in Verbindung gesetzt. Nach einem kurzen Blick in seine Bücher konnte er mir die gewünschte Auskunft geben. Wuters holte Luft. Der leidende Student, der Verfasser des vor kurzem gestohlenen Manuskripts, hieß nicht Miherr, sondern Hobema. Ich nehme an, Sie sind mit ihm verwandt. Der Kultusbeamte wurde bleich. Seine linke Gesichtshälfte zuckte nervös. Na und? Ungerührt fuhr der Kommissaris fort. Jufru Tannhäuser, die ich vorübergehend selbst verdächtigte, in die Verbrechensserie verwickelt zu sein, hatte Recht. Sie glaubte, dass das Manuskript zum Mörder führen würde. Und genau so ist es. Sie, Hobema, wollten unbedingt in den Besitz der Handschrift kommen, und dafür haben Sie den Tod von Jellis in Kauf genommen, wenn nicht sogar in Auftrag gegeben. Das können Sie nicht beweisen, stieß der Kultusbeamte hervor. Doch, Charlie Sung hat vor seinem Tod ein umfassendes Geständnis abgelegt. Aus den Händen des Chinesen haben Sie Hobemas Handschrift erhalten. Das war ein Bluff, und Wutas war keineswegs sicher, dass er funktionierte. Würde Hobema weiterhin leugnen, hatte er keinerlei Beweise gegen ihn in der Hand. Hobema senkte den Blick und schwieg. Schließlich sagte er leise. Es stimmt. Ich wollte das Manuskript haben. Dabei war es eigentlich nur ein Scherz. Ich kenne, kannte Charlie Sung so seit Jahren. Wir sind uns im Rahmen der niederländisch-chinesischen Freundschaftsgesellschaft begegnet. Irgendwann, nach einigen Krügen Reiswein im Roten Drachen, habe ich von meinen Vorfahren und dessen Handschrift erzählt, die verkannt und unter falschen Namen in der Bibliothek lagere. Charlie hörte schweigend zu. Erst zwei oder drei Monate später fragte er mich, ob ich immer noch an der Handschrift interessiert sei. Natürlich, sagte ich. Ich gebe zu, das war ein Fehler. Charlie meinte, er könne das Manuskript besorgen. Ich bräuchte mich um nichts zu kümmern. Er wolle auch kein Geld. Das Ganze sei ein Freundschaftsdienst. Hobema guckte den Kommissaris trotzig an. Ich bin nicht naiv. Ich wusste, dass Charlie irgendwann eine Gegenleistung verlangen würde. Etwas, das ich ihm dann nicht abschlagen könnte, weil ich in seiner Schul stand. Aber in diesem Moment war es mir egal. Die Vorstellung, die Handschrift in meinen Händen zu halten, elektrisierte mich. Ich konnte nicht Nein sagen. Aber, aber warum, stammelte Cosima fassungslos. Warum? Hobema wurde lauter. Weil meinem Ahnen Unrecht widerfahren ist. Nicht Hobema hat Spinoza bespitzelt. Spinoza hat bei Hobema geklaut. Das ist die Wahrheit, die niemand wissen will. Stattdessen wird von den Typen wie deinem Bibliothekskollegen, der Fries, kolportiert. Das sei alles Spinozas Werk. Dabei lässt sich schon aus der gedruckten Fassung ablesen, dass in dem Manuskript Gedanken enthalten sind, die von Spinozas bis dato aktueller Philosophie abweichen. Mit Hilfe des Originals hoffte ich, dies beweisen zu können. Und was geschah dann? fragte der Kommissaris, der ein philosophisches Fachgespräch verhindern wollte. Ich weiß nicht. Irgendetwas ist schiefgelaufen. Ich schwöre Ihnen, ich bin am Tod von Jellos unschuldig. Ich wusste nicht einmal, dass Jellos der Dieb war, bevor ich in der Zeitung von dem Mord las und mir die Geschichte zusammenreimte. Was haben Sie sich zusammengereimt? Dass Sung da einen Mitwässer beseitigt hat? Ich bitte Sie, flehte Hobema. Jellos hat keine Ahnung, für wen das Manuskript bestimmt war. Niemand wusste es, außer Charlie und mir. Es gab keinen Grund, den Restaurant umzubringen. Und Sie können es mir glauben oder nicht. Charlie war selbst darüber beunruhigt. Möglich, sagte der Kommissaris kalt. Sehr wahrscheinlich sogar, dachte er bitter. Es wäre auch zu schön gewesen, wenn Hobema den Mord aufgeklärt hätte. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass Sie sich der Anstiftung zu einer Straftat schuldig gemacht haben, mein Herr Hobema. Sie sind vorläufig verhaftet. Tod ziehen's, Jofro Tannhäuser. Wutus nickte der Deutschen zu, die ihre Hand auf Hobemas Arm legte. Das habe ich nicht gewollt, Peter. Glaub mir. Ich weiß. Er hielt ihre Hand fest. Es war mein Fehler. Kommen Sie, sagte Wutus grimmig. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Warum mussten Sie diese Show vor Cosima abziehen, beschwerte sich Hobema, als sich die beiden Männer ein Stück entfernt hatten. Sie hätten mich auch ins Präsidium vorladen können. Die entscheidende Idee stammt von ihr, antwortete der Polizist. Es ist nur recht und billig, dass ihr auch das Ergebnis sieht. Sie sind ein mieser, kleiner Sadist. Darauf fiel dem Kommissaris keine Antwort ein. Vielleicht gab es auch keine. Pete Lubbers malte Strichmännchen auf ein Blatt Papier und redete mit seiner Schmalzstimme auf den Telefonhörer ein. Es ging um eine sagenhaft geile Disco, die er sich für Freitagabend vorgemerkt habe. Leg den Hörer auf, Pete, sagte Jan Wutus. Es gibt Arbeit. Lubbers verabschiedete sich hastig. Mein Herr Hobema möchte eine Aussage machen. Der Kommissaris schob den Kultusbeamten vor den Schreibtisch des alerten Jungpolizisten. Kannst du sie bitte protokollieren? Wird gemacht, Chef, versicherte der Hoftagent eifrig. Wutus blickte sich um. Wo ist eigentlich Nelly? Keine Ahnung, ich habe sie heute noch nicht gesehen. Wutus runzelte die Stirn. Was heißt das? Lubbers Gesicht war ein einziges Fragezeichen. Komm, Pete, wenn sie nicht im Büro war, muss sie sich doch telefonisch gemeldet und gesagt haben, was sie macht. Der Hoftagent kratzte sich am Haaransatz. Ich dachte, du bist es. Der Kommissaris schlenderte zu Ratsens Schreibtisch. Keine Nachricht. Wann hast du zuletzt mit dir gesprochen, Pete? Gestern Nachmittag, als sie das Büro verlassen hat. Um Feierabend zu machen? Nein, ich glaube... Pete, ich veranstalte hier keine Ratesstunde. Naja, es ist gegen die Anweisung des Hoftkommissaris, aber ich denke, sie ist immer noch hinter Bränder van Burgherr. Der Kommissaris seufzte. Die Entwicklung gefiel ihm ganz und gar nicht. Das Telefon klingelte und Lubbers nahm den Hörer ab. Die Zentrale hat den alten van Burgherr in der Leitung, meldete er nach kurzem Zuhören. Willst du mit ihm sprechen? Wutus sagte, dass er wolle. Rudi van Burgherr hielt sich nicht lange mit der Vorrede auf. Wissen Sie, wo meine Tochter ist? Nein, warum sollte ich? Sie haben sie doch überwachen lassen. Der Kommissaris zischte. Auf Ihre Intervention hin musste ich meine Männer zurückziehen. Trauen Sie Ihren politischen Kontakten nicht mehr? Der Mann stöhnte. Erzählen Sie mir einfach, was passiert ist, schlug Wutus vor. Bränder ist verschwunden. Sie ist gestern Abend nicht nach Hause gekommen. Und bis jetzt haben wir nichts von ihr gehört. Mein Herr, Ihre Tochter ist über zwanzig. Sie kann Ihre Nächte verbringen, wo und mit wem sie will. Erzählen Sie mir nicht, wie alt meine Tochter ist, brauste van Burgh auf. Es ist nicht Ihre Art, uns im Ungewissen zu lassen. Der Kommissaris war beunruhigter, als er zugab. Er versprach, die Angelegenheit zu verfolgen. Aber offiziell könne er noch keine Vermisstenanzeige aufnehmen. Bei Erwachsenen müsse die Polizei 72 Stunden abwarten. Verdammt, das gefällt mir ganz und gar nicht, murmelte er, nachdem das Gespräch beendet war. Was gefällt dir nicht, erkundigte sich Lubbers. Wutus Blick fiel auf Peter Hobema, der verloren in der Mitte des Raumes stand. Pete, bring mich Herr Hobema in eine Arrestzelle. Wir werden uns später um ihn kümmern. Ich bitte Sie, protestierte Hobema. Sie können mich doch nicht einfach einsperren. Es besteht kein Grund. Und ob ich das kann? Und er brach ihn der Kommissaris. Pete, beeil dich. Als er allein war, griff Wutus zum Telefonbuch. Er suchte die Nummer von Michel de Vries heraus und ließ es drei Minuten läuten. Niemand nahm ab. Lubbers hatte sich tatsächlich beeilt. Steck deine Dienstpistole ein, sagte der Kommissaris. Es ist ernst. Willst du mir nicht endlich verraten, was hier läuft? maulte der Hufterkind. Wutus hielt die Tür auf. Im Auto. Erstens. Brenda von Burg ist spurlos verschwunden. Zweitens. Nelly, sehr wahrscheinlich Brenda observierend, ist ebenfalls verschwunden. Drittens. Michel de Vries, ein Kollege des ermordeten Restaurators Jelles, benimmt sich seit einigen Tagen merkwürdig. De Vries kennt Brenda. Nelly hat die beiden bei einem Rendezvous beobachtet. Viertens. Wie ich soeben in der Bibliothek erfahren habe, hatte Vries eine bettlägerige Mutter. Neben ihrem Bett steht immer ein Telefon. Als ich vor zehn Minuten dort anrief, meldete sich niemand. Verstehst du jetzt, was ich meine? Nein, gestand Lubbers. Pete, du bist der blödeste Hund, mit dem ich je zusammengearbeitet habe. Danke, sagte der Hofagent beleidigt. Rechts, kommandierte der Kommissaris. Da vorn muss es sein. Sie hielten vor einem viergeschossigen Wohnhaus. Wuters drückte auf die beiden untersten Klingelknöpfe. Zehn Sekunden später standen sie im Treppenflur, begutachtet von zwei älteren Damen, die ihre Wohnungstüren verteidigten. Der Anblick von Polizeiausweisen machte die Frauen rätselig. Ja, da oben gingen seltsame Dinge vor. Genaueres wisse man natürlich nicht, aber der Herr de Vries sei in letzter Zeit geradezu feuchterregend. Und nein, heute habe man ihn noch nicht gesehen. Der Kommissaris trug ihnen auf, den Hausmeister herbeizuholen, und die beiden Frauen, denen die gemeinsame Vorfreude auf neue Klatschgeschichten anzusehen war, zogen sich in die Wohnung der Älteren zurück. Dann stiegen die Polizisten in die dritte Etage hinauf. Die Klingel hinter der de Vrieschen Wohnungstür verhallte ohne Reaktion. Wuters schlug gegen die Tür und rief, »De Vries, sind Sie da drin? Machen Sie doch auf!« Er drückte ein Ohr gegen das Holz und lauschte. Ein kratzendes Geräusch, wie von einem Stuhl, der über den Boden gezogen wird. »De Vries, wir sind von der Polizei, wir wollen mit Ihnen reden!« Wieder nichts. »Sollen wir die Tür aufbrechen?« fragte Lubbers. »Sieht ziemlich stabil aus. Wir warten lieber auf den Hausmeister.« Der erschien nach fünf Minuten, offensichtlich aus seinem Mittagsschlaf gerissen. »Was soll das denn? Haben Sie einen Durchsuchungsbefehl?« »Den brauchen wir nicht,« sagte der Kommissaris und nahm ihm den Generalschlüssel ab. Vorsichtig öffnete Wutus die Wohnungstür. »Mein Herr de Vries, wir kommen jetzt rein. Sie können unbesorgt sein. Es geschieht Ihnen nichts.« Die beiden Polizisten zogen ihre Pistolen aus den Halftern. »Bleiben Sie, wo Sie sind!« betönte eine Männerstimme aus dem hinteren Teil der Wohnung. »Ich habe Besuch! Frauenbesuch! Wenn Sie näher kommen, wird jemand leiden!« Wutus und Lubbers guckten sich an. »Verdammter Mist!« knurrte der Kommissaris. »Ich mach's! Gib mir Feuerschutz!« bot der Hofdagent an. »Nein!« flüsterte Wutus. »Ich will keine Schießerei.« »Zuerst versuche ich, ihn zur Aufgabe zu überreden.« Laut rief er. »Okay, de Vries, wir sind bereit zu verhandeln. Stellen Sie Ihre Forderungen!« »Verschwinden Sie! Das ist alles, was ich will!« »Einverstanden. Lassen Sie Ihren Besuch gehen, und Sie haben Ihre Ruhe!« Ein wütendes Lachen. »Sehr witzig! Die Frauen bleiben hier!« Der Kommissaris machte zwei Schritte in den halbdunklen Wohnungsflur hinein. Von hier aus konnte er, da die Tür geöffnet war, in einen Raum auf der linken Seite blicken. Die Küche? Sauber oder ordentlich. Ganz langsam drückte er die Türklinke auf der gegenüberliegenden Seite herunter. Es war das Badezimmer, ebenfalls leer. Er zögerte. Ein paar Meter vor ihm bog der Flur nach rechts ab. Auf der linken Seite, hinter der Küche, befand sich ein weiteres Zimmer. Die Stimme kam, glaubte er, von rechts. Es war verlockend, bis zu der Biegung vorzudringen, um zu sehen, was dahinter vorging. Hutus entschied sich dagegen und kehrte ins Treppenhaus zurück. »Wie ist die Wohnung aufgeteilt?« fragte er den Hausmeister. »Links da hinten ist das Wohnzimmer, und rechts geht der Flur noch ein Stückchen weiter. Da befindet sich das Zimmer der Mutter. Der junge De Vries wohnt oben. Oben? Ja, vom Flur führt eine Treppe in ein ausgebautes Apartment im Dachgeschoss. Gibt es noch einen anderen Zugang zu diesem Apartment?« »Nein, nur über die Treppe oder durchs Fenster.« Lubbers nestelte nervös an seiner Dienstwaffe. »Lass uns reingehen, Jan. Worauf wartest du noch?« »Moment, Piet. Wir dürfen die Frauen nicht gefährden. Das hat absoluten Vorrang.« »Min Herr, De Vries, hören Sie mich!« rief er ins Innere der Wohnung. »Sind Sie immer noch da?« »Wir werden auch nicht verschwinden, bis wir wissen, wie es den beiden Frauen geht.« »Denen geht's gut.« »Lassen Sie mich mit denen reden.« »Nein.« »Warum nicht?« »Die sind... gefesselt.« »Kein Problem, De Vries. Nehmen Sie ihnen einfach die Knebel ab.« »Hören Sie auf. Ich will nicht mit Ihnen reden.« Der Kommissaris ging langsam in den Wohnungsflur hinein. Er wollte De Vries an den veränderten Klang der Stimme gewöhnen und aber den Abstand Zentimeter um Zentimeter verringern. »Sie müssen aber mit mir reden, es sei denn...« »Was?« »Sie sind bereit, die Wohnung zu verlassen. Ich biete Ihnen ein Fluchtfahrzeug an.« »Ich will aber hierbleiben. Ich will mit Brenda zusammen sein.« »Mit Brenda?« »Ja, meine Verlobte.« »Ach, Jufo von Burg ist Ihre Verlobte? Das wusste ich nicht.« »Sie hat mir die Ehe versprochen, für das, was ich für Sie getan habe.« »Sie meinen, dafür, dass Sie Jellis getötet haben?« »Der Hund hat Sie erpresst. Sie sollte ihm seine Kokserei finanzieren, oder er würde die Geschäfte ihres Vaters auffliegen lassen.« »Hat Brenda Ihnen nahegelegt, Jellis zu beseitigen?« »Es würde Sie freuen,« hat sie gesagt. »Und dann hat sie Ihnen ein Fläschchen gegeben, das Sie ihm ins Bier gekippt haben, als Sie ihn besuchten.« »Wenn Sie schon alles wissen, warum fragen Sie dann?« »Ich möchte mit Ihnen reden, de Vries, das ist alles.« Der Kommissaris war nur noch einen Meter von der Biegung des Flures entfernt. Inzwischen war er sicher, dass sich de Vries in seinem Apartment befand. Das machte die Sache schwieriger. »Erzählen Sie mal von der anderen Frau. Warum haben Sie die gefangen genommen?« »Die Polizistin?« »Sie täuschen sich,« rief Wutas. »Sie ist keine Polizistin.« »Doch, ich habe Ihren Ausweis gefunden. Und die Pistole?« De Vries lachte. »Hielt sich für besonders schlau,« sagte, sie sei von der Wohnungsverwaltung. »Ich habe sie sofort durchschaut. Ich musste ihr ein bisschen wehtun.« Lubbers hielt es nicht mehr länger draußen. Mit drei, vier Schritten war er bei Wutas. Der hielt ihn fest. »Nicht, Pete,« flüsterte er. »De Vries ist oben. Es ist zu gefährlich.« »Was war das?« brüllte De Vries. »Ich habe Schritte gehört. Sie sollen verschwinden sofort.« »In Ordnung,« rief der Kommissaris zurück. »Wir sind schon weg.« Er stieß Lubbers Richtung Wohnungstür. Der Hoftagent stampfte ein paar Mal laut auf und kehrte dann leise zurück. »Passen Sie auf!« Der Bibliothekar klang aufgeregt. »Ich glaube, Sie nehmen mich nicht ernst.« Wutas horchte angestrengt. Eine schwache Stimme sagte, »Jan!« Es war Nelly Ratsen. »Nelly! Geht's dir gut?« Ein klatschendes Geräusch, dann ein Schrei. »Schwein!« Lubbers stürzte nach vorn. Der Kommissaris packte zu und rieß den Hoftagenten zurück. »Wir haben verstanden, De Vries. Lassen Sie sie in Ruhe.« Es rumpelte. »Er ist die Treppe heruntergekommen,« flüsterte Lubbers. Wutas nickte. »Ich gehe zuerst.« Er beugte sich vor und warf einen Blick in den rechten Fortsatz des Flures. Der Gang war nahezu dunkel. Nur schemenhaft erkannte der Kommissaris eine geöffnete Tür und die Umrisse der Treppe. Von De Vries war nichts zu sehen. Langsam, mit dem Rücken an der Wand, schob er sich um die Ecke. De Vries musste in dem Zimmer auf der rechten Seite sein. Wutas erreichte den Türpfosten. Der Schweiß lief ihm in die Augen. Die rechte Hand, in der er die Pistole hielt, zitterte. Er hob die Pistole über den Kopf und stützte den rechten Arm mit der linken Hand. Jetzt kam es darauf an. Sein Herz raste. Das hier durfte er nicht vermasseln. Mit einem Sprung war der Kommissaris im Zimmer. Er sicherte nach rechts und nach links. Auf dem Bett lag ein Mensch. Er ging näher heran. Es war eine alte Frau. Tod, dem Anschein nach. Ein stechender Schmerz bohrte sich in seine Schulter. Verdammt! Er hatte sich von der Leiche ablenken lassen. Fast gleichzeitig detonierte ein Schuss. Wutas drehte sich halb um. Hinter ihm stand ein großer, breiter Mann mit sterbensweit aufgerissenen Augen. Dahinter Lubbers, die Pistole in der Hand. Bevor der Kommissaris auf dem Boden ankam, verlor er das Bewusstsein. Er merkte nicht mehr, wie de Vries' massiger Körper ihn unter sich begrub. Lubbers zerrte de Vries zur Seite. Jan, was ist? Das Messer steckte noch in der Schulter, aber die Verletzung konnte nicht schwerwiegend sein. Jan! Wieso regte sich sein Chef nicht? Und dann entdeckte er das kleine Loch in der Jacke. Ungefähr in der Herzgegend. Der Hoftagent verstand nicht, was es bedeutete. Er war doch der Einzige gewesen, der geschossen hatte. Er schaute zu de Vries, dessen Hemd sich vorne färbte. Und dann begriff er. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017